2. Drei große lukanische Gleichniserzählungen Auch nur einen größeren Teil der Gleichnisse Jesu auslegen zu wollen, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. So möchte ich mich auf die drei großen Gleichniserzählungen des Lukas-Evangeliums beschränken, deren Schönheit und Tiefe auch den nichtgläubigen Menschen immer wieder spontan berühren. Die Geschichte vom Samariter, das Gleichnis von den zwei Brüdern, die Erzählung vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas 10, 25-37 In der Geschichte vom barmherzigen Samariter geht es um die Grundfrage des Menschen. Ein Schriftgelehrter, also ein Meister der Exegese, stellt sie dem Herrn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? 10, 25 Lukas sagt dazu, der Gelehrte habe die Frage an Jesus gerichtet, um ihn auf die Probe zu stellen. Er selber weiß als Schriftgelehrter um die Antwort, die die Bibel darauf gibt, aber er will sehen, was dieser Prophet ohne Bibelstudium darauf sagen wird. Der Herr verweist ihn ganz einfach auf die Schrift, die er ja kennt, und lässt ihn selbst die Antwort geben. Der Schriftgelehrte gibt sie sehr treffend in einer Verbindung von Deuteronomium 6, 5 und Leviticus 19, 18. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Lukas 10, 27 Die konkrete Frage lautete, Wer denn das sei, der Nächste? Die gängige Antwort, die sich auch auf Schrifttexte stützen konnte, besagte, dass mit dem Nächsten der Volksgenosse gemeint sei. Das Volk bildete eine Solidargemeinschaft, in der alle füreinander Verantwortung trugen, in der jeder vom Ganzen gehalten wurde und jeder daher den anderen, wie sich selbst, als Teil jenes Ganzen ansehen sollte, das ihm den Raum seines Lebens zuwies. Waren also Fremde, einem anderen Volk zugehörige Menschen, keine Nächsten? Das stand wiederum gegen die Schrift, die gerade auch zur Liebe gegen die Fremden aufforderte, im Gedenken daran, dass Israel in Ägypten selbst die Existenz als Fremdling gelebt hatte. Dennoch blieb umstritten, wo die Grenzen zu ziehen seien. Im Allgemeinen wurde nur der im Volk mitlebende Beisasse als zur Solidargemeinschaft gehörig und so als Nächster angesehen. Auch andere Einschränkungen des Begriffs Nächster waren verbreitet. Eine rabbinische Äußerung lehrte, dass man Heretiker, Denunzianten und Abtrünnige nicht als Nächster anzusehen brauchte. Joachim Jeremias, die Gleichnisse Jesu. Als klar galt auch, dass die Samariter, die kurz zuvor zwischen den Jahren 6 und 9 den Tempelplatz zu Jerusalem gerade in den Tagen des Pascha-Festes durch Ausstreuen menschlicher Gebeine verunreinigt hatten, keine Nächsten waren. Auf die so konkretisierte Frage antwortet Jesus nun mit dem Gleichnis von dem Mann, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho unter die Räuber fiel und von ihnen am Straßenrand ausgeplündert und halbtot liegen gelassen wurde. Das war eine durchaus realistische Geschichte, denn auf diesem Weg kamen derlei Überfälle regelmäßig vor. Ein Priester und ein Levit, Kenner des Gesetzes, die um die Heilsfrage wissen, und ihr beruflich dienen, kommen vorbei und gehen vorüber. Sie müssen keineswegs besonders kaltherzige Menschen gewesen sein. Vielleicht hatten sie selber Angst und versuchten, möglichst schnell in die Stadt zu kommen. Vielleicht waren sie ungeschickt und wussten nicht, wie sie es anstellen sollten, zu helfen, zumal es ohne dies danach aussah, als ob es da gar nichts mehr zu helfen gäbe. Nun kommt ein Samariter des Wegs, vermutlich ein Kaufmann, der diese Strecke öfter zu durchreisen hatte und mit dem Wirt der nächsten Herberge offenbar bekannt ist. Ein Samariter. Jemand also, der nicht zur Solidargemeinschaft Israels gehört und in dem Überfallenen nicht seinen Nächsten zu erblicken braucht. Dabei ist daran zu erinnern, dass der Evangelist wenige Abschnitte zuvor davon erzählt hatte, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem Boten vor sich her schickte, die in ein samaritanisches Dorf kamen und Unterkunft für ihn besorgen wollten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Lukas 9, 52 folgende. Die verärgerten Donnersöhne, Jakobus und Johannes, hatten daraufhin zum Herrn gesagt, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Der Herr verwies es ihnen. Man fand Unterkunft in einem anderen Dorf. Nun tritt hier der Samariter auf den Plan. Was wird er tun? Er fragt nicht nach dem Radius seiner Solidarverpflichtungen und auch nicht nach Verdiensten für das ewige Leben. Es geschieht etwas anderes. Das Herz wird ihm aufgerissen. Das Evangelium gebraucht das Wort, das im Hebräischen ursprünglich auf den Mutterleib und die mütterliche Zuwendung verwiesen hatte. Es trifft ihn ins Eingeweide, in seine Seele hinein, diesen Menschen so zu sehen. Er wurde von Mitleid ergriffen, übersetzen wir heute, die ursprüngliche Vitalität des Textes abschwächend. Durch den Blitz des Erbarmens, der seine Seele trifft, wird er selbst nun zum Nächsten über alle Fragen und Gefahren hinweg. Insofern ist hier die Frage verlagert. Es geht nicht mehr darum, welcher andere mir Nächster ist oder nicht. Es geht um mich selbst. Erst, ich muss zum Nächsten werden, dann zählt der andere für mich wie ich selbst. Hätte die Frage gelautet, ist auch der Samariter mein Nächster, so wäre in der gegebenen Lage die Antwort ziemlich eindeutig Nein gewesen. Aber nun stellt Jesus die Sache auf den Kopf. Der Samariter, der Fremde, macht sich selbst zum Nächsten und zeigt mir, dass ich von innen her das Nächster sein erlernen muss und dass ich die Antwort schon in mir trage. Ich muss ein Liebender werden, einer dessen Herz der Erschütterung durch die Not des Anderen offen steht. Dann finde ich meine Nächsten, oder besser, dann werde ich von ihnen gefunden. Helmut Kuhn geht in seiner Auslegung des Gleichnisses gewiss über den Wortsinn des Textes hinaus und kennzeichnet dabei doch sachgerecht die Radikalität seiner Aussage, wenn er schreibt, Die politische Freundesliebe beruht auf der Gleichheit der Partner. Das symbolische Gleichnis vom Samariter hingegen betont die radikale Ungleichheit. Der Samariter, als ein Volksfremder, steht dem anonymen Anderen gegenüber, der Helfende, dem hilflosen Opfer eines Raubüberfalls. Die Agape, so gibt uns das Gleichnis zu verstehen, schlägt quer durch alle politischen Ordnungen mit dem in ihnen herrschenden Prinzip des Do und Des hindurch und kennzeichnet sich dadurch als übernatürlich. Ihrem Prinzip nach steht sie nicht nur jenseits dieser Ordnungen, sondern versteht sich als ihre Verkehrung. Die Letzten sollen die Ersten sein, Matthäus 19,30, und die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen, Matthäus 5,5. Eines ist deutlich. Eine neue Universalität erscheint, die darauf beruht, dass ich von innen her schon Bruder all derer werde, denen ich begegne und die meiner Hilfe bedürfen. Die Aktualität des Gleichnisses liegt zutage. Wenn wir es in die Dimensionen der Weltgesellschaft übersetzen, sehen wir, wie die ausgeraubt und geplündert daliegenden Völker Afrikas uns angehen. Dann sehen wir, wie sehr sie uns Nächste sind. Dass auch unser Lebensstil, unsere Geschichte, in die wir verwoben sind, sie ausgeplündert hat und ausplündert. Dazu gehört vor allem auch, dass wir sie seelisch verletzt haben. Anstatt ihnen Gott zu geben, den in Christus uns nahen Gott und so alles Kostbare und Große aus ihren eigenen Überlieferungen aufzunehmen und zur Vollendung zu bringen, haben wir den Zynismus einer Welt ohne Gott zu ihnen getragen, in der es nur auf Macht und Profit ankommt, die moralischen Maßstäbe zerstört, so dass Korruption und skrupelloser Wille zur Macht, zur Selbstverständlichkeit werden. Und das gilt ja nicht nur für Afrika. Ja, wir haben materielle Hilfen zu geben und unsere eigene Lebensform zu überprüfen, aber wir geben immer zu wenig, wenn wir nur Materie geben. Und finden wir nicht auch um uns herum den ausgeplünderten und zerschlagenen Menschen, die Opfer der Droge, des Menschenhandels, des Sextourismus, inwendig zerstörte Menschen, die mitten im materiellen Reichtum leer sind. All das geht uns an und ruft uns, das Auge und das Herz des Nächsten zu haben und auch den Mut der Nächsten Liebe. Denn, wie gesagt, Priester und Levit gingen vielleicht eher aus Furcht denn aus Gleichgültigkeit vorbei. Das Wagnis der Güte müssen wir von innen her neu erlernen. Das können wir nur, wenn wir selbst von innen her gut werden, von innen her Nächste sind und dann auch den Blick dafür haben, welche Weise des Dienens in meiner Umgebung und im größeren Radius meines Lebens gefordert und mir möglich und daher auch aufgegeben ist. Die Kirchenväter haben das Gleichnis christologisch gelesen. Man könnte sagen, das ist Allegorie, also eine Auslegung am Text vorbei. Aber wenn wir bedenken, dass in allen Gleichnissen auf je unterschiedliche Weise der Herr uns doch zum Glauben an das Reich Gottes einladen will, dass er selber ist, dann ist eine christologische Auslegung nie eine totale Fehldeutung. Sie entspricht irgendwie einer inneren Potenzialität des Textes und kann eine Frucht sein, die aus einem Samen hervorwächst. Die Väter sehen das Gleichnis in weltgeschichtlichem Maßstab. Der Mann, der da halbtot und ausgeplündert am Wegrand liegt, ist er nicht ein Bild für Adam, für den Menschen überhaupt, der doch wahrhaftig unter die Räuber gefallen ist? Ist es nicht wahr, dass der Mensch, dieses Geschöpf, Mensch, seine ganze Geschichte hindurch entfremdet, zerschlagen, missbraucht dasteht? Die große Masse der Menschheit hat fast immer in der Unterdrückung gelebt. Und umgekehrt, die Unterdrücker, sind sie denn nun die wahren Bilder des Menschen oder sind sie nicht erst recht entstellt, eine Entwürdigung des Menschen? Karl Marx hat drastisch die Entfremdung des Menschen geschildert, Auch wenn er die eigentliche Tiefe der Entfremdung nicht ermessen hat, weil er nur im Materiellen dachte, hat er doch ein anschauliches Bild für den Menschen geliefert, der unter die Räuber gefallen ist. Die mittelalterliche Theologie hat die zwei Angaben des Gleichnisses über den Zustand des zerschlagenen Menschen als grundsätzliche anthropologische Aussagen aufgefasst. Von dem Opfer des Überfalls heißt es zum einen, dass er ausgeplündert, spoliatus, zum anderen, dass er halbtot geschlagen wurde, vulneratus, Lukas 10,30. Das bezogen die Scholastiker auf die zweifache Dimension der Entfremdung des Menschen. Er ist spoliatus supernaturalibus und vulneratus innaturalibus, sagten sie, des ihnen geschenkten Glanzes der übernatürlichen Gnade beraubt und in seiner Natur verwundet. Nun, das ist Allegorie, die sicher weit über den Wortsinn hinausgeht, aber immerhin ein Versuch, die doppelte Art von Verletzung zu präzisieren, die auf der Geschichte der Menschheit lastet. Die Straße von Jerusalem nach Jericho erscheint so als das Bild der Weltgeschichte, der Halbtote an ihrem Rand als Bild der Menschheit. Priester und Levit gehen vorbei. Aus dem eigenen der Geschichte, aus ihren Kulturen und Religionen allein kommt keine Heilung. Wenn der Überfallene das Bild des Menschen schlechthin ist, dann kann der Samariter nur das Bild Jesu Christi sein. Gott selbst, der für uns der Fremde und der Ferne ist, hat sich aufgemacht, um sich seines geschlagenen Geschöpfes anzunehmen. Gott, der Ferne, hat sich in Jesus Christus zum Nächsten gemacht. Er gießt Öl und Wein in unsere Wunden, worin man ein Bild für die heilende Gabe der Sakramente sah. Und er führt uns in die Herberge, die Kirche, in der er uns pflegen lässt und auch das Angeld schenkt, das diese Pflege kostet. Die einzelnen Züge der Allegorie, die bei den verschiedenen Vätern wechseln, können wir ruhig beiseite lassen. Aber die große Vision, dass der Mensch entfremdet und hilflos an der Straße der Geschichte liegt und dass Gott selbst in Jesus Christus sein Nächster geworden ist, die dürfen wir ruhig als eine uns angehende Tiefendimension des Gleichnisses festhalten. Denn der gewaltige Imperativ, der in dem Gleichnis liegt, wird dadurch nicht abgeschwächt, sondern erst zu seiner ganzen Größe gebracht. Das große Thema Liebe, das die eigentliche Pointe des Textes ist, erhält damit erst seine ganze Weite. Denn nun werden wir inne, dass wir alle entfremdet, erlösungsbedürftig sind. Nun werden wir inne, dass wir alle der geschenkten und rettenden Liebe Gottes selbst bedürfen, damit auch wir Liebende werden können. Dass wir immer Gottes bedürfen, der sich uns zum Nächsten macht, damit wir Nächste werden können. Jeden einzelnen Menschen gehen die beiden Figuren an. Jeder ist entfremdet, gerade auch der Liebe entfremdet, die ja das Wesen des übernatürlichen Glanzes ist, dessen wir beraubt wurden. Jeder muss zuerst geheilt und beschenkt werden. Aber jeder sollte dann auch Samariter werden, Christus nachfolgen und werden wie er. Dann leben wir richtig, dann lieben wir richtig, wenn wir ihm ähnlich werden, der uns alle zuerst geliebt hat. 1. Johannesbrief 4,19 Das Gleichnis von den zwei Brüdern Dem verlorenen und dem daheimgebliebenen Sohn und dem gütigen Vater Lukas 15,11-32 Dieses vielleicht schönste Gleichnis Jesu ist unter dem Namen Gleichnis vom verlorenen Sohn bekannt. In der Tat ist die Gestalt des verlorenen Sohnes so eindrücklich gezeichnet und sein Geschick im Guten wie im Bösen so zu Herzen gehend, dass sie als das eigentliche Zentrum des Textes erscheinen muss. Aber das Gleichnis hat in Wirklichkeit drei Hauptpersonen. Joachim Jeremias und andere haben vorgeschlagen, es doch besser, das Gleichnis vom gütigen Vater zu nennen. Er sei die eigentliche Mitte des Textes. Pierre Gréleau hat demgegenüber auf die Gestalt des zweiten Bruders als ganz wesentlich hingewiesen und ist daher, zu Recht wie mir scheint, der Meinung, dass die zutreffendste Benennung Gleichnis von den zwei Brüdern wäre. Das ergibt sich zunächst schon aus der Situation, auf die das Gleichnis antwortet. Sie ist in Lukas 15,1 folgende so dargestellt. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten empörten sich und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Hier begegnen wir zwei Gruppen, zwei Brüdern, Zöllnern und Sündern, Pharisäern und Schriftgelehrten. Jesus antwortet darauf mit drei Gleichnissen. Demjenigen von den 99 zu Hause gebliebenen und dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und schließlich setzt er neu an und sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Lukas 15,11 Es geht um alle zwei. Der Herr greift damit eine weit zurückreichende Tradition auf. Die Zwei-Brüder-Thematik durchzieht das ganze Alte Testament. Von Kain und Abel angefangen, geht sie über Ismael und Isaak zu Esa und Jakob hinauf und spiegelt sich in veränderter Weise noch einmal im Verhalten der elf Söhne Jakobs zu Josef. In der Geschichte der Erwählungen herrscht eine merkwürdige Dialektik zwischen den zwei Brüdern, die im Alten Testament wie eine offene Frage stehen bleibt. Jesus hat diese Thematik in einer neuen Stunde von Gottes geschichtlichem Handeln aufgegriffen und ihr eine neue Wendung gegeben. Bei Matthäus findet sich ein unserem Gleichnis verwandter Text von den zwei Brüdern. Der eine erklärt, den Willen des Vaters tun zu wollen, erfüllt ihn aber nicht. Der zweite sagt Nein zum Willen des Vaters, bereut aber nachträglich und erfüllt dann, was ihm aufgetragen war. Matthäus 21,28-32 Auch hier geht es um das Verhältnis von Sündern und Pharisäern. Auch hier ist der Text zuletzt Anruf zu einem neuen Ja zum rufenden Gott. Aber versuchen wir nun doch, dem Gleichnis Zug um Zug zu folgen. Da ist zunächst die Gestalt des verlorenen Sohnes. Aber gleich schon am Beginn sehen wir auch die Großherzigkeit des Vaters. Er gibt dem Wunsch des jüngeren Sohnes nach seinem Vermögensanteil statt und verteilt das Erbe. Er gibt Freiheit. Er kann sich vorstellen, was der jüngere Sohn tun wird, aber er lässt ihm seinen Weg. Der Sohn geht in ein fernes Land. Die Väter haben da vor allem die innere Entfernung aus der Welt des Vaters, der Welt Gottes gesehen, den inneren Abbruch der Beziehung, die Weite des Weggehens vom eigenen und vom eigentlichen. Der Sohn verprasst sein Erbe. Er will einfach genießen. Er will das Leben ausschöpfen bis zum Äußersten, Leben in Fülle haben, wie er meint. Er will keinem Gebot, keine Autorität mehr unterstehen. Er sucht die radikale Freiheit. Er will nur sich selber leben, keinem anderen Anspruch unterstellt. Er genießt das Leben, fühlt sich ganz autonom. Ist es schwierig für uns, darin gerade auch den Geist der neuzeitlichen Rebellion gegen Gott und Gottes Gesetz zu sehen? Den Auszug aus allem bisher Tragenden und den Willen zu einer Freiheit ohne Grenzen? Das griechische Wort, das im Gleichnis für das verprasste Vermögen steht, bedeutet in der Sprache der griechischen Philosophen Wesen. Der Verlorene verprasst sein Wesen, sich selbst. Am Ende ist alles verbraucht. Der ganz frei Gewesene wird nun wirklich zum Knecht, zum Schweinehüter, der froh wäre, wenn er Schweinefutter zu essen bekäme. Der Mensch, der Freiheit als radikale Willkür des bloß eigenen Wollens und Weges versteht, lebt in der Lüge, denn von seinem Wesen her gehört er in ein Miteinander, ist seine Freiheit geteilte Freiheit. Sein Wesen selbst trägt Weisung und Norm in sich. Und damit von innen her eins zu werden, das wäre Freiheit. So führt eine falsche Autonomie in die Knechtschaft. Die Geschichte hat es uns inzwischen unübersehbar gezeigt. Für Juden ist das Schwein ein unreines Tier, der Schweineknecht also der Ausdruck der äußersten Entfremdung und Verelendung des Menschen. Der ganz Freie ist ein erbärmlicher Sklave geworden. An dieser Stelle erfolgt die Umkehr. Der Verlorene begreift, dass er verloren ist, dass er zu Hause ein Freier war und dass die Knechte seines Vaters freier sind als er, der sich ganz frei geglaubt hatte. Er ging in sich, sagt das Evangelium 1517 und ruft damit, wie mit dem Wort vom fernen Land, das philosophische Denken der Väter auf den Plan. Weit von zu Hause, von seinem Ursprung weglebend, war dieser Mensch auch weit von sich selbst weggegangen. Er lebte von der Wahrheit seiner Existenz weg. Seine Umkehr, seine Bekehrung besteht darin, dass er dies erkennt, sich als Entfremdeten begreift, der wirklich in die Fremde gegangen ist und dass er nun zu sich selbst zurückkehrt. In sich selbst aber findet er die Wegweisung zum Vater, zur wahren Freiheit eines Sohnes. Die Worte, die er sich für die Heimkehr vorbereitet, lassen uns die Weite seiner inneren Wanderung erkennen, die er nun durchschreitet. Sie sind ein Unterwegssein der Existenz, die nun wieder, alle Wüsten durchschreitend, sich nach Hause, zu sich selber und zum Vater begibt. Er wandert zur Wahrheit seiner Existenz hin und so nach Hause. Mit dieser existenziellen Auslegung des Heimwegs erklären uns die Väter zugleich, was Bekehrung ist, welche Schmerzen und inneren Reinigungen sie umfasst. Und wir dürfen ruhig sagen, dass sie damit das Wesen des Gleichnisses richtig verstanden haben und uns helfen, seine Aktualität zu erkennen. Der Vater sieht den Sohn von Weitem und geht ihm entgegen. Er hört das Bekenntnis des Sohnes an und sieht darin den inneren Weg, den er gegangen ist. Sieht, dass er den Weg zur wirklichen Freiheit gefunden hat. So lässt er ihn gar nicht zu Ende sprechen, umarmt und küsst ihn und lässt ein großes Freudenmahl richten. Freude herrscht, weil der Sohn, der schon tot gewesen war, als er mit seinem Vermögen auszog und der nun wieder lebt, auferstanden ist. Weil er verloren war und wiedergefunden wurde. Lukas 15, 32 Die Kirchenväter haben in die Auslegung dieser Szene ihre ganze Liebe hineingelegt. Der verlorene Sohn wird ihnen zum Bild des Menschen überhaupt. Adam, der wir alle sind. Jener Adam, dem nun Gott entgegengegangen ist und den er neu in sein Haus aufgenommen hat. Im Gleichnis trägt der Vater den Knechten auf, schnell das erste Gewand zu bringen. Für die Väter ist dieses erste Gewand der Hinweis auf das verlorene Gewand der Gnade, mit dem der Mensch im Ursprung umkleidet gewesen war und das er in der Sünde verloren hat. Nun wird ihm dieses erste Gewand wiedergeschenkt, das Gewand des Sohnes. In dem Fest, das nun gerichtet wird, sehen sie ein Bild für das Fest des Glaubens, die festliche Eucharistie, in der das ewige Festmahl vorweggenommen wird. Wörtlich nach dem griechischen Text hört der erste Bruder beim Heimkommen »Symphonie und Chöre«. Wieder für die Väter ein Bild für die »Symphonie des Glaubens«, die das Christsein zu Freude und Festmacht. Aber das Wesentliche des Textes liegt nun sicher nicht in diesen Details. Das Wesentliche ist jetzt eindeutig die Gestalt des Vaters. Ist sie verständlich? Kann, darf ein Vater so handeln? Grillo hat darauf aufmerksam gemacht, dass Jesus hier durchaus auf alttestamentlichen Grunde spricht. Das Urbild dieser Vision Gottes des Vaters findet sich in Hosea 11, 1-9. Da wird zunächst von der Erwählung Israels und von seinem Treuebruch gesprochen. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Balen und brachten den Götterbildern Rauchopfer dar. 11, 2 Gott sieht aber auch, wie dieses Volk zerschlagen ist, wie das Schwert in seinen Städten wütet. 11, 6 Und nun geschieht ihm genau, was in unserem Gleichnis geschildert wird. »Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Ich kann meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Hosea 11, 8 Weil Gott Gott ist, der Heilige, handelt er so, wie kein Mensch handeln könnte. Gott hat ein Herz, und dieses Herz wendet sich sozusagen gegen ihn selbst. Hier treffen wir beim Propheten wie im Evangelium wieder das Wort vom Mitleid, das mit dem Bild des Mutterleibes ausgedrückt ist. Gottes Herz verwandelt in Zorn und wendet Strafe in Vergebung. Für den Christen steht nun die Frage auf, wo ist hier der Platz für Jesus Christus? Im Gleichnis erscheint nur der Vater. Fehlt die Christologie in dem Gleichnis? Augustinus hat die Christologie einzufügen versucht, wo gesagt wird, dass der Vater den Sohn umarmte, Lukas 15, 20. Der Arm des Vaters ist der Sohn, sagt er. Und er hätte sich dabei auf Irenaeus berufen können, der den Sohn und den Geist als die beiden Hände des Vaters bezeichnete. Der Arm des Vaters ist der Sohn. Wenn er diesen Arm auf unsere Schultern legt, als sein süßes Joch, so ist es eben keine Last, die er uns auflädt, sondern der Gestus der liebevollen Annahme. Das Joch dieses Armes ist nicht Last, die wir tragen müssen, sondern Geschenk der Liebe, die uns trägt und uns selbst zu Söhnen macht. Das ist eine sehr schöne Auslegung, aber eben doch Allegorie, die ganz klar über den Text hinausgeht. Pierre Grélau hat eine Interpretation gefunden, die textgemäß ist und in eine noch größere Tiefe führt. Er macht darauf aufmerksam, dass Jesus mit diesem wie mit den vorangehenden Gleichnissen seine eigene Güte gegenüber den Sündern, seine Annahme der Sünder mit dem Verhalten des Vaters im Gleichnis rechtfertigt. So wird Jesus mit seinem Verhalten selbst zur Offenbarung dessen, den er seinen Vater nannte. Der Blick auf den historischen Zusammenhang des Gleichnisses ergibt damit von selbst eine implizite Christologie. Seine Passion und seine Auferstehung verstärken diesen Aspekt noch. Wie hat Gott seine barmherzige Liebe zu den Sündern gezeigt? Weil Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Brief an die Römer 5,8 Jesus kann gar nicht in den Erzählrahmen des Gleichnisses eintreten, weil er in der Identifikation mit dem himmlischen Vater lebt, sein Verhalten auf das des Vaters bezieht. Der auferstandene Christus bleibt heute in diesem Punkt in der gleichen Situation wie Jesus von Nazareth während der Zeit seines irdischen Dienstes. In der Tat, Jesus rechtfertigt in diesem Gleichnis sein Verhalten dadurch, dass er es auf dasjenige des Vaters zurückführt, es mit ihm identifiziert. So steht gerade durch die Gestalt des Vaters Christus als die konkrete Verwirklichung des väterlichen Tuns in der Mitte des Gleichnisses. Nun tritt der ältere Bruder auf den Plan. Er kommt von der Feldarbeit heim, hört das Fest zu Hause, erfährt den Grund und zürmt. Er kann es einfach nicht für gerecht finden, dass diesem Taugenichts, der sein ganzes Vermögen, das Gut des Vaters mit Dirnen durchgebracht hat, nun ohne Bewährung, ohne Zeit der Buße, sogleich mit strahlendem Glanz ein Fest geschenkt wird. Das widerspricht seinem Rechtssinn. Ein Leben in Arbeit, das er verbracht hat, erscheint als unwichtig gegenüber der schmutzigen Vergangenheit des Anderen. Bitterkeit kommt in ihm auf. So viele Jahre schon diene ich Dir und niemals habe ich eines Deiner Gebote übertreten, sagt er zum Vater. Mir aber hast Du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern kann. Lukas 15, 29 Auch ihm ist der Vater entgegengegangen, und nun redet er ihm gut zu. Der ältere Bruder weiß nichts von den inneren Wandlungen und Wanderungen des Anderen, von dem Weg in die weite Entfernung, von seinem Abstieg und seiner neuen Selbstfindung. Er sieht nur das Unrecht. Und da zeigt sich wohl, dass auch er im Stillen von einer Freiheit ohne Grenzen geträumt hatte, dass er inwendig bitter geworden ist in seinem Gehorsam und nicht weiß um die Gnade des Daheimseins, der wirklichen Freiheit, die er als Sohn hat. Er erklärt ihm damit die Größe des Kindseins. Es sind dieselben Worte, mit denen Jesus im hohe priesterlichen Gebet sein Verhältnis zum Vater beschreibt. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Johannes 17, 10 Das Gleichnis bricht hier ab. Es sagt uns nichts von der Reaktion des älteren Bruders. Das kann auch gar nicht sein, weil an dieser Stelle das Gleichnis unmittelbar in Wirklichkeit übergeht. Mit diesen Worten des Vaters redet Jesus den murrenden Pharisäern und Schriftgelehrten ins Herz, die sich über die Güte Jesu zu den Sündern empörten. Lukas 15, 2 Nun wird vollends klar, dass Jesus seine Güte zu den Sündern mit der Güte des Vaters im Gleichnis identifiziert und dass alle Worte, die dem Vater in den Mund gelegt sind, er selbst zu den Frommen spricht. Das Gleichnis erzählt nicht irgendeine ferne Sache, sondern handelt von dem, was jetzt und hier durch ihn geschieht. Es wirbt um das Herz seiner Gegner. Er bittet sie, hereinzukommen und sich mitzufreuen in dieser Stunde der Heimkehr und der Versöhnung. Diese Worte bleiben als eine bittende Einladung im Evangelium stehen. Paulus nimmt diese bittende Einladung auf, wenn er schreibt, »Wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen«. 2. Brief an die Korinther 5, 20 So steht das Gleichnis einerseits ganz realistisch an dem historischen Punkt, an dem Christus es vorgetragen hat, aber zugleich weist es über den historischen Augenblick hinaus, denn Gottes werbendes Bitten geht weiter. Aber an wen richtet es sich nun? Die Väter haben ganz generell das Zwei-Brüder-Thema das mit Recht von sich sagen konnte, das mit Recht von sich sagen konnte, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich eines deiner Gebote übertreten. Die deutsche Übersetzung schwächt das ein wenig ab, nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Gerade in der Toratreue erscheint die Treue Israels und auch sein Gottesbild. Diese Auslegung auf die Juden ist dann nicht unberechtigt, wenn man sie so stehen lässt, wie wir sie im Text fanden, als offene Zurede Gottes an Israel, die ganz in Gottes Händen steht. Beachten wir wohl, dass der Vater des Gleichnisses nicht nur die Treue des älteren Bruders nicht bestreitet, sondern ausdrücklich seine Sohnschaft bestätigt. »Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein.« Falsch wird die Auslegung dann, wenn man daraus eine Verurteilung der Juden macht, von der im Text keine Rede ist. Wenn man so die Auslegung des Zwei-Brüder-Gleichnisses auf Israel und die Heiden als eine Dimension des Textes ansehen darf, so bleiben doch andere Dimensionen bestehen. Bei Jesus zielt die Rede vom älteren Bruder ja noch nicht einfach auf Israel, auch die zu ihm kommenden Sünder wahren Juden, sondern auf die spezifische Gefährdung der Frommen, derer, die mit Gott en Regel im Reinen sind, wie Grillo sich ausdrückt. Grillo hebt dabei den kleinen Satz hervor, »Nie habe ich eines deiner Gebote übertreten.« Gott ist für sie vor allem Gesetz. Sie sehen sich in einem Rechtsverhältnis zu Gott, und da sind sie mit ihm im Reinen. Aber Gott ist größer. Sie müssen sich vom Gottgesetz zum größeren Gott, zum Gott der Liebe bekehren. Dann werden sie ihren Gehorsam nicht aufgeben, aber er wird aus tieferen Quellen kommen und daher größer, offener und reiner, aber vor allem auch demütiger sein. Fügen wir als weiteren Gesichtspunkt hinzu, was vorhin schon angeklungen ist. In der Bitterkeit der Güte Gottes gegenüber wird eine innere Bitterkeit des geleisteten Gehorsams sichtbar, die die Grenze dieses Gehorsams anzeigt. Innenwendig wären sie wohl auch gern ausgereist in die große Freiheit. Es gibt einen stillen Neid auf das, was der andere sich leisten konnte. Sie haben die Wanderung nicht durchschritten, die den Jüngeren gereinigt und ihn hat erkennen lassen, was Freiheit heißt, was es heißt, Sohn zu sein. Sie tragen ihre Freiheit eigentlich doch als Knechtschaft und sind nicht zum wirklichen Sohn sein gereift. Auch sie brauchen noch einen Weg. Sie können ihn finden, wenn sie einfach Gott recht geben, sein Fest als ihres mit annehmen. So redet mit dem Gleichnis der Vater durch Christus uns, den Daheimgebliebenen, zu, damit auch wir uns wahrhaft bekehren und unseres Glaubens froh werden. Das Gleichnis vom reichen Prasser und vom armen Lazarus. Lukas 16, 19-31 Wieder stehen in dieser Geschichte zwei einander kontrastierende Gestalten vor uns. Der Reiche, der in seinem Wohlleben schwelgt, und der Arme, der nicht einmal die Brocken erhaschen kann, die die reichen Schlemmer vom Tisch werfen. Nach damaliger Sitte Brotstücke, mit denen sie sich die Hände reinigten und die sie dann wegwerfen. Die Väter haben zum Teil auch dieses Gleichnis dem Zwei-Brüder-Schema eingeordnet und es auf das Verhältnis von Israel, der Reiche, und die Kirche, der arme Lazarus angewandt. Aber damit die ganz andere Typologie verfehlt, um die es hier geht. Das zeigt sich schon im unterschiedlichen Ausgang. Während die Zwei-Brüder-Texte offen bleiben, als Frage und Einladung enden, ist hier bereits das unwiderrufliche Ende des einen wie des anderen geschildert. Als Hintergrund, der uns das Verstehen dieser Erzählung öffnet, müssen wir jene Reihe von Psalmen ansehen, in denen vor Gott die Klage des Armen aufsteigt, der im Glauben an Gott und im Gehorsam gegen seine Gebote lebt, aber nur Unglück erfährt. Während die Zyniker, die Gott verachten, von Erfolg zu Erfolg gehen und alles Glück der Erde genießen. Lazarus gehört zu den Armen, deren Stimme wir zum Beispiel im Psalm 44 hören. Du machst uns zum Spottlied der Völker. Die Heiden zeigen uns nichts als Verachtung. Um deinetwillen werden wir getötet, Tag für Tag, behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Die frühe Weisheit Israels war davon ausgegangen, dass Gott den Gerechten belohnt und den Sünder bestraft, dass also der Sünde das Unglück und der Gerechtigkeit das Glück entspricht. Spätestens seit dem Exil war diese Weisheit in die Krise geraten. Nicht nur, dass Israel als Volk im Ganzen mehr litt als die umliegenden Völker, die es ins Exil führten und unterdrückten, auch im privaten Bereich zeigte sich immer mehr, dass der Zynismus sich lohnt und dass der Gerechte in dieser Welt zum Leidenden wird. In dem Psalmen und in der späten Weisheitsliteratur sehen wir das Ringen um diesen Widerspruch, einen neuen Versuch, weise zu werden, das Leben recht zu verstehen, Gott, den scheinbar Ungerechten oder überhaupt Abwesenden, neu zu finden und zu begreifen. Einen der eindringlichsten Texte dieses Ringens, den Psalm 73, darf man in gewisser Hinsicht als geistigen Hintergrund unseres Gleichnisses betrachten. Da sehen wir die Gestalt des reichen Prassers förmlich vor uns, über den der Betende Lazarus klagt, ich habe mich über die Prahle ereifert, als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut geht. Sie leiden ja keine Qual, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen, darum ist Hochmut ihr Halsschmuck. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte in vollen Zügen. Sie sagen, wie sollte Gott das merken, wie kann der Höchste das wissen? Psalm 73, 3 bis 11 Der leidende Gerechte, der dies alles sieht, ist in Gefahr, an seinem Glauben irre zu werden. Sieht Gott wirklich nicht? Hört er nicht? Kümmert ihn das Schicksal der Menschen nicht? Also hielt ich umsonst mein Herz rein, und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt. Mein Herz war verbittert. Psalm 73, 13 und folgende Der Umschwung kommt, als der leidende Gerechte im Heiligtum auf Gott hinschaut und im Hinsehen auf Gott seine Perspektive weitet. Jetzt sieht er, dass die scheinbare Klugheit der erfolgreichen Zyniker bei Licht besehen Dummheit ist. Diese Art Weisheit bedeutet töricht und ohne Verstand sein, wie ein Stück Vieh. Psalm 73, 22 Sie bleiben in der Perspektive der Tiere und haben die Perspektive des Menschen verloren, die über das Materielle hinausreicht, zu Gott hin und zum ewigen Leben. Ein anderer Psalm mag uns an dieser Stelle einfallen, in dem ein Verfolgter am Ende sagt, fülle ruhig ihren Leib mit Gütern. Ihre Söhne werden noch satt. Ich aber will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen, mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich erwache. Psalm 17, 14 Folgende Zweierlei Sättigung steht sich hier gegenüber, die Sättigung mit den materiellen Gütern und das Sattwerden am Hinschauen auf deine Gestalt, die Sättigung des Herzens durch die Begegnung mit der unendlichen Liebe. Wenn ich erwache, das verweist zutiefst auf das Erwachen ins neue, ewige Leben hinein. Aber es spricht auch schon von einem tieferen Erwachen in dieser Welt, das Wachwerden für die Wahrheit, das dem Menschen schon jetzt eine neue Sättigung schenkt. Von diesem Wachwerden im Gebet spricht der Psalm 73. Denn nun sieht der Beter, dass das so beneidete Glück der Zyniker nur wie ein Traum ist, der beim Erwachen verblasst, dessen Bild man vergisst, wenn man aufsteht. Psalm 73, 20 Und nun erkennt der Beter das wirkliche Glück. Ich aber bleibe immer bei dir, du hältst mich an meiner Rechten. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73, 23, 25 und 28 Das ist nicht Vertröstung auf das Jenseits, sondern Wachwerden für die wahre Größe des Menschseins, zu der freilich auch die Berufung zum ewigen Leben gehört. Nur scheinbar haben wir uns damit von unserem Gleichnis entfernt. In Wirklichkeit will uns der Herr mit dieser Geschichte gerade in den Vorgang des Erwachens hineinführen, der in den Psalmen sich niedergeschlagen hat. Es geht nicht um eine billige, aus dem Neid geborene Verdammung des Reichtums unterreichen. In den Psalmen, die wir kurz bedacht haben, ist aller Neid überwunden. Dem Beter wird gerade sichtbar, dass Neid um diese Art von Reichtum töricht ist, weil er das wirkliche Gut erkannt hat. Nach der Kreuzigung Jesu begegnen uns zwei wohlhabende Männer, Nikodemus und Josef von Arimathea, die den Herrn gefunden haben und Erwachende sind. Der Herr will uns von einer törichten Klugheit zur wahren Weisheit führen, das wirkliche Gut erkennen lehren. Und so dürfen wir, auch wenn das im Text nicht steht, von den Psalmen her wohl sagen, dass der reiche Prasser auch in dieser Welt schon ein Mann des leeren Herzens war, der in seiner Schwelgerei nur die Leere ersticken wollte, die in ihm war. Im Jenseits kommt nur die Wahrheit zum Vorschein, die auch in diesseits schon bestand. Natürlich ist dieses Gleichnis, in dem es uns aufweckt, zugleich ein Ruf zur Liebe und zur Verantwortung, die wir jetzt unseren armen Brüdern zuzuwenden haben, im großen Maßstab der Weltgesellschaft wie im Kleinen unseres Alltags. Bei der Schilderung des Jenseits, die im Gleichnis nun folgt, hält sich Jesus an die Vorstellungen, die im Judentum seiner Zeitgeltung hatten. Insofern darf man diesen Teil des Textes nicht pressen. Jesus übernimmt die vorgegebenen Bildelemente, ohne sie damit förmlich zu seiner Lehre über das Jenseits zu erheben. Die Substanz der Bilder, freilich bejaht, er ganz eindeutig. Insofern ist es doch nicht unwichtig, dass Jesus hier die Vorstellungen vom Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung aufgreift, die inzwischen Allgemeingut jüdischen Glaubens geworden waren. Der Reiche befindet sich im Hades als einem vorläufigen Ort, nicht in der Gehenna, in der Hölle, die der Name des Endzustandes ist, so Joachim Jeremias. Eine Auferstehung im Tod kennt Jesus nicht, aber das ist wie gesagt nicht die eigentliche Lehre, die der Herr uns mit diesem Gleichnis erteilen will. Es geht vielmehr, wie Joachim Jeremias überzeugend dargestellt hat, in einem zweiten Gipfel des Gleichnisses um die Zeichenforderung. Der Reiche Mann sagt vom Hades herauf zu Abraham, was so viele Menschen damals wie heute zu Gott sagen oder sagen möchten. Wenn du schon willst, dass wir dir glauben und unser Leben nach dem Offenbarungswort der Bibel einrichten, dann musst du deutlicher werden. Schick uns jemand aus dem Jenseits, der uns sagen kann, dass es wirklich so ist. Das Problem der Zeichenforderung, der Forderung nach größerer Evidenz der Offenbarung, durchzieht das ganze Evangelium. Die Antwort Abrahams wie die Antwort Jesu auf die Zeichenforderung seiner Zeitgenossen außerhalb des Gleichnisses ist klar. Wer dem Wort der Schrift nicht glaubt, der wird auch einem vom Jenseits kommenden nicht glauben. Die höchsten Wahrheiten können nicht in die gleiche empirische Evidenz gezwungen werden, die eben nur dem Materiellen eigen ist. Abraham kann den Lazarus nicht ins Vaterhaus des reichen Mannes schicken. Aber da fällt uns etwas auf. Wir denken an die Auferweckung des Lazarus von Bethanien, von der das Johannes-Evangelium berichtet. Was geschieht? Viele von den Juden glaubten an ihn, erzählt uns der Evangelist. Sie gehen zu den Pharisäern und berichten von dem Geschehenen, worauf sich das Synedrium versammelt, um zu beraten. Dort sieht man die Sache unter politischem Gesichtspunkt. Eine so entstehende Volksbewegung könnte die Römer auf den Plan rufen und eine gefährliche Situation herbeiführen. So beschließt man, Jesus zu töten. Das Wunder führt nicht zum Glauben, sondern zur Verhärtung. Johannes 11, 45-53 Aber unsere Gedanken werden noch weitergehen. Erkennen wir nicht hinter der Gestalt des Lazarus, der bedeckt von Wunden vor der Tür des reichen Mannes liegt, das Geheimnis Jesu, der außerhalb der Stadtmauern litt, Brief an die Hebräer 13, 12, und nackt ausgespannt am Kreuz, dem Spott und der Verachtung der Menge preisgegeben war, sein Leib voll Blut und Wunden. Ich aber bin wie ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott, vom Volk verachtet. Psalm 22, 7 Dieser wirkliche Lazarus ist auferstanden. Er ist gekommen, um es uns zu sagen. Wenn wir so in der Lazarus-Geschichte Jesu-Antwort auf die Zeichenforderung seiner Generation sehen, finden wir uns im Einklang mit der zentralen Antwort, die Jesus auf diese Forderung gegeben hat. Bei Matthäus lautet sie, Diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Inneren der Erde sein. Matthäus 12, 39 folgende. Bei Lukas lesen wir, diese Generation ist böse, sie fordert ein Zeichen, Leben als das Zeichen des Jonah. Denn wie Jonah für die Einwohner von Nineveh ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Lukas 11, 29 folgende. Wir brauchen hier nicht die Unterschiede dieser beiden Versionen zu analysieren. Eines ist klar, das Zeichen Gottes für die Menschen ist der Menschensohn ist Jesus selbst. Und er ist es zutiefst in seinem Pascha-Mysterium im Geheimnis von Tod und Auferstehung. Er selbst ist das Zeichen des Jonah. Er, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist der wahre Lazarus. Ihm, diesem großen Gotteszeichen zu glauben und zu folgen, lädt das Gleichnis uns ein, das mehr ist als ein Gleichnis. Es spricht von Wirklichkeit, von der entscheidenden Wirklichkeit der Geschichte überhaupt. Achtes Kapitel Die großen johannäischen Bilder Eins Einführung Die johannäische Frage Bei unserem Versuch, Jesus zuzuhören und ihn so kennenzulernen, haben wir uns bisher weitgehend an das Zeugnis der synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas gehalten und auf Johannes dabei nur gelegentlich einen Blick geworfen. So wird es Zeit, die Aufmerksamkeit dem in vieler Hinsicht ganz anders erscheinenden Jesusbild des vierten Evangelisten zuzuwenden. Unser Zuhören auf den Jesus der Synoptiker hat uns gezeigt, dass das Geheimnis seines Einsseins mit dem Vater immer gegenwärtig ist und das Ganze bestimmt, aber doch unter seiner Menschlichkeit auch verborgen bleibt. Wachsam gesehen haben es einerseits seine Gegner und andererseits haben die Jünger, die den betenden Jesus erlebten, ihm von Innenherr nahe werden durften, trotz allen Missverstehens immer mehr und in großen Augenblicken auch ganz unvermittelt dies Unerhörte zu erkennen begonnen. Bei Johannes erscheint es Gott sein Jesu unverhüllt. Seine Streitgespräche mit den jüdischen Tempelinstanzen bilden gleichsam zusammen schon den Prozess Jesu vor dem Hohen Rat, den Johannes dann auch im Gegensatz zu den Synoptikern gar nicht mehr eigens erwähnt. Diese Andersheit des Johannes Evangeliums, in dem wir keine Gleichnisse, sondern stattdessen große Bildreden hören und in dem der Hauptschauplatz des Wirkens Jesu von Galiläa nach Jerusalem verlegt ist, hat die moderne kritische Forschung veranlasst, dem Text, mit Ausnahme des Passionsberichts und einiger Einzelheiten, die Historicität abzusprechen und ihn als eine späte theologische Rekonstruktion zu betrachten. Er würde uns den Stand einer weitentwickelten Christologie vermitteln, aber keine Quelle für die Erkenntnis des historischen Jesus bilden können. Die radikalen Spätdatierungen, die man demgemäß versuchte, musste man aufgeben, weil Papyrus Funde aus Ägypten, die zu Beginn des zweiten Jahrhunderts zu datieren sind, klar machten, dass das Evangelium noch im ersten Jahrhundert, wenn auch an dessen Ende entstanden sein muss, aber die Absage an den historischen Charakter des Evangeliums wurde davon nicht berührt. Für die Auslegung des Johannes-Evangeliums wurde in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts weiterhin prägend der 1941 in erster Auflage erschienene Johannes-Kommentar von Rudolf Bultmann. Für ihn steht fest, dass die bestimmenden Tendenzen des Johannes-Evangeliums nicht im Alten Testament und im Judentum der Zeit Jesu zu suchen sind, sondern in der Gnosis liegen. Bezeichnet ist der Satz, indessen ist der Gedanke der Menschwerdung des Erlösers nicht etwa aus dem Christentum in die Gnosis gedrungen, sondern ist ursprünglich gnostisch. Er ist vielmehr schon sehr früh vom Christentum übernommen und für die Christologie fruchtbar gemacht worden. Rudolf der absolute Logos kann nur aus der Gnosis stammen. Der Leser fragt sich, woher weiß Bultmann das? Bultmanns Antwort ist verblüffend. Muss auch das Ganze dieser Anschauung im Wesentlichen aus Quellen rekonstruiert werden, die jünger als Johannes sind, so steht doch ihr höheres Alter einwandfrei fest. An dieser entscheidenden Stelle Irrt Bultmann. Martin Hengel hat in seiner 1975 in erweiterter Form veröffentlichten Tübinger Antrittsvorlesung »Der Sohn Gottes«, den angeblichen Mythos von der Sendung des Sohnes Gottes in die Welt als eine pseudowissenschaftliche Mythenbildung bezeichnet und dazu festgestellt, in Wirklichkeit gibt es keinen in den Quellen nachweisbaren chronologisch vorchristlichen gnostischen Erlösermythos. Die Gnosis selbst wird als geistige Bewegung frühestens am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus sichtbar und entfaltet sich voll erst im zweiten Jahrhundert. Die Johannes-Forschung hat in der Generation nach Bultmann eine radikale Wendung genommen, deren Ertrag man in Hengels Buch die johannäische Frage gründlich diskutiert und dargestellt finden kann. Wenn wir vom heutigen Forschungsstand her auf Bultmanns Johannes Interpretation zurückblicken, wird wieder einmal sichtbar, wie wenig hohe Wissenschaftlichkeit vor tiefgehenden Irrtümern schützen kann. Was aber sagt uns die heutige Forschung? Nun, sie hat endgültig bekräftigt und erweitert, was im Kern auch Bultmann schon wusste, dass das vierte Evangelium auf außerordentlich genauen Orts- und Zeitkenntnissen beruht, also nur von jemandem stammen kann, der sich im Palästina der Zeit Jesu wirklich auskannte. Darüber hinaus ist deutlich geworden, dass das Evangelium ganz vom Alten Testament, von der Tora her denkt und argumentiert, so Rudolf Pesch, und mit seiner ganzen Argumentationsform tief im Judentum der Zeit Jesu verwurzelt ist. Die Sprache des Evangeliums, die Bultmann als Gnostisch ansah, zeigt diese innere Beheimatung des Buches unverwechselbar an. Das Werk ist in schlichtem, von der Sprache jüdischer Frömmigkeit gesättigten, nichtliterarischem, koinägriechisch geschrieben, wie es auch von der Mittel- und Oberschicht etwa in Jerusalem gesprochen wurde, wo man aber zugleich in der heiligen Sprache die Schrift las, betete und diskutierte. Vergleiche Martin Hengel die johannäische Frage. Hengel weist auch darauf hin, dass sich in herodianischer Zeit eine eigene, mehr oder weniger hellenisierte jüdische Oberschicht mit einer besonderen Kultur in Jerusalem herausgebildet hat und sie dementsprechend die Herkunft des Evangeliums in der Jerusalemer Priesteraristokratie. Eine Bestätigung dafür mag man in der kleinen Notiz sehen, die wir in Johannes 18, 15 folgende finden. Da wird erzählt, wie Jesus nach seiner Verhaftung zur Vernehmung zu den Hohen Priestern geführt wird und inzwischen Simon Petrus und ein anderer Jünger Jesus folgen, um zu erfahren, was nun geschehen würde. Über den anderen Jünger wird nun gesagt, dieser Jünger war mit dem Hohen Priester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohen Priesterlichen Palastes. Seine Beziehungen im Haus des Hohen Priesters waren derart, dass es ihm möglich war, auch Petrus Zutritt zu verschaffen, wodurch dann freilich die Situation entstand, die zur Verleugnung führte. Der Jüngerkreis reichte demnach in der Tat bis in die Hohen Priester Aristokratie hinein, in deren Sprache das Evangelium weitgehend spricht. So sind wir aber nun bei zwei entscheidenden Fragen angelangt, um die es bei der johenäischen Frage letztlich geht. Wer ist der Verfasser dieses Evangeliums? Wie steht es um seine historische Glaubwürdigkeit? Versuchen wir uns der ersten Frage zu nähern. Das Evangelium selbst macht in der Passionsgeschichte dazu eine klare Aussage. Es wird berichtet, dass einer der Soldaten mit einer Lanze in Jesu Seite stieß und sogleich floß Blut und Wasser heraus. Darauf folgen die gewichtigen Worte Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Johannes 19, 35 Das Evangelium führt sich auf einen Augenzeugen zurück und es ist klar, dass dieser Augenzeuge eben der Jünger ist, von dem vorher erzählt wird, dass er unter dem Kreuz stand und der Jünger war, den Jesus liebte. Johannes 19, 26 Noch noch einmal wird dann in Johannes 21, 24 dieser Jünger als Verfasser des Evangeliums genannt. Seine Gestalt begegnet uns außerdem in Johannes 13, 23, 20, 2-10 und 21, 7 und wohl auch Johannes 1, 35 und 40 sowie Johannes 18, 15 folgende. Diese Aussagen über die äußere Herkunft des Evangeliums werden in der Fußwaschungsgeschichte vertieft, zu einem Hinweis auf seine innere Quelle. Dort wird von diesem Jünger gesagt, dass er beim Mahl an der Seite Jesu seinen Platz hatte und bei der Frage nach dem Verräter sich zurücklehnte an die Brust Jesu. Johannes 13, 25 Dieses Wort ist in bewusster Parallele zum Ende des Johannes Prologs formuliert, wo es über Jesus heißt, Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Johannes 1, 18 Wie Jesus, der Sohn, aus seinem Ruhen am Herzen des Vaters und dessen Geheimnis weiß, so hat der Evangelist gleichsam aus dem Herzen Jesu aus seinem inneren Ruhen dort seine Erkenntnis gewonnen. Aber wer ist nun dieser Jünger? Das Evangelium identifiziert ihn nie direkt mit Namen. Es führt in der Verbindung mit Petrus wie mit den anderen Jünger Berufungen an die Gestalt des Zebedaiden Johannes heran, vollzieht aber diese Identifikation nicht direkt. Es lässt offensichtlich ganz bewusst ein Geheimnis stehen. Die Apokalypse Offenbarung 1, 1 und 4 nennt allerdings ausdrücklich Johannes als ihren Verfasser, aber trotz der nahen Beziehung zwischen der Apokalypse und dem Evangelium wie den Briefen bleibt die Frage offen, ob der Verfasser ein und derselbe ist. Ulrich Wilkens hat in seiner umfänglichen Theologie des Neuen Testaments jüngst wieder die These entwickelt, dass der Lieblingsjünger nicht als historische Figur zu betrachten sei, sondern grundsätzlich für eine Struktur des Glaubens stehe. Allein die Schrift gibt es nicht ohne die lebendige Stimme des Evangeliums und diese nicht ohne das persönliche Zeugnis eines Christen in der Funktion und Autorität des geliebten Jüngers, in dem Amt und Geist sich verbinden und gegenseitig bedingen. So richtig diese Strukturaussage ist, so ungenügend bleibt sie. Wenn der Lieblingsjunge im Evangelium ausdrücklich die Funktion des Zeugen für die Wahrheit des Geschehenen übernimmt, so stellt er sich als lebendige Person dar. Er will für historisch Geschehenes als Zeuge einstehen und beansprucht damit selbst den Rang einer historischen Gestalt. Andernfalls werden diese Sätze, die Ziel und Qualität des ganzen Evangeliums bestimmen, entleert. Seit Irenaeus von Lyon, gestorben ca. 202, sieht die kirchliche Tradition einhellig Johannes den Zebedaiden als den Lieblingsjünger und den Verfasser des Evangeliums an. Das passt mit den Identifizierungs Andeutungen des Evangeliums zusammen, das uns ja auf jeden Fall auf einen Apostel und Weggefährten Jesu von der Taufe am Jordan bis zum Abendmahl zum Kreuz und zur Auferstehung verweist. In der Neuzeit sind freilich gegen diese Identifizierung immer stärkere Zweifel angemeldet worden. Kann der Fischer vom See Genezareth dieses hohe Evangelium der Schauungen ins tiefste von Gottes Geheimnis hineingeschrieben haben? Kann er, der Galiläer und Handwerker, der Jerusalemer Priester Aristokratie ihrer Sprache, ihrem Denken so verbunden gewesen sein, wie der Evangelist es tatsächlich ist? Kann er mit der hohe priesterlichen Familie verwandt gewesen sein, wie es der Text andeutet? Johannes 18, 15 Nun hat im Anschluss an Studien von Jean Colson, Jacques Vinandie und Marie Émile Bois Mar, der französische Exeget Henri Cazelle mit einer Studie über die Soziologie der Priesterschaft des Tempels, vor dessen Zerstörung gezeigt, dass eine solche Identifizierung durchaus möglich ist. Die Priester versahen ihren Dienst turnusmäßig zweimal im Jahr. Er dauerte dann jeweils eine Woche. Nach Beendigung des Dienstes kehrte der Priester in sein Land zurück. Es war durchaus nichts Ungewöhnliches, dass er auch noch einen Beruf ausübte, mit dem er seinen Lebensunterhalt verdiente. Im Übrigen geht aus dem Evangelium hervor, dass Zebedeus kein einfacher Fischer war, sondern mehrere Tagelöhner beschäftigte, weshalb es auch seinen Söhnen möglich war, ihn zu verlassen. Zebedeus kann also sehr wohl ein Priester sein, gleichzeitig aber auch sein Besitztum in Galiläa haben, wobei die Fischerei am See ihm hilft, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Er hatte wohl nur ein Absteigequartier, neben Leben oder in jenem von Essenern bewohnten Stadtteil von Jerusalem. Eben jenes Mal, währenddessen dieser Jünger an Jesu Brust ruhte, fand an einem Ort statt, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach in einem von Essenern bewohnten Teil der Stadt befand. In dem Absteigequartier des Priesters Zebedeus, der das obere Zimmer Jesus und den Zwölfen überließ. Interessant ist in diesem Zusammenhang noch ein anderer Hinweis in dem Beitrag von Kasell. Nach jüdischem Brauch saß der Hausherr oder in dessen Abwesenheit wie hier sein erstgeborener Sohn zur Rechten des Gastes das Haupt an dessen Brust gelehnt. Wenn so auch und gerade beim heutigen Forschungsstand durchaus möglich ist, im Zebedaiden Johannes jenen Zeugen zu sehen, der feierlich für seine Augen Zeugenschaft eintritt und sich damit als der wahre Autor des Evangeliums identifiziert, so gibt die Komplexität in der Redaktion des Evangeliums doch weitere Fragen auf. In diesem Zusammenhang ist eine Nachricht des Kirchenhistorikers Eusebius von Caesarea gestorben ca. 338 wichtig. Eusebius berichtet uns von einem fünfbändigen Werk des ca. 120 gestorbenen Bischofs Papias von Hierapolis, der darin erwähnt habe, er habe die heiligen Apostel selbst nicht mehr gekannt oder gesehen, aber die Glaubenslehre von solchen empfangen, die den Aposteln nahe gestanden hätten. Er spricht dabei von anderen, die ebenfalls jünger des Herrn gewesen seien und nennt die Namen Aristion und einen Presbyter Johannes. Wichtig ist nun, dass er zwischen dem Apostel und Evangelisten Johannes einerseits und dem Presbyter Johannes andererseits unterscheidet. Während er den ersteren persönlich nicht mehr gekannt habe, sei er dem letzteren selbst begegnet. Diese Nachricht ist durchaus beachtenswert. Aus ihr und aus verwandten Indizien ergibt sich, dass in Ephesus so etwas wie eine Johannesschule bestand, die sich auf den Lieblingsjünger Jesu selbst zurückführte, in der aber dann ein Presbyter Johannes als die bestimmende Autorität waltete. Dieser Presbyter Johannes erscheint im zweiten und im dritten Johannes Brief, jeweils 1,1, als Absender und Verfasser des Briefes schlicht unter dem Titel der Presbyter, ohne die Namensangabe Johannes. Er ist ganz offensichtlich mit dem Apostel nicht identisch, so dass wir hier im kanonischen Text ausdrücklich der geheimnisvollen Gestalt des Presbyters begegnen. Er muss dem Apostel eng verbunden gewesen sein, vielleicht sogar noch Jesus selbst kennengelernt haben. Nach dem Tod des Apostels galt er ganz und gar als der Träger seines Erbes. In der Erinnerung sind schließlich beide Gestalten immer mehr ineinander geflossen. Jedenfalls dürfen wir dem Presbyter Johannes eine wesentliche Funktion bei der endgültigen Textgestaltung des Evangeliums zuschreiben, bei der er sich doch immer als Treuhänder der vom Zebedaiden empfangenen Überlieferung wusste. Ich kann mit Überzeugung der Schlussfolgerung zustimmen, die Peter Stuhlmacher aus den eben dargestellten Befunden gezogen hat. Für ihn gilt, dass die Inhalte des Evangeliums auf den Jünger zurückgehen, den Jesus besonders geliebt hat. Der Presbyter hat sich als sein Tradent und Sprachrohr verstanden. In ähnlichem Sinn sagen Eugen Ruckstuhl und Peter Dschulnig, der Verfasser des Johannes-Evangeliums ist gleichsam der Nachlassverwalter des Vorzugsjüngers. Mit diesen Feststellungen haben wir bereits einen entscheidenden Schritt für die Fragen nach der historischen Glaubwürdigkeit des vierten Evangeliums getan. Hinter ihm steht letztlich ein Augenzeuge und auch die konkrete Redaktion ist im lebendigen Kreis seiner Schüler maßgebend durch einen ihm vertrauten Jünger geschehen. In diese Richtung denkend schreibt Stuhlmacher man könne vermuten, dass in der Johannesschule der Denk- und Lehrstil fortgeführt worden ist, der vor Ostern die internen Lehrgespräche Jesu mit Petrus, Jakobus und Johannes sowie dem Zwölferkreis insgesamt bestimmt hat. Während die synoptische Tradition erkennen lässt, wie die Apostel und ihre Schüler im kirchlichen Missions- und Gemeindeunterricht von Jesus gesprochen haben, hat man im Johanniskreis auf der Grundlage und unter der Voraussetzung dieses Unterrichts weitergedacht und das Offenbarungsgeheimnis der Selbsterschließung Gottes in dem Sohn erörtert. Dem gegenüber müsste man allerdings sagen, dass nach dem Text des Evangeliums selbst uns weniger interne Lehrgespräche Jesu begegnen, als vielmehr seine Auseinandersetzung mit der Tempelaristokratie, in der sich geradezu schon vorweg seinen Prozess abspielt, in der die Frage, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten, Markus 14, 61, in verschiedenen Formen notwendig immer mehr zum Zentrum der ganzen Auseinandersetzung wird, in der so von selbst immer dramatischer der Sohnes Anspruch Jesu erscheint und erscheinen muss. Überraschend ist, dass Martin Hengel, von dem wir so viel über die historische Verwurzelung des Evangeliums in der Jerusalemer Priesteraristokratie und damit im realen Lebenskontext Jesu gelernt haben, in seiner Diagnose über den historischen Charakter des Textes erstaunlich negativ oder behutsamer gesagt extrem vorsichtig bleibt. Er sagt, das vierte Evangelium ist eine weitgehende, aber keine völlig freie Jesusdichtung. Radikale Skepsis führt hier ebenso in die Irre wie naives Zutrauen. Einerseits muss das, was nicht als historisch zu erweisen ist, längst noch nicht bloße Fiktion sein, andererseits hat für den Evangelisten und seine Schule nicht die historische, banale Erinnerung an Vergangenes, sondern der deutende, in die Wahrheit leitende Geist Paraklet das letzte Wort. Vergleiche Martin Hengel die johannäische Frage. Dem gegenüber steht die Frage auf, was bedeutet diese Gegenüberstellung? Was macht historische Erinnerung banal? Kommt es auf die Wahrheit des Erinnerten an oder nicht? Und in welche Wahrheit kann der Paraklet leiten, wenn er das historische als banal hinter sich lässt? Noch drastischer erscheint die Problematik solcher Gegenüberstellungen in der Diagnose von Ingo Broer? Das Johannesevangelium steht so als literarisches Werk, das vom Glauben zeugt und den Glauben stärken will vor unseren Augen und nicht als historischer Bericht. Von welchem Glauben zeugt es, wenn es sozusagen die Geschichte hinter sich gelassen hat? Wie stärkt es den Glauben, wenn es sich als historisches Zeugnis und dies mit großem Nachdruck präsentiert und doch nicht historisch berichtet? Ich denke, dass wir hier vor einem falschen Begriff des Historischen wie vor einem falschen Begriff des Glaubens und des Parakleten stehen. Ein Glaube, der das Historische so fallen lässt, wird wirklich Gnosis. Er lässt das Fleisch, die Fleischwerdung, eben die wahre Geschichte hinter sich. Wenn man unter historisch versteht, dass die mitgeteilten Reden Jesu sozusagen den Charakter einer Tonband-Nachschrift haben müssen, um als historisch authentisch anerkannt zu werden, dann sind die Reden des Johannesevangeliums nicht historisch. Aber dass sie auf diese Art von Wörtlichkeit nicht Anspruch erheben, bedeutet keineswegs, dass sie sozusagen Jesus-Dichtungen sind, die man im Kreis der Johannesschule allmählich entworfen hätte, wofür man dann die Führung des Parakleten in Anspruch genommen haben würde. Der wirkliche Anspruch des Evangeliums ist es, den Inhalt der Reden, Jesu Selbstzeugnis in den großen Jerusalemer Auseinandersetzungen richtig wiedergegeben zu haben, sodass die Leser wirklich den entscheidenden Inhalten dieser Botschaft und in ihr der authentischen Gestalt Jesu begegnen. Wir kommen der Sache näher und können die besondere Art von Historizität, um die es im vierten Evangelium geht, genauer bestimmen, wenn wir auf die Zuordnung der verschiedenen Faktoren achten, die Martin Hengel als bestimmend für die Komposition des Textes ansieht. Zu diesem Evangelium gehören nach ihm der theologische Gestaltungswille des Autors, seine persönliche Erinnerung, die kirchliche Tradition und damit zugleich die geschichtliche Wirklichkeit, von der Hengel erstaunlicherweise sagt, dass der Evangelist sie verändert, ja sagen wir ruhig, vergewaltigt hat. Schließlich, wir hörten es eben, habe nicht die Erinnerung an Vergangenes, sondern der deutende, in die Wahrheit leitende Geistparaklet das letzte Wort. Vergleiche Martin Hengel die johannäische Frage So wie Hengel diese fünf Elemente neben und in gewisser Hinsicht gegeneinander stellt, ergibt ihr Gefüge keinen rechten Sinn. Denn wie soll der Paraklet das letzte Wort haben, wenn der Evangelist zuvor die geschichtliche Wirklichkeit vergewaltigt hat? Wie stehen der Gestaltungswille des Evangelisten, seine persönliche Verkündigung und die kirchliche Tradition zueinander? Ist der Gestaltungswille bestimmender als die Erinnerung, sodass in seinem Namen die Wirklichkeit vergewaltigt werden darf? Wodurch legitimiert sich dann dieser Gestaltungswille? Wie spielt er mit dem Parakleten zusammen? Ich denke, die fünf von Hengel dargestellten Elemente seien tatsächlich die wesentlichen Kräfte, die die Komposition des Evangeliums bestimmt haben, aber sie müssen in einer anderen inneren Zuordnung und damit auch im Einzelnen in einer veränderten Bedeutung gesehen werden. Zunächst gehören die Elemente zwei und vier persönliche Erinnerung und geschichtliche Wirklichkeit zusammen. Sie miteinander das, was die Väter als das den Wortsinn eines Textes bestimmende Faktum Historikum bezeichnen, die äußere Seite des Geschehens, das der Evangelist teils aus eigener Erinnerung, teils aus kirchlicher Tradition kennt. Ohne Zweifel waren ihm die synoptischen Evangelien in der einen oder anderen Version vertraut. Er will als Zeuge von Geschehenem berichten. Niemand hat gerade diese Dimension des wirklich Geschehenen das Fleisch der Geschichte so sehr betont wie Johannes. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit Augen gesehen, was wir geschaut, was unsere Hände angefasst haben, das haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart. Wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Erster Johannesbrief 1,1 folgende Erinnern, sondern es ist Erinnern in und mit dem Wir der Kirche. Was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut, was unsere Hände angerührt haben. Und das Subjekt des Erinnerns ist bei Johannes immer das Wir. Er erinnert sich in und mit der Gemeinschaft der Jünger, in und mit der Kirche. So sehr der Verfasser als Einzelner, als Zeuge hervortritt, so sehr ist das Subjekt des Erinnerns, das hier spricht, immer das Wir der Jünger Gemeinschaft, das Wir der Kirche. Weil das Erinnern, das die Grundlage des Evangeliums bildet, durch die Einfügung in das Gedächtnis der Kirche gereinigt und vertieft wird, ist darin in der Tat das bloß banale Tatsachengedächtnis überschritten. An drei wichtigen Stellen seines Evangeliums gebraucht Johannes das Wort Erinnern und gibt uns so den Verstehensschlüssel für das, was bei ihm Gedächtnis bedeutet. In dem Bericht über die Tempelreinigung steht das Wort Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Psalm 69 10 Johannes 2 17 Das geschehende Ereignis ruft die Erinnerung an ein Schriftwort wach und wird so über seine Faktizität hinaus verständlich. Das Gedächtnis lässt den Sinn des Faktums ans Licht treten und das Faktum auf diese Weise erst bedeutungsvoll werden. Es erscheint als ein Faktum in dem Logos ist, das aus dem Logos kommt und in ihn hineinführt. Der Zusammenhang von Jesu Wirken und Leiden mit Gottes Wort zeigt sich und so wird das Geheimnis Jesu selbst darin verständlich. Im Bericht über die Tempelreinigung folgt dann die Ankündigung Jesu, dass er in drei Tagen den zerstörten Tempel wieder aufrichten werde. Dazu sagt der Evangelist, Als er nun von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Johannes 2, 22. Die Auferstehung weckt das Erinnern, und das Erinnern im Licht der Auferstehung lässt den Sinn des vorher unbegriffenen Wortes erscheinen und stellt es wieder in den Zusammenhang der ganzen Schrift. Das Einssein von Logos und Faktum ist der Punkt, auf den das Evangelium abzielt. Noch einmal kehrt dann am Palmsonntag das Wort Erinnern wieder. Da wird erzählt, dass Jesus einen jungen Esel fand und sich darauf setzte, wie es in der Schrift geschrieben steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Johannes 12, 14 folgende Vergleiche Zacharia 9, 9. Dazu bemerkte Evangelist, dass alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass es so über ihn in der Schrift stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Johannes 12, 16. Wieder wird von einem Ereignis berichtet, dass zunächst als bloßes Faktum dasteht. Und wieder sagt uns der Evangelist, dass den Jünger nach der Auferstehung ein Licht aufging, das nun das Faktum zu verstehen lehrte. Nun erinnern sie sich. Ein Schriftwort, das ihnen vorher nichts bedeutet hatte, wird nun in seinem von Gott vorhergesehenen Sinn verständlich und gibt dem äußeren Vorgang seine Bedeutung. Die Auferstehung lehrt ein neues Sehen. Sie deckt den Zusammenhang zwischen den Worten der Propheten und dem Schicksal Jesu auf. Sie weckt die Erinnerung. Das heißt, sie ermöglicht das Eintreten in die innere Seite der Geschehnisse, in den Zusammenhang von Gottes Reden und Handeln. Mit diesen Texten gibt uns der Evangelist selbst die entscheidenden Fingerzeige dafür, wie sein Evangelium komponiert ist, aus welcher Vision es kommt. Es beruht auf dem Erinnern des Jüngers, das aber Miterinnern im Wir der Kirche ist. Dieses Erinnern ist ein vom Heiligen Geist geführtes Verstehen. Erinnernd tritt der Glaubende in die tiefen Dimension des Geschehenen ein und sieht, was zunächst und bloß äußerlich nicht zu sehen war. Aber so entfernt er sich nicht von der Wirklichkeit, sondern erkennt sie tiefer und sieht so die Wahrheit, die sich im Faktum verbirgt. Im Erinnern der Kirche geschieht, was der Herr den Seinen im Abendmahlssaal vorhergesagt hatte. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Johannes 16, 13 Was Johannes in seinem Evangelium über das Erinnern sagt, das Verstehen und Weg in die ganze Wahrheit wird, berührt sich sehr eng mit dem, was Lukas über das Erinnern der Mutter Jesu erzählt. An drei Stellen der Kindheitsgeschichte schildert uns Lukas diesen Vorgang des Erinnerns. Zuerst in dem Bericht über die Verkündigung der Empfängnis Jesu durch den Erzengel Gabriel. Da sagt uns Lukas, dass Maria über den Gruß erschrak und in einen inneren Dialog darüber eintrat, was der Gruß zu bedeuten habe. Die wichtigsten Stellen finden sich in dem Bericht über die Huldigung der Hirten. Dazu sagt uns der Evangelist, Maria bewahrte all diese Wirklichkeiten und setzte sie in ihrem Herzen zusammen. Lukas 2,19 Am Schluss der Erzählung vom zwölfjährigen Jesus heißt es noch einmal, seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. 2,51 Das Gedächtnis Marias ist zunächst ein Festhalten der Geschehnisse in der Erinnerung, aber es ist mehr als das, ein innerer Umgang mit dem Geschehenen. Dadurch dringt sie in die Innenseite ein, sieht die Vorgänge in ihrem Zusammenhang und lernt sie zu verstehen. Auf eben dieser Art von Erinnerung beruht das Johannesevangelium, das den Begriff des Gedächtnisses als Gedächtnis des Wir, der Jünger, der Kirche weiter vertieft. Dieses Erinnern ist kein bloß psychologischer oder intellektueller Vorgang, es ist ein pneumatisches Geschehen. Das Erinnern der Kirche ist eben nichts bloß Privates, es überschreitet die Sphäre des eigenen menschlichen Verstehens und Wissens. Es ist ein Geführt Werden durch den Heiligen Geist, der uns den Zusammenhang der Schrift, den Zusammenhang von Wort und Wirklichkeit zeigt und uns so in die ganze Wahrheit führt. Im Grunde ist hier auch Wesentliches über den Begriff der Inspiration gesagt. Das Evangelium kommt aus menschlichem Erinnern und setzt die Gemeinschaft der Erinnernden in diesem Fall ganz praktisch die Schule des Johannes und zuvor die Jünger Gemeinschaft voraus. Aber weil der Autor mit dem Gedächtnis der Kirche denkt und schreibt, darum ist das Wir, dem er zugehört, offen über das eigene hinaus und wird im tiefsten vom Geist Gottes geführt, der der Geist der Wahrheit ist. In diesem Sinn eröffnet das Evangelium auch seinerseits einen Weg des Verstehens, der immer an dieses Wort gebunden bleibt und der doch Generation um Generation stets neu in die Tiefe der ganzen Wahrheit führen kann und soll. Das bedeutet, dass das Johannes-Evangelium als pneumatisches Evangelium zwar nicht einfach eine Art von stenografischen Nachschriften der Worte und Wege Jesu liefert, sondern uns über das Äußere hinaus Kraft des erinnernden Verstehens in die von Gott herkommende und zu Gott hinführende Tiefe des Wortes und der Ereignisse geleitet. Das Evangelium ist als solches Erinnern und das bedeutet, es bleibt bei der geschehenen Wirklichkeit und ist nicht Jesus-Dichtung, nicht Vergewaltigung des historisch Geschehenen. Es zeigt uns vielmehr wirklich den, der Jesus war und zeigt uns so gerade den, der nicht nur war, sondern ist, der immerfort im Präsens sagen kann, ich bin. Er Abraham wurde, bin ich, Johannes 8,58. Es zeigt uns den wirklichen Jesus und wir dürfen es getrost als Quelle über Jesus benutzen. Bevor wir uns nun den großen johannäischen Bildreden zuwenden, mögen noch zwei generelle Hinweise zur Eigenart des Johannes-Evangeliums nützlich nützlich sein. Während Bultmann das Evangelium in der Gnosis verwurzelt und damit dem alttestamentlichen und dem jüdischen Grund entfremdet sah, ist der neuen Forschung wieder deutlich geworden, dass Johannes ganz auf dem Alten Testament gründet. Über mich hat Mose geschrieben, sagt Jesus zu seinen Gegnern, Johannes 5,46. Schon zu Beginn, bei den Berufungsgeschichten, hatte Philippus zu Nathanael gesagt, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. 1,45. Dies auszuführen und zu begründen, ist der letzte Inhalt der Reden Jesu. Er bricht nicht die Tora, sondern bringt ihren ganzen Sinn ans Licht und erfüllt ihn ganz. Der Zusammenhang zwischen Jesus und Mose erscheint aber vor allem programmatisch am Ende des Prologs. An dieser innere Schlüssel zum Evangelium geliefert. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Johannes 1, 16 bis Buch begonnen mit der Prophezeiung des Mose »Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören«. Deuteronomium 18, 15 Wir hatten gesehen, dass das Buch Deuteronomium, in dem sich diese Prophezeiung findet, mit der Bemerkung endet »Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten, der den Herrn von Angesicht zu Angesicht kannte« 34, 10 Die große Verheißung war bis zur Stunde unerfüllt geblieben. Nun ist er da, der, der wirklich am Herzen des Vaters ruht, der Einzige, der ihn gesehen hat und sieht und aus diesem Sehen spricht, der, von dem daher gilt, auf ihn sollt ihr hören. Markus 9, 7 Deuteronomium 18, 15 Die Mose Verheißung ist übererfüllt in der überfließenden Art, in der Gott zu schenken pflegt. Der Gekommene ist mehr als Mose, er ist mehr als ein Prophet, er ist der Sohn. Und darum kommen nun Gnade und Wahrheit zum Vorschein, nicht als Zerstörung, sondern als Erfüllung des Gesetzes. Der zweite Hinweis gilt dem liturgischen Charakter des Johannes-Evangeliums. Es erhält seinen Rhythmus vom Festkalender Israels. Die großen Feste des Gottesvolkes geben die innere Gliederung von Jesu Weg und öffnen zugleich den tragenden Grund, aus dem sich Jesu Botschaft erhebt. Gleich am Anfang des Wirkens Jesu steht das Pascha-Fest der Juden, von dem her sich das Thema des wahren Tempels und damit das Thema von Kreuz und Auferstehung ergibt. Johannes 2, 13-25 Die Heilung des Gelähmten, die der Anlass zur ersten großen öffentlichen Rede Jesu in Jerusalem wird, ist wieder mit einem Fest der Juden verbunden, 5-1, wahrscheinlich dem Wochenfest Pfingsten. Die Brotvermehrung und die sie auslegende Brotrede, die große eucharistische Rede des Johannes-Evangeliums, stehen im Zusammenhang mit dem Pascha-Fest, 6-4. Die nächste große Rede Jesu mit der Verheißung der Ströme von lebendigem Wasser hat ihren Ort im Kontext des Laubhütten-Festes, 7-38 folgende. Schließlich begegnen wir Jesus erneut in Jerusalem im Winter beim Tempel-Weih-Fest Chanukkah, 10-22. Jesu Weg vollendet sich in seinem letzten Pascha-Fest, 12-1, in dem er selbst als das wahre Osterlamm sein Blut am Kreuz vergießen wird. Wir werden aber sehen, dass das hohe priesterliche Gebet Jesu, das eine subtile eucharistische Theologie als Theologie seines Kreuzes Opfers enthält, ganz aus dem theologischen Gehalt des Versöhnungsfestes heraus entwickelt wird, so dass auch dieses grundlegende Fest Israels bestimmend in die Gestalt von Jesu Wort und Werk einfließt. Im nächsten Kapitel werden wir überdies sehen, dass die von den Synoptikern erzählte Geschichte von der Verklärung Jesu im Rahmen von Versöhnungs- und Laubhütten feststeht und so auf den gleichen theologischen Hintergrund verweist. Nur wenn wir diese liturgische Verwurzelung der Reden Jesu, ja der ganzen Struktur des Johannes-Evangeliums gegenwärtig halten, können wir seine Lebendigkeit und Tiefe verstehen. Alle jüdischen Feste haben, wie noch ausführlicher zu zeigen sein wird, einen dreifachen Grund. Am Anfang stehen Feste der Naturreligionen, die Verknüpfung mit der Schöpfung und mit dem Gottsuchen der Menschheit durch die Schöpfung hindurch. Daraus werden dann Feste des Erinnerns, Gedenken und Vergegenwärtigung der Heilstaten Gottes. Und schließlich wird Erinnerung immer mehr Hoffnung auf die kommende vollendete Heilstat, die noch aussteht. So wird klar, dass die Reden Jesu im Johannesevangelium nicht Streitigkeiten über vorgeschobene metaphysische Fragen sind, sondern die ganze Dynamik der Heilsgeschichte in sich tragen und zugleich in der Schöpfung verwurzelt sind. Sie verweisen letztlich auf den, der von sich einfach sagen kann, ich bin. Es wird sichtbar, wie die Reden Jesu auf den Gottesdienst und insofern auf das Sakrament verweisen und zugleich das Fragen und Suchen aller Völker einbeziehen. Nach diesen einführenden Überlegungen wird es Zeit, die großen Bildkomplexe etwas näher ins Auge zu fassen, die uns im vierten Evangelium begegnen. 2. Die großen Bilder des Johannes-Evangeliums Das Wasser Wasser ist Urelement des Lebens und daher auch eines der Ursymbole der Menschheit. Es begegnet dem Menschen in verschiedenen Gestalten und so auch in verschiedener Sinngebung. Da ist zunächst die Quelle, das frisch aus dem Schoß der Erde entspringende Wasser. Die Quelle ist Ursprung, Anfang, in seiner noch ungetrübten und unverbrauchten Reinheit. So erscheint die Quelle als eigentlich schöpferisches Element, auch als Symbol der Fruchtbarkeit der Mutterschaft. An zweiter Stelle steht der Fluss. Die großen Ströme, Nil, Euphrat und Tigris, sind die großen, geradezu göttlich erscheinenden Lebensspender in den großen Ländern, die Israel umgeben. In Israel ist es der Jordan, der dem Land das Leben gewährt. Bei der Taufe Jesu haben wir allerdings gesehen, dass die Symbolik des Stroms auch eine andere Seite aufweist. Mit seiner Tiefe verkörpert er auch Gefahr. Der Abstieg in die Tiefe kann daher den Abstieg in den Tod und das Aufsteigen daraus die Wiedergeburt bedeuten. Schließlich ist er endlich das Meer, als bewunderte und in seiner Majestät bestaunte Macht, aber doch vor allem gefürchtet als Antipode zur Erde, dem Lebensraum des Menschen. Der Schöpfer hat dem Meer seine Grenze gewiesen, die es nicht überschreiten darf. Es darf die Erde nicht verschlingen. Der Durchzug durch das Rote Meer ist für Israel vor allem zum Symbol der Rettung geworden, aber verweist natürlich auch auf die Bedrohung, die den Ägyptern zum Verhängnis wurde. Wenn die Christen den Durchzug durchs Rote Meer als Vorausdarstellung der Taufe ansehen, dann steht zunächst die Todessymbolik des Meeres im Vordergrund. Es wird zum Bild für das Kreuzes Geheimnis. Um wiedergeboren zu werden, muss der Mensch zunächst mit Christus in das Rote Meer eintreten, mit ihm in den Tod hinuntersteigen, um so dann neu mit dem Auferstandenen zum Leben zu gelangen. Aber kommen wir nun nach diesen allgemeinen Hinweisen auf die religionsgeschichtliche Symbolik des Wassers zum Johannesevangelium. Die Symbolik des Wassers durchzieht das Evangelium vom Anfang bis zum Ende. Sie begegnet uns zuerst im Nikodemus-Gespräch des dritten Kapitels, Um ins Reich Gottes eingehen zu können, muss der Mensch neu, ein anderer werden, er muss wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. 3,5 Was bedeutet das? Die Taufe als Eingang in die Christusgemeinschaft wird uns als Wiedergeburt interpretiert, zu der, in Analogie mit der natürlichen Geburt aus männlicher Zeugung und weiblicher Empfängnis, ein zweifaches Prinzip gehört. Göttlicher Geist und Wasser, die Allmutter natürlichen Lebens, im Sakrament durch Gnade erhöht zum Schwesterbild der jungfräulichen Theotokos. Vergleiche bei Elfotina Reich, Inbild des Kosmos. Zur Wiedergeburt gehört, anders gesagt, die schöpferische Macht von Gottes Geist, aber es gehört auch mit dem Sakrament der Mutterschoß der aufnehmenden und annehmenden Kirche dazu. Fotina Reich zitiert Tertullian »Nie war Christus ohne das Wasser« und legt dieses ein wenig rätselhafte Wort des Kirchenschriftstellers richtig aus. Nie war und ist Christus ohne die Ekklesia. Geist und Wasser, Himmel und Erde, Christus und Kirche gehören zusammen. So geschieht Wiedergeburt. Das Wasser steht im Sakrament für die mütterliche Erde, für die heilige Kirche, die die Schöpfung in sich aufnimmt und sie vertritt. Gleich unmittelbar anschließend im vierten Kapitel begegnen wir Jesus am Jakobsbrunnen. Der Herr verheißt der Samariterin Wasser, das in demjenigen, der es trinkt, zur Quelle wird, die ins ewige Leben hinein sprudelt, 414, so dass der Trinkende nie mehr dürstet. Hier ist die Symbolik des Brunnens mit der Heilsgeschichte Israels verbunden. Schon bei der Berufung des Nathanael hatte sich Jesus als der neue, größere Jakob offenbart. Jakob hatte über dem Stein, den er zum Schlafen als Kissen benutzte, in nächtlicher Vision Gottes Engel auf- und niedersteigen sehen. Jesus sagt dem Nathanael voraus, daß seine Jünger über ihm den Himmel offen und die Engel Gottes auf- und absteigen sehen werden. 1, 51 Hier am Jakobsbrunnen begegnen wir Jakob als dem großen Stammvater, der mit dem Brunnen Wasser, das Grundelement des Lebens, geschenkt hat. Aber im Menschen gibt es einen größeren Durst, über das Brunnenwasser hinaus, weil er nach einem Leben sucht, das über die biologische Sphäre hinausreicht. Wir werden derselben Spannung des Menschseins wieder beim Brotkapitel begegnen. Mose hat das Manna geschenkt, Brot vom Himmel gegeben, aber es war eben doch irdisches Brot. Das Manna ist eine Verheißung. Der neue Mose soll wieder Brot geben, aber abermals muss mehr gegeben werden, als das Manna sein konnte. Wieder zeigt sich der Ausgriff des Menschen ins Unendliche, auf ein anderes Brot hin, das wirklich Brot vom Himmel sein wird. So entsprechen sich die Verheißung des neuen Wassers und die des neuen Brotes. Sie entsprechen der anderen Dimension von Leben, nach der der Mensch unweigerlich verlangt. Johannes unterscheidet Bios und Zoe, das biologische Leben und jenes umfassende Leben, das selbst Quelle und daher dem Stirb und Werde nicht unterworfen ist, das die ganze Schöpfung prägt. So wird im Gespräch mit der Samariterin wiederum Wasser, wenn auch nun in anderer Weise zum Symbol des Pneuma, der eigentlichen Lebensmacht, die den tieferen Durst des Menschen stillt und ihm das ganze Leben schenkt, auf das er wartet, ohne es zu kennen. Im nächsten, im fünften Kapitel erscheint das Wasser eher im Vorübergehen. Es ist die Geschichte von dem seit 38 Jahren krank da niederliegenden Mann, der sich Heilung vom Einsteigen in den Bethesda-Teich verspricht, aber niemanden findet, der ihm hineinhilft. Jesus heilt ihn aus seiner Vollmacht heraus. Er vollbringt an dem Kranken, was der sich von der Berührung mit dem heilenden Wasser versprochen hatte. Im siebten Kapitel, das nach einer einleuchtenden Hypothese der modernen Exegeten ursprünglich wohl direkt dem fünften folgte, finden wir Jesus auf dem Laubhüttenfest mit seinem feierlichen Ritus der Wasserspende. Darüber werden wir gleich ausführlich handeln müssen. Dann begegnet uns die Symbolik des Wassers erneut im neunten Kapitel. Jesus heilt einen Blindgeborenen. Zum Vorgang der Heilung gehört es, dass der Leidende sich dem Auftrag Jesu gemäß im Teich Shiloach waschen muss. So erlangt er sein Augenlicht. Shiloach heißt übersetzt der Gesandte, kommentiert der Evangelist dazu für seine des hebräischen nichtkundigen Leser Johannes 9, 7. Aber dies ist mehr als eine philologische Anmerkung. Es wird uns der eigentliche Grund des Wunders genannt. Denn der Gesandte ist Jesus. Letzten Endes ist es Jesus, durch den und in dem er sich reinigen lässt, um sehend zu werden. Das ganze Kapitel erweist sich als Auslegung der Taufe, die uns sehend macht. Christus ist der Spender des Lichts, der uns durch die Vermittlung des Sakraments die Augen auftut. In ähnlicher und doch wieder anderer Bedeutung erscheint im dreizehnten Kapitel in der Stunde des letzten Mahles das Wasser bei der Fußwaschung. Jesus steht vom Mahl auf, legt sein Obergewand ab, umgürtet sich mit einem Leinentuch, gießt Wasser in eine Schüssel und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. 13 4 folgende Die Demut Jesu, der sich zum Sklaven der seinigen macht, ist das reinigende Fußbad, das die Menschen tischfähig werden lässt für den Tisch Gottes. Schließlich steht das Wasser noch einmal am Ende der Passion geheimnisvoll und groß vor uns. Da Jesus tot ist, werden seine Gebeine nicht zerschlagen, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floß Blut und Wasser heraus. 1934 Es besteht kein Zweifel, dass Johannes hier auf die zwei Hauptsakramente der Kirche Taufe und Eucharistie hinweisen will, die aus dem geöffneten Herzen Jesu entspringen und mit denen die Kirche so aus der Seite Jesu geboren wird. Johannes hat aber dann in seinem ersten Brief das Thema von Blut und Wasser noch einmal aufgenommen und ihm hier eine neue Wendung gegeben. Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei sind eins. Erster Johannesbrief 5, 6 bis 8 Hier ist ganz offenkundig eine polemische Wendung gegenüber einem Christentum gegeben, das zwar die Taufe Jesu als Heilseignis anerkennt, nicht aber seinen Tod am Kreuz. Es handelt sich um ein Christentum, das sozusagen nur das Wort, aber nicht Fleisch und Blut will. Der Leib Jesu und sein Tod spielen letztlich keine Rolle. So bleibt so bleibt Wasser übrig vom Christentum. Das Wort ohne die Leiblichkeit Jesu verliert seine Kraft. Christentum wird bloße Lehre, bloßer Moralismus und Sache des Intellekts, aber Fleisch und Blut fehlen ihm. Der erlösende Charakter von Jesu Blut wird nicht mehr angenommen. Er stört die intellektuelle Harmonie. Wer könnte da nicht Bedrohungen unseres gegenwärtigen Christentums erkennen? Wasser und Blut gehören zusammen, Inkarnation und Kreuz, Taufe, Wort und Sakrament sind untrennbar voneinander. Und das Pneuma muss dazukommen zu dieser Dreiheit des Zeugnisses. Rudolf Schnackenburg macht mit Recht darauf aufmerksam, dass dabei das Zeugnis des Geistes in der Kirche und durch die Kirche im Sinne von Johannes 15 26 und 16 10 gemeint ist. Vergleiche Johannesbriefe. Wenden wir uns nun den Offenbarungsworten Jesu im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest zu, die uns Johannes in 737 und folgende mitteilt. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte Jesus sich hin und rief, Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Im Hintergrund steht der Ritus des Festes, der darin bestand, dass man aus der Schiloach-Quelle Wasser schöpfte, um an den sieben Tagen des Festes im Tempel eine Wasserspende darzubringen. Am siebten Tag zogen die Priester siebenmal mit dem goldenen Wassergefäß um den Altar, bevor sie die Ausgießung vollzogen. Diese Wasserriten weisen zum einen auf den Ursprung des Festes in die Naturreligionen zurück. Das Fest war zunächst eine beschwörende Bitte um den Regen, dessen ein von der Dürre bedrohtes Land so dringend bedurfte. Aber dann war der Ritus zu heilsgeschichtlicher Erinnerung geworden an das Wasser, das Gott den Juden in ihrer Wüstenwanderung all ihren Zweifeln und Ängsten entgegen aus dem Felsen gespendet hatte. Numerie 20, 1-13 Schließlich war die Wasserspende aus dem Felsen immer mehr zu einem messianischen Hoffnungsthema geworden. Mose hatte Israel auf seiner Wüstenwanderung Brot vom Himmel und Wasser aus dem Felsen geschenkt. Demgemäß erwartete man diese beiden wesentlichen Gaben des Lebens auch vom neuen Mose, vom Messias. Diese messianische Auslegung der Wasserspende spiegelt sich im ersten Korintherbrief des heiligen Paulus. Alle aßen die gleiche pneumatische Speise und alle tranken denselben pneumatischen Trank. Sie tranken nämlich aus dem pneumatischen Felsen, der mit ihnen zog. Der Fels aber war Christus. 10, 3 folgende. In dem Wort, das Jesus in den Wasserritus hineinspricht, antwortet er auf diese Hoffnung. Er ist der neue Mose. Er ist selbst der lebensspendende Fels. Wie er in der Brotrede sich selbst als das wirkliche, vom Himmel kommende Brot offenbart, so zeigt er sich hier, ähnlich wie schon der Samariterin gegenüber, als das lebendige Wasser, auf das der tiefere Durst des Menschen zielt, der Durst nach Leben, nach Leben in Fülle. Johannes 10, 10. Einem Leben, das nicht mehr von der Notdurft geprägt ist, die immer neu gestillt werden muss, sondern von innen her, aus sich selber herausquillt. Jesus antwortet auch auf die Frage, wie trinkt man dieses Lebenswasser, wie kommt man zum Brunnen und Schöpf daraus? Wer an mich glaubt? Der Glaube an Jesus ist die Weise, wie man das lebendige Wasser trinkt, wie man Leben trinkt, das nicht mehr vom Tod bedroht ist. Aber nun müssen wir dem Text noch genauer zuhören. Er fährt fort, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 38. Aus wessen Leib? Auf diese Frage gibt es seit frühesten Zeiten zwei verschiedene Antworten. Die alexandrinische von Origenes, gestorben ca. 254, begründete Tradition, der sich aber auch die großen lateinischen Väter Hieronymus und Augustinus anschließen, liest, wer glaubt, aus dessen Leib werden. Der Mensch, der glaubt, wird selbst zu einer Quelle, zu einer Oase, aus der frisches, unvergiftetes Wasser die lebensspendende Kraft des Schöpfergeistes sprudelt. Daneben aber steht, mit freilich weit geringerer Streuung, die kleinasiatische Tradition, die vom Ursprung her Johannes näher steht, bezeugt durch Justin, gestorben 165, Irenaeus, Hippolyt, Cyprian, Ephraim. Sie setzt die Interpunktion anders. Wer Durst hat, der komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme herausfließen. Sein Leib wird nun auf Christus bezogen. Er ist der Quell, der lebendige Fels, von dem das neue Wasser kommt. Rein vom Sprachlichen her liegt die erste Deutung näher, und so hat sich ihr, mit den großen Kirchenvätern auch der größere Teil der modernen Exegeten angeschlossen, aber vom Inhalt her spricht doch mehr für die zweite, die kleinasiatische Deutung, der sich zum Beispiel Schnackenburg anschließt, wobei nicht notwendig ein ausschließender Gegensatz auch zur alexandrinischen Deutung gesehen werden muss. Ein wichtiger Schlüssel zur Deutung liegt in dem Wörtchen wie die Schrift sagt. Jesus legt Wert darauf, in der Kontinuität der Schrift, in der Kontinuität der Gottesgeschichte mit den Menschen zu stehen. Das ganze Johannesevangelium, aber darüber hinaus auch die synoptischen Evangelien und die ganze neutestamentliche Literatur legitimieren den Glauben an Jesus dadurch, dass in ihm alle Ströme der Schrift zusammenfließen, dass von ihm her der zusammenhängende Sinn der Schrift erscheint, das, worauf alles wartet, worauf alles zugeht. Aber wo spricht die Schrift von diesem lebendigen Quell? Johannes hat offenkundig keine einzelne Stelle im Sinn, sondern eben die Schrift, eine ihre Texte durchziehende Vision. Eine zentrale Spur hatten wir vorhin schon gefunden, die Geschichte vom wasserspendenden Felsen, die in Israel zu einem Bild der Hoffnung geworden war. Die zweite große Spur bietet uns Ezechiel 47,1-12, die Vision des neuen Tempels. Und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss. 47,1. Gut 50 Jahre später hatte dann Sahaja das Bild neu aufgenommen. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit 13,1. An jenem Tag wird aus Jerusalem lebendiges Wasser Wasser fließen 14,8. Das letzte Kapitel der Heiligen Schrift deutet diese Bilder neu und gibt ihnen zugleich erst ihre ganze Größe. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Offenbarung 22,1. Schon bei dem kurzen Blick auf die Szene der Tempelreinigung haben wir gesehen, dass Johannes den auferstandenen Herrn seinen Leib als den neuen Tempel ansieht, auf den nicht nur das Alte Testament, sondern alle Völker warten. Johannes 2,21. So dürfen wir in dem Wort von den Strömen lebendigen Wassers auch einen Hinweis auf den neuen Tempel durchhören. Ja, es gibt diesen Tempel. Es gibt den verheißenen Lebensstrom, der das salzige Land entgiftet und der Reichtum an Leben reifen und Frucht tragen lässt. Der ist es, der in der Liebe bis zum Ende durch das Kreuz hindurch gegangen ist und nun lebt in einem Leben, das kein Tod mehr bedrohen kann. Der lebendige Christus ist es. So weist das Wort vom Laubhüttenfest nicht nur voraus auf das neue Jerusalem, in dem Gott selbst wohnt und Quell des Lebens ist. Es weist unmittelbar voraus auf den Leib des Gekreuzigten, dem Blut und Wasser entströmen. Johannes 19, 34 Es zeigt ihn als den wirklichen Tempel, der nicht aus Stein und nicht von Menschen gebaut ist und eben darum, weil er Gottes lebendige Einwohnung in der Welt bedeutet, auch Quell des Lebens für alle Zeiten ist und bleiben wird. Wer wachen Auges in die Geschichte blickt, der kann diesen Strom sehen, der von Golgotha her, vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus her, durch die Zeiten fließt. Er kann sehen, wie dort, wo dieser Strom ankommt, die Erde entgiftet wird, wie fruchttragende Bäume heranwachsen, wie Leben, wirkliches Leben aus diesem Quell der Liebe fließt, die sich geschenkt hat und schenkt. Diese zentrale Deutung auf Christus muss, wie schon angemerkt, nicht ausschließen, dass das Wort in abgeleiteter Weise auch für die Glaubenden gilt. Ein Wort aus dem apokryphen Thomas-Evangelium 108 zeigt in eine Richtung, die dem Johannesevangelium gemäß ist. Wer aus meinem Munde trinkt, der wird werden wie ich. Charles K. Barrett, das Evangelium nach Johannes. Der Gläubige wird eins mit Christus und nimmt an seiner Fruchtbarkeit teil. Der Glaubende und mit Christus mitliebende Mensch wird zu einem Brunnen, Leben schenkt. Auch das kann man in der Geschichte wunderbar sehen, wie die heiligen Oasen sind, um die herum Leben Sprost, um die herum ein wenig vom verlorenen Paradies wiederkehrt. Und immer bleibt dabei im Letzten Christus selbst die Quelle, die sich verschwenderisch mitteilt. Weinstock und Wein Während das Wasser Grundelement des Lebens für alle Kreaturen auf Erden ist, sind Weizenbrot, Wein und Olivenöl typische Gaben der Kultur des Mittelmeerraumes. Der Schöpfungspsalm 104 nennt zuerst das Gras, das Gott dem Vieh zugedacht hat und spricht dann von dem, was Gott durch die Erde den Menschen schenkt. Vom Brot, das er von der Erde gewinnt, vom Wein, der sein Herz erfreut, und schließlich vom Öl, von dem sein Gesicht erglänzt. Dann noch einmal vom Brot, das das Menschenherz stärkt. Psalm 104, 14 folgende. Die drei großen Gaben der Erde sind dann zugleich neben dem Wasser die sakramentalen Grundelemente der Kirche geworden, in denen die Früchte der Schöpfung zu Trägern von gottesgeschichtlichem Handeln zu Zeichen werden, in denen er uns seine besondere Nähe schenkt. Die drei Gaben sind charakteristisch voneinander verschieden und haben daher je verschiedene Zeichenfunktionen. Das Brot in seiner einfachsten Form aus Wasser und dem gemahlenen Weizenkorn bereitet, wozu freilich das Element des Feuers wie auch die Arbeit des Menschen treten, ist die Grundnahrung. Sie gehört den Armen wie den Reichen, aber ganz besonders den Armen. Es verkörpert die Güte der Schöpfung und des Schöpfers, steht aber zugleich für die Demut des einfachen täglichen Lebens. Der Wein dagegen verkörpert das Fest. Er lässt den Menschen die Herrlichkeit der Schöpfung spüren. So gehört er zu den Ritualen des Sabbat, des Pascha, der Hochzeit. Und er lässt uns etwas vom endgültigen Fest Gottes mit der Menschheit ahnen, auf das die Erwartungen Israels zielen. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg Zion für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Weinen, mit besten erlesenen Weinen. Jesaja 25,6 Das Öl schließlich gibt dem Menschen Stärke und Schönheit. Es hat heilende und nährende Kraft. Es ist Zeichen höherer Beanspruchung in der Salbung der Propheten, der Könige und der Priester. Im Johannes-Evangelium kommt, soviel ich sehe, das Olivenöl nicht vor. Das kostbare Nardenöl, mit dem der Herr von Maria in Bethanien vor Beginn seines Leidens gesalbt wurde, Johannes 12,3, galt als orientalischen Ursprungs. Es erscheint in dieser Szene zum einen als Zeichen der heiligen Verschwendung der Liebe, zum anderen als Verweis auf Tod und Auferstehung. Das Brot begegnet uns in der auch von den Synoptikern eingehend bezeugten Szene der Brotvermehrung und anschließend in der großen eucharistischen Rede des Johannesevangeliums. Die Gabe des neuen Weins steht in der Mitte der Hochzeit von Cana, Johannes 2,1-12, während uns in den Abschiedsreden Jesus als der wahre Weinstock begegnet, 15,1-10. Wenden wir uns diesen beiden Texten zu. Das Wunder von Cana scheint auf den ersten Blick etwas aus den übrigen Zeichentaten Jesu herauszufallen. Welchen Sinn soll es haben, dass Jesus für ein privates Fest eine Überfülle von Wein etwa 520 Liter schafft? So müssen wir näher hinsehen, um zu erkennen, dass es keineswegs um einen privaten Luxus geht, sondern um viel Größeres. Da ist zunächst schon die Datierung wichtig. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Cana in Galiläa, Johannes 2,1. Es wird nicht recht sichtbar, an welches vorige Datum die Rede vom dritten Tag angeschlossen ist, umso mehr ist deutlich, dass es dem Evangelisten gerade auf diese symbolische Zeitangabe ankommt, die er uns als Verstehensschlüssel für das Ereignis in die Hand gibt. Im Alten Testament ist der dritte Tag das Datum der Theophanie, so zum Beispiel in dem zentralen Bericht über die Begegnung zwischen Gott und Israel am Sinai. Am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen, der Herr war im Feuer herabgestiegen, Exodus 19, 16-18. Zugleich ist darin ein Vorverweis auf die endgültige und entscheidende Theophanie der Geschichte durchzuhören, auf die Auferstehung Christi am dritten Tag, in der die frühen Gottesbegegnungen zum definitiven Einbruch Gottes in die Erde werden, in der die Erde definitiv aufgerissen wird, hineingenommen in Gottes eigenes Leben. So wird uns hier angedeutet, dass es um ein erstes sich Zeigen Gottes in der Fortführung der alttestamentlichen Geschehnisse geht, die alle Verheißungscharakter in sich tragen und nun ihrer Endgültigkeit zustreben. Die Exegeten haben die im Johannes-Evangelium vorhergehenden Tage der jünger Berufungen zusammengezählt, zum Beispiel Barrett, das Evangelium nach Johannes. Das ergibt dann, dass dieser dritte Tag zugleich der sechste oder siebte Tag seit dem Beginn der Berufungen sein würde. Als siebter Tag wäre er gleichsam der Tag des Gottesfestes für die Menschheit, Vorgriff auf jenen definitiven Sabbat, der etwa in der eben erwähnten Jesaja-Prophetie beschrieben wird. Mit dieser Datierung ist ein anderes Grundelement der Erzählung verknüpft. Jesus spricht zu Maria von seiner noch nicht gekommenen Stunde. Das bedeutet zunächst, dass er nicht einfach aus eigenem handelt und entscheidet, sondern immer im Einklang mit dem Willen des Vaters, immer von dem Plan des Vaters her. Die Stunde bezeichnet näherhin seine Verherrlichung, in der Kreuz und Auferstehung und seine weltweite Gegenwart durch Wort und Sakrament zusammengeschaut werden. Die Stunde Jesu, die Stunde seiner Herrlichkeit, beginnt im Augenblick des Kreuzes und sie hat ihren historischen Ort. In dem Augenblick, da die Pascha Lämmer geschlachtet werden, vergießt Jesus sein Blut als das wahre Lamm. Seine Stunde kommt von Gott her, aber sie ist ganz genau im Zusammenhang der Geschichte festgemacht, an ein liturgisches Datum gebunden und gerade so der Anfang der neuen Liturgie in Geist und Wahrheit. Wenn Jesus zu Maria in diesem Augenblick von seiner Stunde redet, so verbindet er damit den gegenwärtigen Moment mit dem Geheimnis des Kreuzes als seiner Verherrlichung. Diese Stunde ist noch nicht gekommen, das musste zuerst gesagt werden. Und dennoch hat Jesus die Macht, diese Stunde zeichenhaft geheimnisvoll vorauszunehmen. Das Karna-Wunder ist damit als Antizipation der Stunde gekennzeichnet und von innen her an diese gebunden. Wie könnten wir dabei vergessen, dass es dieses erregende Geheimnis der Antizipation der Stunde immer noch und immer wieder gibt? Wie Jesus auf die Bitte der Mutter hin seine Stunde zeichenhaft antizipiert und zugleich auf diese verweist, so geschieht es in der Eucharistie stets neu. Auf das Beten der Kirche hin antizipiert der Herr in ihr seine Wiederkunft, kommt schon jetzt, hält schon jetzt Hochzeit mit uns und zieht uns damit zugleich aus unserer Zeit heraus, voraus auf die Stunde zu. So fangen wir an, das Ereignis von Karna zu verstehen. Gottes Zeichen ist der Überfluss. Ihn sehen wir bei der Brotvermehrung, ihn sehen wir immer wieder, am meisten aber im Zentrum der Heilsgeschichte, darin, dass er sich selbst verschwendet für das armselige Geschöpf Mensch. Dieser Überfluss ist seine Herrlichkeit. Der Überfluss von Karna ist daher ein Zeichen, dass Gottes fest mit der Menschheit seine Selbstschenkung für die Menschen begonnen hat. Der Rahmen des Geschehens, die Hochzeit, wird so zum Bild, das über sich hinaus weist auf die messianische Stunde. Die Stunde der Hochzeit Gottes mit seinem Volk hat im Kommen Jesu begonnen. Die endzeitliche Verheißung tritt ins Jetzt herein. Darin berührt sich die Geschichte von Karna mit dem Bericht des heiligen Markus über die Frage der Johannes Jünger und der Pharisäer an Jesus, warum fasten deine Jünger nicht? Die Antwort Jesu lautet, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Markus 2, 18 folgende Jesus weist sich hier selbst als den Bräutigam der verheißenen Hochzeit Gottes mit seinem Volk aus und drückt damit geheimnisvoll seine eigene Existenz sich selbst in das Geheimnis Gottes hinein. In ihm werden auf unerwartete Weise Gott und Mensch eins wird Hochzeit, die freilich, darauf macht Jesus dann in seiner Antwort aufmerksam, durch das Kreuz hindurch geht, durch das weggenommen werden des Bräutigams. Noch zwei Aspekte der Karna Geschichte müssen wir bedenken, um einigermaßen ihre christologische Tiefe auszuloten, die Selbstoffenbarung Jesu und seine Herrlichkeit, die uns da begegnet. Wasser, das der rituellen Reinigung dient, wird zu Wein, wird Zeichen und Gabe hochzeitlicher Freude. Darin kommt etwas von der Erfüllung des Gesetzes zum Vorschein, die sich im Sein und Wirken Jesu vollzieht. Das Gesetz wird nicht verneint, nicht beiseite geschafft, sondern seine innere Erwartung vollendet sich. Rituelle Reinigung bleibt letztlich Ritual, bleibt ein Gestus der Hoffnung. Sie bleibt Wasser, wie das ganze eigene Tun des Menschen vor Gott Wasser bleibt. Rituelle Reinigung reicht letztlich niemals aus, um den Menschen gottfähig zu machen, wirklich rein zu machen für Gott. Wasser wird Wein. Dem eigenen Mühen der Menschen geht nun die Gabe Gottes entgegen, der sich selber schenkt und damit das Fest der Freude schafft, das nur die Anwesenheit Gottes und seiner Gabe selber stiften kann. Die religionsgeschichtliche Forschung nennt gern als vorchristliche Parallele zur Kana-Geschichte den Mythos von Dionysos, dem Gott, der die Weinrebe entdeckt habe und dem auch Verwandlung von Wasser in Wein zugeschrieben wurde. Ein mythisches Ereignis, das man dann auch liturgisch beging. Der große jüdische Theologe Philon von Alexandrien, ca. vor Christus bis ca. 45 bis 50 nach Christus hat diese Geschichte entmythologisierend umgedeutet. Der wahre Spender des Weines, so sagt er, ist der göttliche Logos. Er ist es, der uns die Freude, die Süße, die Heiterkeit des wahren Weines spendet. Philon macht dann aber diese seine Logos-Theologie heilsgeschichtlich an Melchisedeck fest, der Brot und Wein darbrachte. In Melchisedeck ist es der Logos, der handelt und uns die wesentlichen Gaben für das Menschsein schenkt. So erscheint der Logos zugleich als der Priester einer kosmischen Liturgie. Barrett, das Evangelium nach Johannes. Ob Johannes an derartige Hintergründe gedacht hat, ist mehr als zweifelhaft. Aber da Jesus selber in der Auslegung seiner Sendung auf Psalm 110 verwiesen hat, in dem das Priestertum des Melchisedeck erscheint, Markus 12, 35-37, da der mit dem Johannes-Evangelium theologisch verwandte Hebräerbrief die Melchisedeck-Theologie ausdrücklich entfaltet. Da Johannes Jesus als den Logos Gottes und Gott selbst vorstellt, da endlich der Herr Brot und Wein als Träger des neuen Bundes geschenkt hat, ist es gewiß auch nicht verboten, in solchen Zusammenhängen zu denken und so in der Kana-Geschichte das Mysterium des Logos und seiner kosmischen Liturgie durchscheinen zu sehen, in der der Dionysos-Mythos von Grund auf verwandelt und doch auch zu seiner verborgenen Wahrheit gebracht ist. Während die Kana-Geschichte von der Frucht des Weinstocks mit seiner reichen Symbolik handelt, greift Jesus in Johannes 15, im Zusammenhang der Abschiedsreden, die uralte Bildtradition vom Weinstock auf und vollendet die darin angelegte Vision. Um diese Rede Jesu zu verstehen, ist es notwendig, wenigstens einen grundlegenden alttestamentlichen Text mit der Weinstock-Thematik zu betrachten und ein verwandtes synoptisches Gleichnis kurz zu bedenken, das den alttestamentlichen Text aufgreift und umformt. In Jesaja 5, 1-7 begegnet uns ein Lied vom Weinberg. Der Prophet hat es wohl im Zusammenhang des Laubhüttenfestes gesungen, im Zusammenhang der heiteren Atmosphäre, die zu seiner achttägigen Feier gehörte. Vergleiche Deuteronomium 16, 14. Man kann sich vorstellen, wie auf den Plätzen zwischen den aufgebauten Hütten aus Zweigen und Laub mancherlei dargeboten wurde, und wie auch der Prophet unter die feiernden tritt und ein Liebeslied ankündigt, das Lied von seinem Freund und dessen Weinberg. Alle wußten, dass Weinberg Bild für eine Braut war, vergleiche das hohe Lied 2, 15 und 7, 13. So warteten sie auf Unterhaltendes, das zur Atmosphäre des Festes passte. Und das Lied beginnt auch gut. Der Freund hatte auf fettem Grund einen Weinberg, auf den er edle Reben pflanzte, für deren Gedeihen er alles nur Erdenkliche tat. Aber dann schlägt die Stimmung um, der Weinberg enttäuscht, und er trägt nicht Edelfrucht, sondern nur ungenießbare, kleine, harte Sauertrauben. Die Hörer verstehen, was das bedeutet. Die Braut war untreu, enttäuschte Vertrauen und Hoffnung, enttäuschte die Liebe, die der Freund erwartet hatte. Wie wird die Geschichte weitergehen? Der Freund gibt seinen Weinberg der Plünderung preis. Er verstößt die Braut in die Ehrlosigkeit hinein, die sie sich selber zuzuschreiben hat. Nun wird klar, der Weinberg, die Braut, ist Israel, sind die Anwesenden selber, denen Gott den Weg des Rechts in der Tora geschenkt, die er geliebt und für die er alles getan hatte und die mit Rechtsbruch und einem Unrechtsregime darauf geantwortet haben. Das Liebeslied wird zur Gerichtsdrohung. Es endet mit einem düsteren Horizont, mit dem Blick auf die Preisgabe Israels durch Gott, hinter der in diesem Augenblick keine Verheißung sichtbar wird. Die Situation wird angedeutet, die dann mitten im Elend ihrer Verwirklichung in der Klage vor Gott im Psalm 80 so beschrieben wird. Du hobst in Ägypten einen Weinstock aus. Du hast Völker vertrieben, ihn aber eingepflanzt. Du schufst ihm weiten Raum. Warum rissest du seine Mauern ein? Alle, die des Weges kommen, plündern ihn aus. Verse 9 bis 15 Im Psalm wird die Klage zur Bitte, Sorge für diesen Weinstock, den deine Rechte gepflanzt hat. Herr, Gott der Heerscharen, richte uns wieder auf. Lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen. Verse 15 bis 20 Das war nach allen geschichtlichen Wendungen seit dem Exil im Grunde auch noch und wieder neu die Situation, in der Jesus in Israel lebte und seinem Volk ins Gewissen sprach. In einem späten Gleichnis, schon in großer Nähe zu seinem Leiden, nimmt er das Lied des Jesaja in veränderter Weise wieder auf. Markus 12, 1 bis 12 Allerdings erscheint in seiner Rede nicht mehr der Weinstock als Bild Israels. Israel ist vielmehr nun dargestellt in den Pächtern eines Weinbergs, dessen Herr verreist ist und der aus der Ferne die ihm zustehenden Früchte einfordert. Die Geschichte von Gottes immer neuem Ringen um und mit Israel wird dargestellt in einer Abfolge von Knechten, die im Auftrag des Herrn kommen, um die Pacht, also den entsprechenden Anteil an den Früchten, abzuholen. Die Geschichte der Propheten, ihr Leiden und die Vergeblichkeit ihres Mühens blicken in der Erzählung durch, die von der Misshandlung, ja, Tötung der Knechte spricht. Schließlich sendet der Besitzer als letzten Versuch seinen geliebten Sohn, den Erben, der als Erbe auch vor Gerichten den Anspruch auf die Pacht durchsetzen kann und daher Achtung erhoffen darf. Das Gegenteil geschieht. Die Pächter töten den Sohn, gerade weil er der Erbe ist. So wollen sie den Weinberg endgültig für sich selber in Besitz nehmen. Jesus fährt im Gleichnis fort. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Markus 12, 9 An dieser Stelle geht, wie im Lied des Jesaja, das Gleichnis aus scheinbarer Erzählung von Vergangenem über in die Situation der Hörer hinein. Die Geschichte wird plötzlich gegenwacht. Die Hörer wissen, er spricht von uns. Vers 12 Die moderne Auslegung endet an dieser Stelle und versetzt so das Gleichnis doch wieder in die Vergangenheit. Es redet scheinbar doch nur von damals, von der Ablehnung der Botschaft Jesu durch seine Zeitgenossen, von seinem Tod am Kreuz. Aber der Herr spricht immer in der Gegenwart und auf Zukunft hin. Er redet gerade auch mit uns und von uns. Wenn wir die Augen aufmachen, ist dann, was da gesagt wird, nicht in der Tat Schilderung unserer Gegenwart? Ist nicht eben dies die Logik der Neuzeit, unserer Zeit? Erklären wir Gott für tot, dann sind wir selber Gott. Wir sind endlich nicht mehr Eigentum eines anderen, sondern nur Eigner unserer selbst und Eigentümer der Welt. Wir können nun endlich machen, was uns gefällt. Wir schaffen Gott ab. Es gibt keinen Maßstab über uns. Wir sind uns nur selber Maß. Der Weinberg gehört uns. Was dann mit dem Menschen und der Welt geschieht, fangen wir an zu sehen. Kehren wir zum Text des Gleichnisses zurück. Bei Jesaja war an dieser Stelle keine Verheißung sichtbar geworden. Im Psalm war mitten in der Erfüllung der Drohung das Leid zu Gebet geworden. So ist es immer wieder die Situation Israels, der Kirche und der Menschheit. Wir stehen immer wieder in der Dunkelheit der Prüfung und können nur zu Gott rufen, richte uns wieder auf. Aber im Wort Jesu steht eine Verheißung da, eine beginnende Antwort auf die Bitte, sorge für diesen Weinstock. Das Reich wird anderen Knechten übergeben. Diese Aussage ist ebenso Gerichtsdrohung wie Verheißung. Sie besagt, dass der Herr an seinem Weinberg festhält und dass er nicht an die gegenwärtigen Knechte gebunden ist. Diese Drohung, Verheißung betrifft nicht nur die herrschenden Kreise, von denen Jesus, mit denen Jesus spricht. Sie gilt auch im neuen Gottesvolk. Sie geht zwar nicht die Kirche als Ganze, wohl aber die Teilkirchen immer wieder an, wie das Wort des Erhöhten an die Kirche von Ephesus zeigt. Bekehre dich und tue die früheren Werke, denn andernfalls komme ich und ziehe deinen Leuchter von seiner Stelle. Offenbarung 2, 5 Auf die Drohung und Verheißung von der Übergabe des Weinbergs an andere Knechte folgt aber dann eine Verheißung viel grundlegenderer Art. Der Herr zitiert Psalm 118, 22 folgende Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Tod des Sohnes ist nicht das letzte Wort. Der Getötete bleibt nicht im Tod, bleibt nicht weggeworfen. Er wird zu einem neuen Anfang. Jesus lässt verstehen, dass er selbst der getötete Sohn sein wird. Er sagt sein Kreuz und seine Auferstehung voraus und kündigt an, dass von ihm, dem getöteten und auferweckten Herr, Gott einen neuen Bau, einen neuen Tempel in der Welt errichtet. Das Bild vom Weinstock wird verlassen und durch das Bild vom lebendigen Bauwerk Gottes abgelöst. Das Kreuz ist nicht Ende, sondern neuer Beginn. Das Weinberglied endet nicht mit der Tötung des Sohnes. Es öffnet den Horizont für ein neues Handeln Gottes. Die Berührung mit Johannes 2, mit dem Wort von der Zerstörung des Tempels und seinem neuen Aufbau ist unübersehbar. Gott scheitert nicht. Wenn wir untreu sind, so ist er doch treu. Vergleiche 2. Brief an Timotheus 2, 13 Er findet neue, größere Wege seiner Liebe. Die indirekte Christologie der frühen Gleichnisse wird hier in eine ganz offene christologische Aussage überstiegen. Das Weinstock-Gleichnis in den Abschiedsreden Jesu führt die ganze Geschichte des biblischen Denkens und Redens um den Weinstock fort und öffnet eine letzte Tiefe. Ich bin der wahre Weinstock, sagt der Herr, Johannes 15, 1. An diesem Wort ist zunächst das Wortlein »wahr« wichtig. Sehr schön, sagt Charles K. Barrett dazu, Sinnfragmente, auf die durch andere Weinstöcke verhüllt hingewiesen wird, werden durch ihn aufgelesen und explizit gemacht. Er ist der wahre Weinstock. Aber das Eigentliche und Wichtige in diesem Satz ist das »ich bin«. Der Sohn selbst identifiziert sich mit dem Weinstock, ist selber Weinstock geworden. Er hat sich in die Erde einpflanzen lassen. Er ist in den Weinstock eingegangen. Das Geheimnis der Inkarnation, von dem Johannes im Prolog gesprochen hat, wird auf eine überraschende Weise neu aufgegriffen. Der Weinstock ist nun nicht mehr ein Geschöpf, auf das Gott mit Liebe hinblickt, das er aber auch wieder ausreißen und verwerfen kann. Im Sohn ist er selbst Weinstock geworden. Er hat sich für immer und seinsmäßig mit dem Weinstock identifiziert. Dieser Weinstock kann nie mehr ausgerissen werden, nie mehr zur Plünderung freigegeben werden. Er ist endgültig Gottes. Durch den Sohn lebt Gott selbst in ihm. Die Verheißung ist unwiderruflich, die Einheit unzerstörbar geworden. Das ist der große, neue, geschichtliche Schritt Gottes, der den tiefsten Gehalt des Gleichnisses bildet. Inkarnation, Tod und Auferstehung werden in ihrer ganzen Reichweite sichtbar. Denn Gottes Sohn Jesus Christus ist nicht als Ja und Nein zugleich gekommen, in ihm ist das Ja verwirklicht. Er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. So drückt es der heilige Paulus aus im zweiten Brief an die Korinther 1,19 folgende. Dass nun der Weinstock durch Christus der Sohn selber ist, ist neu und doch auch wieder in der biblischen Tradition vorbereitet. Schon Psalm 80,18 hatte den Menschensohn eng mit dem Weinstock verbunden. Umgekehrt, wenn der Sohn nun selber der Weinstock geworden ist, so bleibt er doch gerade auf diese Weise eins mit den Seinigen, mit allen den verstreuten Kindern Gottes, die zu sammeln er gekommen ist. Johannes 11,52 Der Weinstock als christologische Bezeichnung enthält auch eine ganze Ekklesiologie in sich. Er bedeutet das untrennbare Einsein Jesu mit den Seinigen, die alle durch ihn und mit ihm Weinstock sind und deren Berufung es ist, im Weinstock zu bleiben. Johannes kennt das paulinische Bild vom Leib Christi nicht. Aber das Weinstockgleichnis drückt doch sachlich dasselbe aus, die Untrennbarkeit Jesu von den Seinen, ihr Einssein mit ihm und in ihm. So zeigt die Weinstockrede die Unwiderruflichkeit der von Gott geschenkten Gabe an, die nicht zurückgenommen wird. Gott hat sich selbst in der Menschwerdung gebunden. Die Rede spricht aber zugleich vom Anspruch dieser Gabe, der uns immer neu einfordert. Der Weinstock kann nicht mehr ausgerissen, nicht mehr zur Plünderung freigegeben werden, sagten wir. Aber er bedarf immer neu der Reinigung. Reinigung, Frucht, Bleiben, Gebot, Liebe, Einheit, das sind die großen Stichworte für dieses Drama des Innenseins und Mitseins mit dem Sohn im Weinstock, das uns der Herr in seinen Worten vor die Seele stellt. Reinigung, immer wieder bedarf die Kirche, bedarf der Einzelne der Reinigung. Die ebenso schmerzlichen wie nötigen Vorgänge der Reinigung durchziehen die ganze Geschichte, durchziehen das Leben der Menschen, die sich Christus zugeeignet haben. In diesen Reinigungen ist immer wieder das Geheimnis von Tod und Auferstehung gegenwärtig. Die eigene Größe des Menschen, wie auch der Institutionen, muss weggeschnitten werden, Denn was allzu groß geworden ist, muss wieder in die Einfachheit und Armut des Herrn selbst zurückgeführt werden. Nur durch solche Vorgänge des Absterbens hindurch bleibt und erneuert sich die Fruchtbarkeit. Reinigung zielt auf Frucht, so sagt uns der Herr. Was ist das für eine Frucht, die er erwartet? Schauen wir zunächst auf die Frucht, die er selbst in seinem Sterben und Auferstehen getragen hat. Jesaja und die ganze prophetische Tradition hatten davon gesprochen, dass Gott von seinem Weinstock Trauben und damit köstlichen Wein erwachte. Ein Bild für die Gerechtigkeit, das Rechtsein, das sich durch das Leben im Wort Gottes, im Willen Gottes bildet. Die gleiche Überlieferung spricht davon, dass Gott stattdessen unbrauchbare, kleine Sauertrauben findet, die er nur wegwerfen kann. Bild für das Leben weg von der Gerechtigkeit Gottes ins Unrecht, in die Korruption und Gewalt hinein. Der Weinstock soll edle Trauben tragen, aus denen durch den Vorgang der Lese, des Kelterns, der Gärung hindurch, kostbarer Wein wird. Denken wir daran, dass das Weinstock-Leichnis im Zusammenhang von Jesu letztem Mahl steht. Nach der Brotvermehrung hatte er von dem wahren Himmelsbrot geredet, das ergeben werde, und damit eine tiefe Vorausdeutung des eucharistischen Brotes gegeben. Es ist schwer denkbar, dass er bei der Weinstock-Rede nicht im Stillen anspielt auf den neuen Wein, auf den Kana schon verwiesen hatte und den er nun schenkt. Den Wein, der aus seiner Passion, aus seiner Liebe bis ans Ende, 13.1, kommen würde. Insofern hat das Weinstock-Leichnis durchaus einen eucharistischen Hintergrund. Es verweist auf die Frucht, die Jesus bringt. Seine im Kreuz sich verschenkende Liebe, die der neue, köstliche Wein ist, der zum Hochzeitsmahl Gottes mit den Menschen gehört. Die Eucharistie wird so, ohne ausdrücklich genannt zu werden, in ihrer ganzen Tiefe und Größe verständlich. Sie verweist uns auf die Frucht, die wir als Rebzweige mit Christus und von Christus her bringen können und müssen. Die Frucht, die der Herr von uns erwartet, ist die Liebe, die mit ihm das Geheimnis des Kreuzes annimmt und zur Teilhabe an seiner Selbstschenkung wird und so die wahre Gerechtigkeit, die die Welt bereitet, zum Reich Gottes hin. Reinigung und Frucht gehören zusammen. Nur durch die Reinigungen Gottes hindurch können wir Frucht tragen, die in das eucharistische Geheimnis einmündet und so auf die Hochzeit zuführt, die Gottes Ziel mit der Geschichte ist. Frucht und Liebe gehören zusammen. Die wahre Frucht ist die durch das Kreuz, durch Gottes Reinigungen hindurchgegangene Liebe. Zu alledem gehört das Bleiben. In Johannes 15, 1-10 kommt das Wort Menein, Bleiben, zehnmal vor. Was die Väter Perseverantia nennen, das geduldige Standhalten in der Gemeinschaft mit dem Herrn durch alle Wirrnisse des Lebens hindurch, das ist hier groß ins Zentrum gerückt. Ein erster Enthusiasmus ist leicht, aber ihm folgt das Standhalten auch auf den einförmigen Wüstenwegen, die im Leben zu durchschreiten sind, in der Geduld des immer gleichen Fortgehens, in der die Romantik des ersten Aufbruchs abfällt und nur das tiefe, reine Jahr des Glaubens bleibt. Gerade so wird guter Wein. Augustinus hat nach den strahlenden Erleuchtungen des Anfangs, der Stunde der Bekehrung, die Mühsal dieser Geduld tief erfahren und gerade so die Liebe zum Herrn gelernt und die tiefe Freude des Gefundenhabens. Wenn die Frucht, die wir bringen sollen, die Liebe ist, so ist ihre Voraussetzung eben dieses Bleiben, das ganz tief mit dem Glauben zu tun hat, der den Herrn nicht loslässt. In Vers 7 ist dann vom Beten als einem wesentlichen Moment dieses Bleibens die Rede. Dem Beter wird die sichere Erhörung verheißen. Beten im Namen Jesu ist freilich nicht Bitten um irgendetwas, sondern Bitten um die wesentliche Gabe, die Jesus in den Abschiedsreden als die Freude kennzeichnet. Lukas aber als den Heiligen Geist benennt, 1113, was im Tiefsten dasselbe ist. Die Worte vom Bleiben in der Liebe verweisen schon voraus auf den letzten Vers von Jesu hohe priesterlichem Gebet, 1726, und verknüpfen so die Weinstockrede auch mit dem großen Thema der Einheit, das dort der Herr als Bitte vor den Vater hinstellt. Das Brot Dem Thema Brot sind wir bereits ausführlich bei den Versuchungen Jesu begegnet. Wir haben gesehen, dass in der Versuchung, die Steine der Wüste in Brot zu verwandeln, die ganze Problematik der Sendung des Messias aufgerollt ist und dass in der Entstellung dieses Auftrags durch den Teufel doch auch hintergründig schon die positive Antwort Jesu durchscheint, die dann in der Gabe seines Leibes als Brot für das Leben der Welt am Abend vor seinem Leiden endgültig deutlich wird. Wieder sind wir der Thematik Brot bei der Auslegung der vierten Vaterunserbitte begegnet, wo wir versucht haben, die verschiedenen Dimensionen dieser Bitte und damit die ganze Weite des Themas Brot in den Blick zu gewinnen. Am Ende von Jesu Wirken in Galiläa wird die Brotvermehrung einerseits zum herausragenden Zeichen von Jesu messianischer Sendung, zugleich aber zum Scheideweg seines Wirkens, das von da an deutlich Weg zum Kreuz wird. Alle drei synoptischen Evangelien berichten von einer wunderbaren Speisung von 5000 Männern. Matthäus 14, 13-21, Markus 6, 32-44, Lukas 9, 10b-17. Matthäus und Markus erzählen außerdem noch von einer Speisung von 4000. Matthäus 15, 32-38, Markus 8, 1-9. Auf den reichen theologischen Gehalt beider Erzählungen können wir hier nicht eingehen. Ich beschränke mich auf die johannäische Brotvermehrungsgeschichte, Johannes 6, 1-15. Auch sie soll freilich hier nicht näher untersucht werden, sondern unser Blick richtet sich unmittelbar auf die Auslegung des Geschehens, die Jesus in seiner großen Brotrede am anderen Tag auf der anderen Seite des Sees in der Synagoge schenkt. Noch einmal eine Einschränkung ist notwendig. Diese große und von den Auslegern vielbedachte und auch vielfach zerpflückte Rede können wir nicht in ihren Einzelheiten betrachten. Ich möchte nur versuchen, ihre große Linie sichtbar zu machen und vor allem sie in den ganzen Überlieferungszusammenhang einzuordnen, in dem sie steht und von dem aus sie verstanden werden muss. Der grundlegende Zusammenhang, in dem das ganze Kapitel angesiedelt ist, besteht in dem Gegenüber von Mose und Jesus. Jesus ist der Endgültige, der größere Mose, der Prophet, den Mose in seiner Rede an der Grenze des Heiligen Landes angekündigt und von dem Gott gesagt hatte, Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihnen auftrage. Deuteronomium 18, 18 So ist es nicht zufällig, dass am Ende der Brotvermehrung und vor dem Versuch, Jesus als König einzusetzen, der Satz steht, Dies ist wahrhaft der Prophet, der in die Welt kommen soll. Johannes 6, 14 Wie denn ganz ähnlich nach der Verkündigung des Lebenswassers am Laubhüttenfest die Menschen sagen, Dieser ist wahrhaftig der Prophet, 47 Vom Hintergrund Mose her ergibt sich der Anspruch, den Jesus stellen muss. Mose hatte in der Wüste Wasser aus dem Felsen geschlagen, Jesus verheißt das Lebenswasser, so haben wir gesehen. Die große Gabe aber, die vor allem im Blickfeld der Erinnerung stand, war das Manna. Mose hatte Brot vom Himmel geschenkt. Gott selbst hatte das Wandern der Israel mit himmlischem Brot ernährt. Für ein Volk, in dem viele an Hunger und unter der Mühsal des täglichen Broterwerbs litten, war dies die Verheißung der Verheißungen, die irgendwie alles in sich zusammenfasste, die Behebung aller Not. Eine Gabe, die für alle und für immer den Hunger stillte. Bevor wir diesen Gedanken aufgreifen, von dem her das sechste Kapitel des Johannes-Evangeliums zu verstehen ist, müssen wir noch das Mose-Bild vervollständigen, weil nur so auch das Bild Jesu zum Vorschein kommt, das Johannes im Auge hat. Der zentrale Punkt, von dem wir in diesem Buch ausgegangen sind und zu dem wir immer wieder zurückkehren, besteht darin, dass Mose Auge in Auge mit Gott selbst redete, wie Menschen miteinander reden. Exodus 33,11, Vergleiche Deuteronomium 34,10. Nur weil er mit Gott selbst redete, konnte er den Menschen Gottes Wort bringen. Aber über dieser Gottunmittelbarkeit, die im Kern der Sendung des Mose steht und ihr innerer Grund ist, liegt doch ein Schatten. Denn auf die Bitte des Mose, lass mich Deine Herrlichkeit sehen, er geht im selben Augenblick, in dem von seiner Gottesfreundschaft, seiner Direktheit zu Gott die Rede ist, die Antwort, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich Dich in den Feldspalt und halte meine Hand über Dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und Du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht aber kann niemand sehen. Exodus 33,18 und 22 folgende. Auch Mose sieht nur den Rücken Gottes. Sein Angesicht kann niemand sehen. Die auch dem Mose auferlegte Grenze wird sichtbar. Für das Jesusbild des Johannes-Evangeliums ist die Aussage am Ende des Prologs der entscheidende Schlüssel. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Johannes 1,18 Nur der, der Gott ist, sieht Gott. Jesus. Er spricht wirklich aus dem Sehen des Vaters. Er spricht aus dem immerwährenden Dialog mit dem Vater, einem Dialog, der sein Leben ist. Wenn uns Mose nur den Rücken Gottes gezeigt hat, zeigen konnte, so ist Jesus das Wort von Gott her, aus lebendiger Anschauung, aus der Einheit mit ihm. Damit hängen zwei weitere Gaben des Mose zusammen, die in Christus zu ihrer Endgestalt kommen. Gott hat dem Mose seinen Namen mitgeteilt und so Beziehung zwischen sich und den Menschen ermöglicht. Durch die Weitergabe des ihm offenbarten Namens wird Mose zum Vermittler wirklicher Beziehung der Menschen zum lebendigen Gott. Darüber haben wir bereits bei der Betrachtung der ersten Vaterunserbitte nachgedacht. In seinem hohe priesterlichen Gebet nun betont Jesus, dass er Gottes Namen offenbart, das von Mose begonnene Werk auch in diesem Punkt an sein Ziel gebracht hat. Bei der Betrachtung des hohe priesterlichen Gebetes werden wir diese Aussage näher untersuchen müssen, in welcher Hinsicht hat Jesus über Mose hinaus Gottes Namen offenbart. Die andere, mit dem Gott schauen und mit der Kundgabe des Namens, wie auch mit dem Manna eng zusammenhängende Gabe des Mose, durch die Israel überhaupt es selbst wird, Gottes Volk wird, ist die Tora, das wegweisende und zum Leben führende Wort Gottes. Israel hat immer deutlicher erkannt, dass dies die grundlegende und bleibende Gabe des Mose war, dass darin die eigentliche Auszeichnung Israels bestand, Gottes Willen zu kennen und so den rechten Weg des Lebens. Der große Psalm 119 ist ein einziger Ausbruch der Freude und der Dankbarkeit für dieses Geschenk. Eine einseitige Sicht des Gesetzes, die sich aus einer einseitigen Auslegung der paulinischen Theologie ergibt, verstellt uns den Blick auf diese Freude Israels, die Freude, Gottes Willen zu kennen und so diesen Willen leben zu können, zu dürfen. Mit diesem Hinweis sind wir, auch wenn es unerwartet erscheint, wieder bei der Brotrede angelangt. Denn in der inneren Entwicklung des jüdischen Denkens war immer mehr deutlich geworden, dass das eigentliche Brot vom Himmel, das Israel nährte und nährt, eben das Gesetz, das Wort Gottes ist. In der Weisheitsliteratur erscheint die Weisheit, die im Letzten im Gesetz zugänglich und gegenwärtig ist, als Brot. Das Buch der Sprichwörter 9, 5. Die rabbinische Literatur hat diesen Gedanken weiterentwickelt. Vergleiche Charles K. Barrett. Von dieser Perspektive her müssen wir die Auseinandersetzung Jesu mit den in der Synagoge zu Kafarnaum versammelten Juden verstehen. Jesus macht zunächst darauf aufmerksam, dass sie die Brotvermehrung nicht, wie es ihr Sinn war, als Zeichen verstanden haben, sondern was sie interessierte, war das Essen und Sattwerden. Johannes 6, 26. Sie sahen das Heil rein materiell, von der allgemeinen Wohlfahrt her, und reduzierten damit den Menschen, ließen Gott in Wirklichkeit aus. Wenn sie aber das Manna nur unter dem Aspekt der Sättigung sehen, muss man feststellen, dass auch das Manna kein Himmelsbrot, sondern nur Erdenbrot war. Auch wenn es vom Himmel kam, es war irdische Nahrung, ja, Ersatznahrung, die aufhören musste, als man aus der Wüste wieder ins bewohnte Land kam. Der Mensch aber hungert nach mehr, braucht mehr. Die den Menschen als Menschen nährende Gabe muss größer sein, auf einer anderen Ebene liegen. Ist die Tora diese andere Nahrung? Irgendwie kann ja der Mensch in ihr, durch sie, den Willen Gottes zu seiner Nahrung werden lassen, vergleiche Johannes 4, 34. Ja, die Tora ist Brot von Gott her, aber sie zeigt uns sozusagen nur den Rücken Gottes, sie ist Schatten. Das Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabsteigt und der Welt Leben gibt. Johannes 6, 33. Als die Hörer das noch nicht verstehen, sagt Jesus noch einmal, noch unmissverständlicher, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Johannes 6, 35. Das Gesetz ist Person geworden. In der Begegnung mit Jesus nähren wir uns sozusagen vom lebendigen Gott selbst, essen wir wirklich Brot vom Himmel. Dementsprechend hat Jesus schon vorher klargemacht, dass das einzige Werk, das Gott verlangt, darin besteht, an ihn zu glauben. Die Hörer hatten Jesus gefragt, »Was müssen wir machen, damit wir die Werke Gottes tun?« Johannes 6, 28. Das hier verwendete griechische Wort »ergatzestai« bedeutet »durch Arbeit verdienen«. Charles K. Barrett, das Evangelium nach Johannes. Die Hörer sind bereit zu arbeiten, zu wirken, Werke zu tun, um dieses Brot zu empfangen. Aber es kann nicht durch menschliche Arbeit, durch eigene Leistung verdient werden, es kann nur als Gabe von Gott, als Gottes Werk zu uns kommen. Die ganze paulinische Theologie ist in diesem Dialog gegenwärtig. Das Höchste und Eigentliche können wir nicht selber erleisten. Wir müssen uns beschenken lassen und sozusagen in die Dynamik des Geschenkten eintreten. Dies geschieht im Glauben an Jesus, der Dialog, lebendige Beziehung mit dem Vater ist und in uns wieder Wort und Liebe werden will. Aber die Frage, wie können wir uns von Gott nähren, von ihm leben, sodass er selbst unser Brot wird, diese Frage ist damit noch nicht ganz beantwortet. Gott wird Brot für uns zunächst in der Menschwerdung des Logos. Das Wort nimmt Fleisch an. Der Logos wird einer von uns und tritt so auf unsere Ebene, in das ein, was uns zugänglich ist. Aber über das Menschwerden des Wortes hinaus ist noch einmal ein Schritt notwendig, den Jesus in den Schlussworten seiner Rede benennt. Sein Fleisch ist Leben für die Welt. Johannes 6, 51 Darin ist über den Akt der Menschwerdung hinaus deren inneres Ziel und deren letzte Realisierung angedeutet, die Hingabe Jesu in den Tod hinein und das Geheimnis des Kreuzes. Dies wird noch deutlicher in Vers 53, wo der Herr das Wort von seinem Blut hinzufügt, das er uns zu trinken gibt. Hier wird nicht nur der Hinweis auf die Eucharistie ganz offenkundig, sondern vor allem erscheint, dass ihr zugrunde liegende Opfer Jesu, der sein Blut für uns vergießt und so gleichsam aus sich selbst heraustritt, sich verströmt, sich uns zu eigen gibt. So gehen in diesem Kapitel Inkarnations- und Kreuzestheologie ineinander über. Beide sind untrennbar. Man kann nicht die Ostertheologie der Synoptiker und des heiligen Paulus einer vermeintlichen reinen Inkarnationstheologie des heiligen Johannes gegenüberstellen. Die Fleischwerdung des Wortes, von der der Prolog spricht, zielt eben auf die Hingabe des Leibes am Kreuz, die uns im Sakrament zugänglich wird. Johannes folgt hier der gleichen Linie, die der Hebräerbrief vom Psalm 40, 6 bis 8 her entfaltet hat. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet. Brief an die Hebräer, 10, 5. Jesus wird Mensch, um sich zu geben und an die Stelle der Tieropfer zu treten, die nur eine Gebärde der Sehnsucht, aber keine Antwort sein konnten. In der Brotrede Jesu wird einerseits die große Bewegung der Menschwerdung und des österlichen Weges auf das Sakrament hingeordnet, in dem immerfort Menschwerdung und Ostern zugleich ist. Aber umgekehrt wird auch das Sakrament, die heilige Eucharistie, so eingeordnet, in den großen Zusammenhang von Gottes Abstieg zu uns und für uns. So wird einerseits nachdrücklich die Eucharistie in die Mitte der christlichen Existenz gerückt. Hier schenkt uns Gott tatsächlich das Manna, auf das die Menschheit wartet, das wahre Brot des Himmels, das, wovon wir im Tiefsten als Menschen leben können. Aber zugleich wird Eucharistie als die immerwährende große Gottbegegnung des Menschen sichtbar, in der der Herr sich als Fleisch gibt, damit wir in ihm und in der Teilhabe an seinem Weg Geist werden können. Wie er durch das Kreuz hindurch verwandelt wurde in eine neue Weise von Leiblichkeit und von Menschsein hinein, das sich mit Gottes Sein durchdringt, so muss auch für uns dieses Essen, Öffnung der Existenz, Durchgang durch das Kreuz und Vorgriff auf die neue Existenz des Lebens in Gott und mit Gott sein. Darum steht am Schluss der Rede, wo nachdrücklich die Fleischwerdung Jesu und das Essen und Trinken von Fleisch und Blut des Herrn herausgestellt werden, der Satz Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Johannes 6, 63 Das mag uns an das Wort des heiligen Paulus erinnern. Der erste Adam wurde zur lebendigen Seele, der letzte Adam zum lebenschaffenden Geist. Erster Brief an die Korinther, 15, 45 Da wird nichts vom Realismus der Fleischwerdung zurückgenommen, aber die österliche Perspektive des Sakraments wird unterstrichen. Nur durch das Kreuz hindurch und durch die Verwandlung hindurch, die es bewirkt, wird dieses Fleisch uns zugänglich und reißt uns selber in den Vorgang der Verwandlung hinein. Von dieser großen, christologischen, ja kosmischen Dynamik hat die eucharistische Frömmigkeit immer wieder zu lernen. Um die Brotrede Jesu in ihrer ganzen Tiefe zu verstehen, müssen wir zuletzt noch kurz eines der Schlüsselworte des Johannes-Evangeliums betrachten, dass Jesus am Palmsonntag im Vorausblick auf die kommende universelle Kirche spricht, die Juden und Griechen, alle Völker der Welt, umfassen wird. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Johannes 12, 24 In dem Gebilde, das wir Brot nennen, ist das Geheimnis der Passion enthalten. Brot setzt voraus, dass der Same, das Weizenkorn, in die Erde gelegt wurde, starb, und dass aus diesem Untergehen heraus dann die neue Ehre wuchs. Irdisches Brot kann Träger von Christi Gegenwart werden, weil es selber das Passionsgeheimnis in sich trägt, in sich Tod und Auferstehung vereinigt. So war in den Religionen der Welt das Brot zum Ausgangspunkt der Mythen von Tod und Auferstehung der Gottheit geworden, in denen der Mensch seine Hoffnung auf Leben aus dem Tod ausdrückte. Kardinal Christoph Schönborn erinnert in diesem Zusammenhang an den Bekehrungsvorgang des großen englischen Schriftstellers Clive Staples Lewis, der ein zwölfbändiges Werk über diese Mythen gelesen hatte und zu der Meinung gekommen war, dass auch dieser Jesus, der Brot in seine Hände nahm und sagte, das ist mein Leib, nur eine weitere Korngottheit, ein Kornkönig sei, der sein Leben hingibt für das Leben der Welt. Eines Tages aber hörte er in einem Gespräch einen entschiedenen Atheisten bemerken, dass die Beweise für die Geschichtlichkeit der Evangelien überraschend gut seien. Vergleiche bei Christoph Schönborn Weihnacht, Mythos und Wirklichkeit. Und ihm kam der Gedanke, sonderbare Sache, das ganze Zeug vom sterbenden Gott, es sieht so aus, als habe es sich einmal wirklich ereignet. Gisbert Kranz zitiert bei Christoph Schönborn. Ja, es hat sich wirklich ereignet. Jesus ist kein Mythos, er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, steht ganz real in der Geschichte. Wir können die Orte nachgehen, die er gegangen ist. Wir können durch die Zeugen seine Worte hören. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Das Passionsgeheimnis des Brotes hat gleichsam auf ihn gewartet, sich auf ihn ausgestreckt. Und die Mythen haben auf ihn gewartet, in dem das Ersehnte Wirklichkeit geworden ist. Das Gleiche gilt vom Wein. Auch er trägt Passion in sich, ist gekeltert worden und so wurde aus Traube Wein. Die Väter haben diese verborgene Sprache der eucharistischen Gaben noch weiter ausgedeutet. Nur ein Beispiel möchte ich hier anfügen. In der sogenannten Zwölf-Apostel-Lehre, wohl um 100, wird über das zur Eucharistie bestimmte Brot gebetet. Wie dieses Brot über die Berge verstreut war und zusammengebracht wurde, so werde die Kirche versammelt von den Enden der Erde her in dein Reich. Der Hirte Das Bild des Hirten, unter dem Jesus sowohl bei den Synoptikern wie im Johannes-Evangelium seine Sendung darstellt, trägt eine lange Geschichte in sich. Im Alten Orient, sowohl in den sumerischen Königsinschriften wie im babylonischen und assyrischen Raum, bezeichnet sich der König als der von Gott eingesetzte Hirte. Weiden ist ein Bild für seine Aufgabe des Regierens. Die Sorge um die Schwachen gehört von diesem Bild her zu den Aufgaben des gerechten Herrschers. So könnte man sagen, dass von seinen Ursprüngen her das Bild von Christus, dem guten Hirten, ein Evangelium von Christus, dem König ist, dass es das Königtum Christi aufleuchten lässt. Die unmittelbare Vorgeschichte von Jesu Bildrede liegt freilich im Alten Testament, in dem Gott selbst als der Hirte Israels erscheint. Dieses Bild hat die Frömmigkeit Israels zutiefst geprägt und ist vor allem in den Notzeiten Israels zu einem Wort des Trostes und der Zuversicht geworden. Wohl am schönsten zusammengefasst ist diese Frömmigkeit des Vertrauens im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Vers 4 Größer ausgestaltet ist das Bild von Gott, dem Hirten bei Ezechiel in den Kapiteln 34 bis 37, deren Vision in den synoptischen Hirtengleichnissen wie in der johannäischen Hirtenrede konkret in die Gegenwart gehoben, als Prophetie von Jesu Wirken aufgenommen wird. Angesichts der selbstsüchtigen Hirten, die Ezechiel in seiner Zeit vorfindet und anklagt, verkündet er die Verheißung, dass Gott selbst seine Schafe suchen, sich um sie kümmern werde. Ich führe sie aus den Völkern heraus, ich hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihr Land. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen, ich werde sie ruhen lassen. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ezechiel 34, 13 und 15 bis 16 Angesichts des Murrens der Pharisäer und Schriftgelehrten über die Tischgemeinschaft Jesu mit den Sündern erzählt der Herr das Gleichnis von den 99 daheim gebliebenen Schafen und dem einen Verlorenen, dem der Hirte nachgeht, das er voll Freude auf seine Schulter nimmt und heimträgt. Mit diesem Gleichnis sagt Jesus zu seinen Gegnern, »Habt ihr Gottes Wort in Ezechiel nicht gelesen? Ich tue nur das, was Gott als der wahre Hirte angekündigt hat, die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen.« In später Stunde der alttestamentlichen Prophetie ereignet sich noch einmal eine überraschende und tiefgehende Wendung in der Darstellung des Hirtenbildes, die direkt in das Geheimnis Jesu Christi hineinführt. Matthäus erzählt uns, dass Jesus den Jüngern nach dem letzten Abendmahl auf dem Weg zum Ölberg ankündigt, »Nun werde geschehen, was in Saharia 13, 7 angekündigt ist.« »Ich will den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen.« Matthäus 26, 31. In der Tat erscheint hier bei Saharia die Vision eines Hirten, der nach Gottes Willen den Tod erduldet und dadurch die letzte Wende einleitet. Vergleiche Joachim Jeremias Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Diese überraschende Vision von dem getöteten Hirten, der durch den Tod hindurch zum Retter wird, ist eng verbunden mit einem anderen Bild des Saharia-Buches. Über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids und des Gebetes ausgießen, und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt. An jenem Tag wird die Totenklage in Jerusalem so laut sein, wie die Klage um Hadad-Rimon in der Ebene von Megiddo. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Sahaja 12, 10 und 11 sowie 13 1 Hadad-Rimon war eine der sterbenden und auferstehenden Vegetationsgottheiten, denen wir vorhin im Zusammenhang mit dem Brot begegnet sind, das Tod und Auferstehung des Korns voraussetzt. Sein Sterben, dem dann das Auferstehen folgt, wurde mit wilden rituellen Klagen gefeiert. Sie wurden denen, die das erlebt haben, der Prophet und seine Leser gehören offenbar dazu, geradezu zum Urbild von Trauer und Klage überhaupt. Für Sahaja ist Hadad-Rimon eine der nichtigen Gottheiten, die Israel verachtet, als mythische Träume durchschaut. Und doch wird er durch den Ritus der Klage hindurch zum geheimnisvollen Vorausbild für einen, den es wirklich gibt. Ein innerer Zusammenhang mit dem Gottesknecht von Deutero Jesaja wird erkennbar. Die späte Prophetie Israels schaut, ohne die Gestalt näher erklären zu können, den leidenden und sterbenden Erlöser, den Hirten, der zum Lamm wird. Karl Elliger kommentiert dazu, Aber Unreinheit deutlich zu sehen. Wenn bei Matthäus Jesus selbst am Anfang der Passionsgeschichte Zacharia 13,7 das Bild vom getöteten Hirten zitiert, so schließt Johannes den Bericht von der Kreuzigung des Herrn mit dem Hinweis auf Zacharia 12,10 Sie werden schauen auf den, den sie durchbohrt haben, 19,37 Nun ist es klar, der Getötete und der Rettende ist Jesus Christus der Gekreuzigte. Johannes verbindet dies mit der Vision der bei Zacharia angekündigten Quelle zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Aus Jesu geöffneter Seite strömen Blut und Wasser 19,34 Jesus selbst, der am Kreuz durchbohrte, ist der Quell der Reinigung und Heilung für die ganze Welt. Johannes verbindet dies des weiteren mit dem Bild vom Osterlamm, dessen Blut reinigende Kraft hat. Sie werden kein Gebein an ihm zerbrechen. Johannes 19,36 Vergleiche Exodus 12,46 Damit schließt sich am Ende der Ring zurück zum Beginn des Evangeliums als der Täufer Jesus erblickend gesagt hatte »Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt« Johannes 1,29 Das Bild vom Lamm, das auf andere Weise in der Apokalypse bestimmend ist, umschließt so das ganze Evangelium und deutet im tiefsten auch die Hirtenrede, deren Mittelpunkt eben die Lebenshingabe Jesu bildet. Die Hirtenrede selbst beginnt überraschenderweise nicht mit der Aussage »Ich bin der gute Hirte«, sondern mit einem anderen Bild. »Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen«, Johannes 10,7 Vorher schon hatte Jesus gesagt, »Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber, wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe.« 10,1 Folgende Das kann man wohl nur so verstehen, dass Jesus hier den Maßstab setzt für die Hirten seiner Herde nach seinem Aufstieg zum Vater. Ob jemand ein wirklicher Hirte ist, zeigt sich darin, dass er durch Jesus als die Tür eintritt, denn auf diese Weise bleibt Jesus letztlich der Hirte, ihm allein gehört die Herde. Wie das konkret vor sich geht, durch Jesus als Tür einzutreten, zeigt uns der Nachtrag zum Evangelium im 21. Kapitel, die Einweisung des Petrus in Jesu eigenes Hirtenamt. Dreimal sagt der Herr zu Petrus, »Weide meine Lämmer«, beziehungsweise »Meine Schafe«.« 21,15-17 Petrus wird ganz klar zum Hirten der Schafe Jesu bestimmt, in Jesu Hirtenamt eingesetzt. Aber damit er dies sein könne, muss er durch die Tür eingehen. Dieses Eingehen oder besser Eingelassen Werden durch die Tür, Johannes 10,3, ist angesprochen in der dreimaligen Frage, »Simon, Sohn Sohn des Johannes, liebst du mich?« Da ist zunächst das ganz Persönliche der Berufung. Simon wird mit Namen, mit seinem ganz persönlichen Namen Simon und seiner Herkunft gerufen, und er wird nach der Liebe gefragt, die ihn mit Jesus eins werden lässt. So kommt er durch Jesus zu den Schafen, nimmt sie nicht als seine, des Simon Petrus, sondern als Jesu Herde. Weil er durch die Tür Jesus kommt, weil er in der Liebe mit Jesus geeint kommt, darum hören die Schafe auf seine Stimme, die Stimme Jesu selbst. Sie folgen nicht dem Simon, sondern Jesus, von dem her und durch den er zu ihnen kommt, so dass in seiner Führung Jesus selbst führt. Die ganze Einsetzung Szene schließt dann mit dem Wort Jesu an Petrus »Folge mir« 21,19. Sie lässt an die Szene nach dem ersten Petrus Bekenntnis denken, wo Petrus den Herrn vom Weg des Kreuzes abzubringen versuchte und der Herr ihm gesagt hatte »Hinter mich«, um dann alle aufzufordern, das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen. Markus 8,33 und folgende. Auch der Jünger, der nun als Hirte vorausgeht, muss Jesus nachfolgen. Dazu gehört, wie der Herr dem Petrus nach der Übertragung des Hirtenamtes ankündigt, das Annehmen des Kreuzes die Bereitschaft, sein Leben zu geben. Ebenso wird das Wort konkret »Ich bin die Tür«. Ebenso bleibt Jesus selbst der Hirte. Kehren wir zur Hirtenrede des zehnten Kapitels zurück. Erst im zweiten Anlauf kommt nun die Aussage »Ich bin der gute Hirte«. 10,10 Die ganze historische Fracht des Hirtenbildes wird aufgenommen, gereinigt und zu ihrem vollen Sinn gebracht. Vier wesentliche Inhalte werden besonders herausgestellt. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. 10,10 Er sieht die Schafe als eine Sache an, die ihm gehört, die er besitzt und die er für sich ausbeutet. Ihm geht es nur um sich selbst, alles ist nur für ihn da. Umgekehrt der wirkliche Hirte. Er nimmt nicht Leben, sondern er gibt es. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10,10 Das ist die große Verheißung Jesu, Leben geben in Fülle. Leben in Fülle wünscht sich jeder Mensch. Aber was ist das? Worin besteht das Leben? Wo finden wir es? Wann und wie haben wir Leben in Fülle? Wenn wir so leben wie der verlorene Sohn, die ganze Mitgift Gottes verprassen? Wenn wir leben wie der Dieb und der Räuber alles für uns nehmen? Jesus verspricht, er werde den Schafen die Weide zeigen, das, wovon sie leben, sie wirklich an die Quellen des Lebens führen. Wir dürfen da die Worte des Psalms 23 mithören. Er lässt mich lagern auf grünen Auen, er bringt mich zum Ruheplatz am Wasser. Du deckst mir den Tisch lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Verse 2 und 5 folgender Noch unmittelbarer klingt die Hirtenrede aus Ezechiel an. Auf gute Weide will ich sie führen, im Bergland Israels werden ihre Weideplätze sein. 34 14 Aber was heißt das alles? Wovon die Schafe leben, wissen wir. Wovon aber lebt der Mensch? Die Väter haben im Bergland Israels und in den Weideplätzen auf seinen Höhen, wo es Schatten und Wasser gibt, ein Bild für die Höhen der Heiligen Schrift gesehen, für die lebengebende Nahrung des Gotteswortes. Und wenn das auch nicht der historische Sinn des Textes ist, so haben sie damit im Letzten doch richtig gesehen und vor allem Jesus selbst richtig verstanden. Der Mensch lebt von der Wahrheit und vom Geliebtsein, vom Geliebtsein durch die Wahrheit. Er braucht Gott, den Gott, der ihm nahe wird und der ihm den Sinn des Lebens deutet und so den Weg des Lebens weist. Gewiss, der Mensch braucht Brot, braucht die Nahrung des Leibes, aber er braucht im tiefsten vor allem das Wort, die Liebe, Gott selber. Wer ihm das gibt, der gibt ihm Leben in Fülle. Und so macht er auch die Kräfte frei, durch die er die Erde sinnvoll gestalten, für sich und für die anderen die Güter finden kann, die wir nur im Miteinander haben können. Insofern gibt es eine innere Beziehung zwischen der Brotrede des sechsten Kapitels und der Hirtenrede. Immer geht es darum, wovon der Mensch lebt. Philon, der große jüdische Religionsphilosoph und Zeitgenosse Jesu, hatte gesagt, dass Gott, der wahre Hirte seines Volkes, seinen erstgeborenen Sohn, den Logos, zum Hirten eingesetzt habe. Vergleiche Charles K. Barrett das Evangelium nach Johannes. Die johannäische Hirtenrede steht in keiner unmittelbaren Beziehung zum Verständnis Jesu als Logos und doch ist gerade im Zusammenhang des Johannesevangeliums selbst dies ihr Sinn, dass Jesus als das fleischgewordene Wort Gottes selbst nicht nur der Hirte, sondern auch die Nahrung, die wahre Weide ist, dass er Leben schenkt, indem er sich selber gibt, er, der das Leben ist. Vergleiche Johannes 1,4, 3,36 und 11,25 Damit 6,51 so ist für die 17 folgende. Hier wird das Ein drittes wesentliches Motiv der Hirtenrede ist das gegenseitige Kennen von Hirt und Herde. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Johannes Johannes 10,3 folgende Ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen, und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. 10,14 Folgende In diesen Versen sind zwei gedankliche Verschränkungen auffallend, die wir bedenken müssen, um zu verstehen, was dieses Kennen bedeutet. Zunächst einmal sind Kennen und Gehören ineinander verschränkt. Der Hirte kennt die Schafe, weil sie ihm gehören, und sie kennen ihn eben, weil sie die Seinern sind. Das Kennen und das Gehören, im griechischen Text das Zueigensein, Taidia, sind eigentlich ein und dasselbe. Der wahre Hirte besitzt die Schafe nicht wie irgendein Ding, das man gebraucht und verbraucht. Sie gehören ihm eben im Sich-Kennen, und dieses Kennen ist ein inneres Annehmen. Es bedeutet innere Zugehörigkeit, die viel tiefer reicht als das Besitzen von Sachen. Machen wir uns das an einem Beispiel aus unserem Leben klar. Kein Mensch gehört einem anderen, wie ihm ein Ding gehört. Die Kinder sind nicht Eigentum der Eltern, die Gatten sind nicht Eigentum einer des anderen. Aber sie gehören einander auf eine viel tiefere Weise als zum Beispiel ein Stück Holz oder ein Grundstück, oder was auch immer man Eigentum nennt. Die Kinder gehören den Eltern und sind doch selbstfreie Geschöpfe Gottes, jedes mit seiner eigenen Berufung, mit seiner eigenen Neuheit und Einzigkeit vor Gott. Sie gehören einander nicht als Besitz, sondern in Verantwortung. Sie gehören einander gerade dadurch, dass sie die Freiheit des anderen annehmen und in der Liebe wie im Kennen einander tragen, dadurch, dass sie in Ewigkeit in diesem Miteinander frei und eins zugleich sind. So gehören auch die Schafe, die ja von Gott geschaffene Personen, Abbilder Gottes sind, dem Hirten nicht wie Dinge. In dieser Weise nimmt sie der Räuber und der Diebsicht zu eigen. Eben dies ist der Unterschied zwischen dem Eigentümer, dem wahren Hirten und dem Räuber. Für den Räuber, für die Ideologen und Diktatoren sind die Menschen nur Sache, die sie besitzen. Für den wahren Hirten aber sind sie frei auf die Wahrheit und die Liebe hin. Der Hirte erweist sich als ihr Eigentümer eben dadurch, dass er sie kennt und liebt, sie in der Freiheit der Wahrheit will. Sie gehören ihm durch das Einssein des Kennens, in der Gemeinschaft der Wahrheit, die er selber ist. Eben darum gebraucht er sie nicht, sondern gibt sein Leben für sie. Wie Logos und Menschwerdung, Logos und Passion zusammengehören, so sind Kennen und sich Geben letztlich eins. Hören wir noch einmal den entscheidenden Satz. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Johannes 10, 14 folgende. In diesem Satz steckt noch eine zweite Verschränkung, die wir beachten müssen. Das gegenseitige Sich-Kennen zwischen Vater und Sohn ist mit dem gegenseitigen Kennen von Hirt und Schafen verwoben. Das Kennen, das Jesus mit den Seinen verbindet, steht im Innenraum seines erkennenden Einsseins mit dem Vater. Die Seinen sind in den trinitarischen Dialog eingewoben. Wir werden das beim Bedenken des hohepriesterlichen Gebetes von Neuem sehen. Kirche und Trinität sind miteinander verwoben, werden wir dann sehen können. Dieses Ineinander zweier Ebenen des Erkennens ist von großer Bedeutung, um das Wesen von Erkenntnis zu begreifen, von der das Johannes-Evangelium spricht. Das Ganze auf unsere eigene Lebenswelt übertragend, können wir sagen, nur in Gott und nur von Gott her kennt man den Menschen richtig. Ein Sich-Kennen, das den Menschen ins Empirische und Fassbare einengt, begegnet gerade der eigentlichen Tiefe des Menschen nicht. Der Mensch kennt sich selbst nur, wenn er sich von Gott her zu verstehen lernt, und er kennt den anderen nur, wenn er in ihm das Geheimnis Gottes sieht. Für den Hirten im Dienste Jesu bedeutet das, dass er die Menschen nicht an sich, an sein eigenes, kleines Ich binden darf. Das Sich-Kennen, das ihn mit den ihm anvertrauten Schafen verbindet, muss darauf zielen, sich gegenseitig in Gott hineinzuführen, auf ihn zuzuführen. Es muss so sich finden in der Gemeinsamkeit der Erkenntnis und der Liebe Gottes sein. Der Hirte im Dienste Jesu muss immer über sich hinausführen, damit der andere seine ganze Freiheit finde. Und er muss deswegen auch immer selber über sich hinausgehen, in die Einheit mit Jesus und mit dem trinitarischen Gott hinein. Jesu eigenes Ich ist immer hineingeöffnet in das Sein mit dem Vater. Er ist nie allein, sondern nur im Sich-Empfangen und Zurückgeben an den Vater. Meine Lehre ist nicht meine Lehre, sein Ich ist das in die Trinität hineingeöffnete Ich. Wer ihn kennenlernt, sieht den Vater, tritt in diese seine Gemeinschaft mit dem Vater ein. Gerade dieser dialogische Überschritt, der im Begegnen mit Jesus liegt, zeigt uns wieder den wahren Hirten, der uns nicht in Besitz nimmt, sondern uns zur Freiheit unseres Seins führt, indem er uns in die Gottesgemeinschaft hineinführt und selbst sein Leben gibt. Kommen wir zum letzten großen Motiv der Hirtenrede, dem Motiv der Einheit. Es erscheint mit großem Gewicht in der Hirtenrede bei Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich. Du, Menschensohn, nimm dir ein Holz und schreib darauf, Judah und die mit ihm verbündeten Israeliten. Dann nimm dir ein anderes Holz und schreib darauf, Josef, Holz Ephraims, und das ganze mit ihm verbündete Haus Israel. Dann füge beide zu einem einzigen Holz zusammen, sodass sie eins werden in deiner Hand. So spricht Gott, der Herr, ich hole die Israeliten aus den Völkern heraus, ich sammle sie von allen Seiten, ich mache sie in meinem Land auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk. Sie werden nicht länger zwei Völker sein und sich nie mehr in zwei Reiche teilen. Ezechiel 37, 15-17 und 21 folgende Der Hirte Gott führt das geteilte und zerstreute Israel wieder zu einem einzigen Volk zusammen. Die Hirtenrede Jesu nimmt diese Vision auf, aber sie erweitert ganz entscheidend den Radius der Verheißung. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Johannes 10, 16 Die Sendung des Hirten Jesus gilt nicht nur den verstreuten Schafen des Hauses Israels, sondern zielt auf das Zusammenführen der zerstreuten Kinder Gottes überhaupt. 11, 52 So sagt die Verheißung des einen Hirten und der einen Herde das Gleiche, was bei Matthäus im Missionsbefehl des Auferstandenen erscheint, macht alle Völker zu meinen Jüngern. Matthäus 28, 19 Und was dann wieder als Wort des Auferstandenen in der Apostelgeschichte begegnet, Ihr sollt mir Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Apostelgeschichte 1, 8 Hier wird der innere Grund dieser universalen Sendung sichtbar. Es gibt nur einen Hirten. Der Logos, der in Jesus Mensch wurde, ist der Hirte aller Menschen, denn sie alle sind durch das eine Wort erschaffen. Sie sind in all ihren Zerstreuungen eins von ihm her und auf ihn hin. Die Menschheit kann über all ihre Zerstreuungen hin eins werden vom wahren Hirten, vom Logos her, der Mensch wurde, um sein Leben hinzugeben und so Leben in Fülle zu schenken. Vergleiche Johannes 10, 10 Die Vision des Hirten ist in der frühen Zeit, nachweislich seit dem dritten Jahrhundert, zu einem prägenden Bild der frühen Christenheit geworden. Sie fand die Figur des Schafträgers vor, der in der überanstrengten, städtischen Gesellschaft wieder Traum vom einfachen Leben erschien und geliebt wurde. Aber die Christenheit konnte die Figur sofort von der Schrift her neu verstehen, zunächst zum Beispiel vom Psalm 23 her. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, er lässt mich lagern auf grünen Auen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Lauter Güte und Huld folgen mir mein Leben lang und im Hause Gottes darf ich wohnen für lange Zeit. In Christus erkannten sie den guten Hirten, der durch die finsteren Schluchten des Lebens hindurchführt. Den Hirten, der selbst durch die finstere Schlucht des Todes gegangen ist. Den Hirten, der den Weg auch durch die Nacht des Todes hindurch weiß, mich auch in dieser letzten Einsamkeit nicht verlässt und mich aus dieser Schlucht heraus in die grünen Auen des Lebens, an den Ort der Erquickung, des Lichtes und des Friedens führt. Kanon Romanus Clemens von Alexandrien hat dieses Vertrauen zu dem führenden Hirten in Ferse gekleidet, die etwas von dieser Hoffnung und Zuversicht der so oft leidenden und immer wieder verfolgten frühen Kirche vernehmen lässt. Führe, heiliger Hirte, deine geistigen Schafe, führe, König, deine reinen Kinder, die Fußspur Christi ist der Weg zum Himmel. Clemens von Alexandria, Pädagogus Vergleiche Fritz van der Meer und Hans Sibelet, Christus Aber natürlich fühlten sich die Christen auch an das Gleichnis von dem Hirten erinnert, der dem verlorenen Schaf nachgeht, es auf seine Schulter nimmt und heimträgt, und ebenso an die Hirtenrede des Johannesevangeliums. Für die Väter ist beides ineinander geflossen. Der Hirte, der sich aufmacht, um das verlorene Schaf zu suchen, ist das ewige Wort selber, und das Schaf, das er auf den Schultern trägt und liebevoll nach Hause bringt, ist die Menschheit, das Menschsein, das er auf sich genommen hat. In seiner Menschwerdung und in seinem Kreuz trägt er das verirrte Schaf, die Menschheit, heim, trägt er auch mich. Der menschgewordene Logos ist der wahre Schafträger, der Hirte, der uns nachgeht durch die Dornen und Wüsten unseres Lebens. Von ihm getragen, kommen wir nach Hause. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er selbst ist das Leben. Zehntes Kapitel Selbstaussagen Jesu Schon zu Lebzeiten Jesu haben Menschen seine geheimnisvolle Figur dadurch zu deuten versucht, dass sie Kategorien auf ihn anwandten, die ihnen vertraut waren und die so sein Geheimnis enträtseln sollten. Er wird als Johannes der Täufer angesehen, als wiedergekommene Elia oder Jeremia, als Prophet. Matthäus 16, 14, Markus 8, 28, Lukas 9, 19 Petrus verwendet in seinem Bekenntnis, wie wir gesehen haben, andere, höhere Titel, Messias, Sohn des lebendigen Gottes. Das Mühen, Jesu Geheimnis in Titeln zusammenzufassen, die seine Sendung, ja sein Wesen, deuteten, ging nach Ostern weiter. Immer mehr kristallisierten sich nun drei grundlegende Titel heraus »Christus, Messias, Kyrios, Herr, Sohn Gottes«. Der erste Titel war als solcher außerhalb des semitischen Raumes kaum verständlich. Er ist als Titel als bald weggefallen und mit dem Namen Jesu verschmolzen, »Jesus Christus«. Das Deutungswort wurde »Name« und darin ist auch eine tieferliegende Aussage, er ist ganz mit seinem Amt eins. Sein Auftrag und sein Selbst lassen sich gar nicht voneinander trennen. Sein Auftrag ist so zu Recht Teil seines Namens geworden.« Nun blieben die beiden Titel »Kyrios« und »Sohn«, die beide in die gleiche Richtung wiesen. Das Wort »Herr« war im Lauf der alttestamentlichen und der frühjüdischen Entwicklung um Schreibung des Gottesnamens geworden und rückte so Jesus in die Seinsgemeinschaft mit Gott selbst hinein, wies ihn als den uns gegenwärtig gewordenen lebendigen Gott aus. Desgleichen verband ihn das Wort »Sohn Gottes« mit dem »Sein Gottes« selber. Welche Art freilich diese »Seinsverbindung« näherhin sein würde, darüber mußte von dem Augenblick an mühsam gestritten werden, in dem der Glaube auch seine Vernunft bewähren und klar erkennen wollte. Ist er Sohn in einem abgeleiteten Sinn, in der Bedeutung einer besonderen Nähe zu Gott, oder weist das Wort darauf hin, dass es in Gott selbst Vater und Sohn gibt, dass er wirklich gottgleich ist, wahrer Gott vom wahren Gott. Das erste Konzil von Nicea, 325, hat den Ertrag dieses Ringens in dem Wort »Homo usios«, »gleichen Wesens« zusammengefasst, das einzige philosophische Wort, das ins Credo eingegangen ist. Aber dieses philosophische Wort dient dazu, die Verlässlichkeit des biblischen Wortes zu schützen. Es will uns sagen, wenn uns die Zeugen Jesu bekunden, dass Jesus der Sohn ist, dann ist das nicht im mythologischen oder im politischen Sinn gemeint. Die beiden Deutungen, die sich vom Kontext der Zeit her nahe legen. Es ist ganz wörtlich zu verstehen. Ja, in Gott selbst gibt es ewig den Dialog von Vater und Sohn, die beide im Heiligen Geist wirklich ein und derselbe Gott sind. Über die christologischen Hoheitstitel, die uns im Neuen Testament begegnen, gibt es eine umfangreiche Literatur. Der Disput darüber gehört aber nicht in dieses Buch, das den Weg, Jesu auf Erden und seine Verkündigung zu verstehen sucht, nicht die theologische Verarbeitung im Glauben und Denken der frühen Kirche. Dagegen müssen wir näher hin auf die Selbstbezeichnungen Jesu achten, die uns in den Evangelien begegnen. Es sind zwei. Zum einen nennt er sich mit Vorliebe der Menschensohn. Zum anderen gibt es, besonders im Johannes-Evangelium, Texte, in denen er von sich einfach als dem Sohn spricht. Den Titel Messias hat Jesus nicht auf sich selbst angewendet. Den Titel Sohn Gottes finden wir in seinem Mund an einigen Stellen des Johannes-Evangeliums. Wo ihm die messianische Titulatur oder verwandte Aussagen begegneten, wie einerseits von den ausgetriebenen Dämonen her, andererseits im Bekenntnis Petri, hat er Schweigen geboten. Über dem Kreuz steht dann freilich nun öffentlich für die ganze Welt der Titel Messias, König der Juden. Und hier darf er, in den drei Sprachen der damaligen Welt, Johannes 19,19 folgende, stehen, denn nun ist ihm seine Missverständlichkeit genommen. Das Kreuz als sein Thron gibt dem Titel die rechte Deutung. Regnavit, alegnodeus, vom Holz her herrscht Gott, so hat die alte Kirche dieses neue Königtum besungen. Wenden wir uns nun den beiden Titeln zu, die Jesus nach den Evangelien für sich selbst gebraucht hat. Neuntes Kapitel, zwei wichtige Markierungen auf dem Weg Jesu, Petrus Bekenntnis und Verklärung. 1. Das Petrus Bekenntnis In allen drei synoptischen Evangelien erscheint als wichtige Markierung auf dem Weg Jesu seine Frage an die Jünger, was die Leute von ihm halten und wofür sie selbst ihn ansehen. In allen drei Evangelien antwortet im Namen der Zwölf Petrus mit einem Bekenntnis, das sich deutlich von der Meinung der Leute unterscheidet. In allen drei Evangelien kündigt Jesus daraufhin seine Passion und Auferstehung an und führt diese Ankündigung seines eigenen Geschicks weiter mit einer Belehrung über den Weg der Jüngerschaft, die Nachfolge hinter ihm, dem Gekreuzigten, ist. In allen drei Evangelien legte aber auch diese Kreuzesnachfolge grundsätzlich anthropologisch aus als den für den Menschen nötigen Weg des Sich-Verlierens, ohne den es den Menschen nicht möglich ist, sich zu finden. Markus 8, 31-9, 1, Matthäus 16, 21-28, Lukas 9, 22-27 Und schließlich folgt in allen drei Evangelien darauf der Bericht von der Verklärung Jesu, der noch einmal das Bekenntnis des Petrus auslegt und vertieft und zugleich mit dem Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu verbindet. Markus 9, 2-13, Matthäus 17, 1-13, Lukas 9, 28-36 Nur bei Matthäus findet sich in unmittelbarem Anschluss an das Bekenntnis des Petrus die Übertragung der Schlüsselgewalt, die Gewalt des Bindens und Lösens an ihn, verbunden mit der Verheißung, auf ihn, Petrus, als einen Felsen werde er selbst, Jesus, seine Kirche bauen. Inhaltliche Parallelen zu diesem Auftrag und dieser Verheißung finden sich bei Lukas 22, 31 folgende im Zusammenhang des Abendmahls und bei Johannes 21, 15-19 nach der Auferstehung Jesu. Übrigens gibt es auch bei Johannes ein Petrusbekenntnis, das auch hier an einer entscheidenden Markierung von Jesu Weg steht und erst im Kreis der Zwölf sein ganz eigenes Gewicht und Gesicht gibt. Johannes 6, 68 folgende. Bei der Betrachtung des synoptischen Petrusbekenntnisses werden wir auch diesen Text mit einbeziehen müssen, der bei allen Unterschieden doch auch grundlegende Gemeinsamkeiten mit der synoptischen Überlieferung aufweist. Von diesen etwas schematischen Darlegungen her dürfte klar geworden sein, dass das Petrusbekenntnis nur recht verstanden werden kann in dem Zusammenhang, in dem es mit der Leidensankündigung und mit den Nachfolgeworten steht. Diese drei Elemente, das Wort des Petrus und die doppelte Antwort Jesu gehören untrennbar zusammen, wie auch die Bestätigung vom Vater selbst und durch Gesetz und Propheten in der Verklärungsszene zum Verstehen des Bekenntnisses unerlässlich ist. Bei Markus geht der Verklärungsgeschichte eine scheinbare Parosieverheißung voraus, die einerseits mit den Nachfolgeworten verknüpft ist, zugleich aber auf Jesu Verklärung hinführt und so sowohl Nachfolge wie Parosieverheißung auf ihre Weise auslegt. Die Nachfolgeworte, die nach Markus und Lukas an alle gerichtet sind, im Gegensatz zu der nur den Zeugen mitgeteilten Passionsvorhersage, tragen das ekklesiologische Moment in den ganzen Zusammenhang ein. Sie öffnen den Horizont des Ganzen über den eben begonnenen Weg Jesu nach Jerusalem hinaus auf alle hin, Lukas 9,23, wie denn auch ihre Auslegung der Nachfolge des Gekreuzigten aufs grundsätzliche menschliche Existenz überhaupt abzielt. Johannes hat diese Worte in den Zusammenhang des Palmsonntags gestellt und mit der Frage der Griechen nach Jesus verbunden. Er hat so den universalen Charakter dieser Aussagen ganz klar herausgestellt. Sie sind auch hier mit dem Kreuzesgeschick Jesu verbunden, das da mit aller Zufälligkeit enthoben wird und in seiner inneren Notwendigkeit erscheint. Johannes 12,24 folgende. Durch das Wort vom sterbenden Weizenkorn hat er die Aussage vom sich Verlieren und sich Finden überdies mit dem eucharistischen Geheimnis verbunden, das bei ihm am Ende der Brotvermehrungsgeschichte und ihrer Auslegung in der eucharistischen Rede Jesu zugleich den Zusammenhang des Petrusbekenntnisses bestimmt. Wenden wir uns nun den einzelnen Stücken dieses großen Gewebes aus Ereignis und Wort zu. Matthäus und Markus benennen als Schauplatz des Ereignisses das Gebiet von Cäsarea Philippi, ein von Herodes dem Großen gestiftetes Heiligtum des Pan, heute Banyas, das an den Quellen des Jordans lag. Herodes hatte diesen Ort dann zur Hauptstadt seines Regierungsgebietes bestimmt und nach Cäsar, Augustus und sich selbst benannt. Die Überlieferung hat die Szene an einer Stelle fixiert, an der eine überhängende Felswand über den Jordanwassern eine eindrucksvolle Veranschaulichung des Felsenwortes gibt. Markus und Lukas weisen uns auf je ihre Art sozusagen in den inneren Ort des Ereignisses ein. Markus sagt, Jesus habe seine Frage unterwegs gestellt. Es ist klar, dass der Weg, von dem er spricht, nach Jerusalem führt. Das Unterwegssein in den Dörfern bei Cäsarea Philippi, Markus 8, 27, bedeutet den Anfang des Aufstiegs nach Jerusalem, zum Zentrum der Heilsgeschichte, zu dem Ort, an dem sich Jesu Geschick in Kreuz und Auferstehung erfüllen sollte, an dem aber auch nach diesen Ereignissen die Kirche ihren Ursprung nahm. Das Petrusbekenntnis und so die folgenden Worte Jesu stehen am Beginn dieses Weges. Nach der großen Zeit der galiläischen Verkündigung ist dies eine entscheidende Markierung. Der Aufbruch zum Kreuz widerruft zur Entscheidung, der die Jüngerschaft nun deutlich von den bloß Mithörenden, aber nicht mitgehenden Leuten unterscheidet, sie deutlich zum Anfang der neuen Familie Jesu, der künftigen Kirche formt. Für diese Gemeinschaft ist es charakteristisch, dass sie mit Jesus unterwegs ist. Auf welchem Weg wird gerade in diesem Zusammenhang deutlich werden. Es ist des Weiteren charakteristisch für sie, dass ihre Entscheidung zum Mitgehen auf eine Erkenntnis beruht, auf einem Kennen Jesu, das ihnen zugleich eine neue Erkenntnis Gottes des einen Gottes schenkt, an den sie als Israeliten glauben. Bei Lukas ist, ganz im Sinn seines Bildes der Gestalt Jesu, das Petrusbekenntnis an ein Gebetsereignis gebunden. Lukas beginnt seine Darstellung der Geschichte mit einem gewollten Paradox. Während Jesus allein war beim Beten, waren seine Jünger mit ihm. 9,18 Die Jünger werden in sein Alleinsein, in sein ihm ganz vorbehaltenes Mitsein mit dem Vater hineingenommen. Sie dürfen ihn als den sehen, der, wie wir es am Anfang dieses Buches bedacht haben, mit dem Vater von Gesicht zu Gesicht, von Du zu Du redet. Sie dürfen ihn in seinem eigenen, in seinem Sohn sein sehen, an jenem Punkt, aus dem all seine Worte, seine Taten, seine Vollmachten kommen. Sie dürfen sehen, was die Leute nicht sehen. Und aus diesem Sehen kommt eine Erkenntnis, die über das Meinen der Leute hinausgeht. Aus diesem Sehen kommt ihr Glaube, ihr Bekenntnis. Darauf kann dann Kirche entstehen. An dieser Stelle hat die doppelte Frage Jesu ihren inneren Ort. Die Doppelfrage nach der Meinung der Leute und nach der Überzeugung der Jünger setzt voraus, dass es einerseits eine Außenerkenntnis Jesu gibt, die nicht notwendig einfach falsch, aber doch unzulänglich ist, und dass dem eine tiefere Erkenntnis gegenübersteht, die an Jüngerschaft, an Weggemeinschaft gebunden ist und nur in ihr wachsen kann. Alle drei Synoptiker berichten übereinstimmend von der Meinung der Leute, Jesus sei Johannes der Täufer oder Elia oder ein anderer von den Propheten, der wiedererstanden sei. Lukas hatte vorher erzählt, dass Herodes von solchen Deutungen der Person und des Wirkens Jesu gehört hatte und darauf den Wunsch empfunden habe, Jesus zu sehen. Matthäus fügt noch als Variante die Auffassung einiger hinzu, Jesus sei Jeremia. Gemeinsam ist diesen Vorstellungen, dass sie Jesus in die Kategorie des Propheten einordnen, die von der Überlieferung Israels her als Deuteschlüssel zur Verfügung stammt. Bei all den Namen, die zur Interpretation der Gestalt Jesu genannt wurden, schwingt irgendwie das esiatologische Moment mit, die Erwartung einer Wende, die zugleich mit Hoffnung wie auch mit Angst verbunden sein kann. Während Elia mehr die Hoffnung auf die Wiederherstellung Israels verkörpert, ist Jeremia eine Passionsgestalt, Verkünder des Scheiterns der jetzigen Form des Bundes und des Heiligtums, das sozusagen die konkrete Gewähr des Bundes darstellte. Er ist freilich auch Träger der Verheißung eines neuen Bundes, der aus dem Untergang aufstehen wird. Jeremia ist in seinem Leiden, in seinem Verschwinden im Dunkel des Widerspruchs lebendiger Träger dieses Doppelgeschicks von Untergang und Erneuerung. All diese Meinungen sind nicht einfach verkehrt. Sie bedeuten geringere oder größere Annäherungen an das Geheimnis Jesu, von denen aus der Weg zum Eigentlichen durchaus möglich ist. Aber sie reichen nicht an das Eigentliche Jesu, an seine Neuheit heran. Sie deuten ihn aus der Vergangenheit wie aus dem Allgemein Vorkommenden und Möglichen, nicht aus sich selbst, nicht in seiner Einzigkeit, die keiner anderen Kategorie einzufügen ist. In diesem Sinn gibt es auch heute ganz klar die Meinung der Leute, die Christus irgendwie kennengelernt, ihn vielleicht sogar wissenschaftlich studiert haben, aber ihm nicht selbst in seinem eigenen und ganz anderen begegnet sind. Karl Jaspers hat Jesus neben Sokrates, Buddha und Konfuzius als einen der vier maßgebenden Menschen dargestellt und ihm damit eine grundsätzliche Bedeutung für die Suche nach dem rechten Menschsein zuerkannt. Aber Jesus ist doch dabei einer unter anderen in einer gemeinsamen Kategorie, von der aus sie erklärt und auch begrenzt werden können. Gängig ist es heute, Jesus als eine der großen religiösen Gründergestalten der Welt anzusehen, denen eine tiefe Gotteserfahrung geschenkt worden ist. So können sie anderen Menschen, denen diese religiöse Begabung versagt ist, von Gott erzählen, sie sozusagen in ihre Gotteserfahrung mit hineinnehmen. Aber dabei bleibt dann doch bestehen, dass es sich eben um eine menschliche Gotteserfahrung handelt, die Gottes unendliche Wirklichkeit im endlichen und begrenzten eines menschlichen Geistes spiegelt und damit immer nur eine partielle, auch durch den Kontext von Zeit und Raum bestimmte Übersetzung des Göttlichen bedeutet. Das Wort Erfahrung weist damit einerseits auf eine reale Berührung mit dem Göttlichen hin, aber es spricht doch auch von der Grenze des empfangenden Subjekts. Jedes menschliche Subjekt kann nur einen bestimmten Ausschnitt der wahrzunehmenden Wirklichkeit einfangen, der dann überdies noch der Deutung bedarf. So kann jemand mit dieser Meinung Jesus durchaus lieben, ja ihn zum Wegweiser des eigenen Lebens nehmen, aber die Gotteserfahrung Jesu, an die man sich auf diese Weise anhängt, bleibt dem Letzten doch relativ und zu ergänzen durch die Ausschnitte, die von anderen Großen wahrgenommen worden sind. So bleibt doch zuletzt der Mensch, das einzelne Subjekt, selber das Maß. Der Einzelne entscheidet, was er aus den verschiedenen Erfahrungen annimmt, was ihm hilft oder ihm fremd ist. Eine letzte Verbindlichkeit gibt es da nicht. Dem meinen der Leute steht die Erkenntnis der Jünger gegenüber, die sich im Bekenntnis ausdrückt. Wie lautet es? Es ist bei jedem der drei Synoptiker anders formuliert und bei Johannes noch einmal anders. Nach Markus sagt Petrus zu Jesus einfach, Du bist der Messias, der Christus. 8,29 Nach Lukas nennt Petrus ihn den Christus, den gesalbten Gottes. 9,20 Und nach Matthäus sagt er, Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. 16,16 Bei Johannes schließlich lautet das Petrus Bekenntnis, Du bist der heilige Gottes. 6,69 Man kann versucht sein, aus diesen verschiedenen Versionen eine Entwicklungsgeschichte des christlichen Bekenntnisses zu konstruieren. Zweifellos spiegelt sich in der Unterschiedlichkeit der Texte auch ein Weg der Entfaltung, in dem allmählich vollends aufgeht, was zunächst noch undeutlich in ersten tastenden Versuchen angelegt war. Am radikalsten hat neuerdings auf katholischer Seite Pierre Grillo das gegenüber der Texte interpretiert. Nicht Entwicklung, sondern Widerspruch sieht er da. Das einfache Messias Bekenntnis des Petrus, wie Markus es überliefert, gebe zweifellos den historischen Augenblick richtig wieder. Es handele sich dabei noch um ein rein jüdisches Bekenntnis, das Jesus im Sinn der zeitgenössischen Vorstellungen als politischen Messias ausgelegt habe. Nur die Markus Darstellung gebe eine klare Logik, weil nur bei einem politischen Messianismus sich der Widerspruch Petri gegen die Leidensankündigung erkläre, dem Jesus, wie einst dem Herrschaftsangebot Satans, eine scharfe Absage erteile, hinter mich, Satan, du denkst nicht Gottes, sondern Menschengedanken. 8, 33 Diese schroffe Zurückweisung sei nur konsequent, wenn damit auch das vorangegangene Bekenntnis getroffen und als falsch abgelehnt werde, sie ergebe nach dem theologisch ganz reifen Bekenntnis der Matthäus-Version keine Logik. In der Schlussfolgerung, die Grillo daraus zieht, stimmt er auch mit jenen Exegeten überein, die seine ganz negative Auslegung des Markus-Textes nicht teilen. Bei dem Bekenntnis des Matthäus handele es sich um ein nachösterliches Wort. Erst nach der Auferstehung konnte, so denkt eine große Mehrheit von Auslegern, ein solches Bekenntnis formuliert werden. Grillo verbindet dies dann noch mit einer speziellen Theorie über eine österliche Erscheinung des Auferstandenen für Petrus, die er in Parallele setzt zu der Begegnung mit dem Auferstandenen, in der Paulus die Begründung seines Apostolats sah. Zu dem Wort Jesu Selig bist du, Simon, Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln, Matthäus 16, 17, gebe es eine auffällige Parallele im Galaterbrief. Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich unmittelbar nicht Fleisch und Blut zurate. Brief an die Galater 1,15 folgende Vergleiche 1,11 folgende Gemeinsam zwischen dem Paulus-Text und der Seligpreisung Petri durch Jesus sei der Hinweis auf Offenbarung und damit zugleich die Aussage, dass diese Erkenntnis nicht von Fleisch und Blut stammt. Daraus schließt nun Grillot, dass Petrus wie Paulus einer besonderen Erscheinung des Auferstandenen gewürdigt worden sei, wovon in der Tat mehrere Texte des Neuen Testaments sprechen, und dass er genau wie Paulus, dem auch eine solche Erscheinung geschenkt wurde, dabei seinen spezifischen Auftrag empfangen habe. Die Sendung des Petrus habe dabei der Judenkirche, die des Paulus der Heidenkirche gegolten. Brief an die Galater 2, 7. Das Verheißungswort an Petrus gehöre der Erscheinung des Auferstandenen an ihn zu und sei sachlich in strenger Parallele zu dem Auftrag zu sehen, den Paulus vom erhöhten Herrn erhielt. Wir brauchen hier nicht in eine detaillierte Auseinandersetzung mit dieser Theorie einzutreten, zumal dieses Buch als ein Jesusbuch primär die Frage nach dem Herrn stellt und das eklesiologische Thema nur insoweit behandelt wird, wie es für das rechte Verständnis der Figur Jesu nötig ist. Wer den Brief an die Galater 1, 11 bis 17 aufmerksam liest, kann nicht nur die Parallelen, sondern auch die Unterschiede zwischen beiden Texten leicht erkennen. Es ist klar, dass Paulus darin die Eigenständigkeit seines apostolischen Auftrags herausstellen will, der nicht von der Vollmacht anderer abgeleitet, sondern durch den Herrn selbst verliehen ist. Dabei geht es ihm gerade auch um die Universalität seiner Sendung und um das Besondere seines Weges im Aufbau einer Kirche aus den Heiden. Aber Paulus weiß auch, dass er für die Gültigkeit seines Dienstes der Communio mit den Altaposteln bedarf, Brief an die Galater 2,9, dass er ohne diese Gemeinschaft ins Leere laufen würde, 2,2. Deswegen ging er drei Jahre nach der Bekehrung, während derer er in Arabien und Damaskus gewesen war, nach Jerusalem, um Petrus Käfas zu sehen. Anschließend traf er dabei auch den Herrenbruder Jakobus, 1,18 folgende. Deshalb reiste er 14 Jahre später, diesmal zusammen mit Barnabas und Titus nach Jerusalem und empfing durch Handschlag von den Säulen Jakobus, Käfas und Johannes das Zeichen der Communio 2,9. So erscheinen zunächst Petrus und später dann die drei Säulen als Bezugspunkte, die für die Rechtheit und Einheit des Evangeliums und damit der werdenden Kirche bürgen. Darin aber wird die unverzichtbare Bedeutung des geschichtlichen Jesus, seiner Verkündigung und seiner Entscheidungen sichtbar. Der Auferstandene hat Paulus berufen und ihm damit seine eigene Autorität und seinen eigenen Auftrag gegeben. Aber der Auferstandene ist der, der vorher die Zwölf erwählt hatte, der Petrus mit einem besonderen Auftrag betraut hatte, der mit ihnen nach Jerusalem gegangen war, dort den Tod am Kreuz erlitten hatte und am dritten Tag auferstanden war. Für diesen Zusammenhang bürgen die Erstapostel, Apostelgeschichte 1,21 folgende und von diesem Zusammenhang her ist der Auftrag an Petrus nun eben doch grundsätzlich unterschieden vom Auftrag an Paulus. Dieser besondere Auftrag des Petrus erscheint nicht nur bei Matthäus, sondern in unterschiedlicher Weise, aber in der Substanz doch gleichartig auch bei Lukas und Johannes und eben auch bei Paulus selbst. Gerade in der leidenschaftlichen Apologie des Galaterbriefes setzt er den besonderen Auftrag des Petrus ganz klar voraus. Dieser Primat ist wirklich durch die ganze Breite der Überlieferung in allen unterschiedlichen Überlieferungssträngen belegt. Ihn lediglich auf eine persönliche Ostererscheinung zurückzuführen und damit in eine vollkommene Parallele zu der Sendung des Paulus zu setzen, geht vom neutestamentlichen Befund her schlechterdings nicht an. Aber nun wird es Zeit zum Christusbekenntnis des Petrus und damit zu unserem eigentlichen Thema zurückzukehren. Wir hatten gesehen, dass Grillo, das bei Markus überlieferte Petrusbekenntnis als ganz jüdisch und als daher von Jesus zurückzuweisen darstellt. Aber eine solche Zurückweisung findet sich nicht im Text, in dem Jesus nur eine allgemeine Verbreitung dieses Bekenntnisses verbietet, das in der Öffentlichkeit Israels in der Tat missdeutet worden wäre und einerseits zu falschen Hoffnungen auf ihn, andererseits zu einem politischen Prozess gegen ihn hätte führen müssen. Erst auf dieses Verbot folgt dann die Auslegung dessen, was Messias wirklich bedeutet. Wirklicher Messias ist der Menschensohn, der zum Tod verurteilt wird und nur so in seine Herrlichkeit eingeht, als der nach drei Tagen vom Tod auferstandene. Die Forschung spricht bezüglich des Urchristentums von zwei Typen von Bekenntnisformeln, den den Substantivischen und den Verbalen. Wir könnten vielleicht verständlicher von ontologisch ausgerichteten und von heilsgeschichtlich bestimmten Bekenntnistypen sprechen. Alle drei Formen des Petrusbekenntnisses, die uns die Synoptiker überliefern, sind Substantivisch. Du bist Christus, der Christus Gottes, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Immer stellt der Herr diesen substantivischen Aussagen das verbale Bekenntnis an die Seite, die Vorankündigung des Ostergeheimnisses von Kreuz und Auferstehung. Beide Bekenntnistypen gehören zusammen und jeder bleibt ohne den anderen unvollständig und letztlich unverständlich. Ohne die konkrete Heilsgeschichte bleiben die Titel zweideutig. Nicht nur das Wort Messias, sondern auch Sohn des lebendigen Gottes. Denn auch dieser Titel kann durchaus als dem Kreuzesgeheimnis entgegengesetzt aufgefasst werden. Umgekehrt, die bloße heilsgeschichtliche Aussage bleibt ohne ihre Wesenstiefe, wenn nicht klar wird, dass der, der da gelitten hat, der Sohn des lebendigen Gottes, Gott gleich ist, Brief an die Philippa 2,6, sich aber selbst entäußerte und wie ein Sklave wurde, sich erniedrigte bis zum Tode, ja, zum Tod am Kreuz. Brief an die Philippa 2,7 folgende. In diesem Sinn gibt uns nur die Verflechtung von Petrus Bekenntnis und Jüngerbelehrung durch Jesus, das Ganze und Wesentliche des christlichen Glaubens. So haben denn auch die großen Glaubenssymbole der Kirche immer beides miteinander verknüpft. Und wir wissen doch, dass alle Jahrhunderte hindurch, auch heute, die Christen, durchaus im Besitz des rechten Bekenntnisses, immer wieder vom Herrn neu belehrt werden müssen, dass sein Weg in allen Generationen nicht der Weg der irdischen Macht und Herrlichkeit, sondern der Weg des Kreuzes ist. Wir wissen und sehen, dass auch heute die Christen, wir selbst, den Herrn beiseite nehmen, um ihm zu sagen, Das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht geschehen. Matthäus 16,22 Und weil wir zweifeln, ob Gott es verhütet, versuchen wir selbst mit all unseren Künsten, es zu verhindern. Und so muss auch zu uns der Herr immer wieder sagen, Hinter mich, Satan. Markus 8,33 Die ganze Szene behält insofern eine unheimliche Gegenwärtigkeit. Denn am Schluss denken wir doch immer wieder von Fleisch und Blut und nicht von der Offenbarung her, die wir im Glauben empfangen dürfen. Noch einmal müssen wir zu den Christustiteln der Bekenntnisse zurückkehren. Da ist es zunächst wichtig zu sehen, dass die jeweilige Form des Titels durchaus im Ganzen der einzelnen Evangelien und ihrer besonderen Überlieferungsgestalt zu lesen ist. Immer ist dabei der Zusammenhang mit dem Prozess Jesu wichtig, in dem das Bekenntnis der Jünger als Frage und Anklage wieder erscheint. Bei Markus nimmt die Frage des Hohen Priesters den Titel Christus, Messias auf und erweitert ihn Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? 14,61 Diese Frage setzt voraus, dass aus Jüngerkreisen solche Deutungen der Gestalt Jesu öffentlich bekannt geworden waren. Die Verknüpfung der Titel Christus, Messias und Sohn entsprach biblischer Überlieferung. Vergleiche Psalm 2,7 und Psalm 110. Von da aus erscheint der Unterschied zwischen der Markus- und der Matthäus-Fassung des Bekenntnisses relativiert und weit weniger tiefgehend als in der Exegese Grilos und anderer. Bei Lukas bekennt Petrus, wie wir sahen, Jesus als den Gesalbten, Christus, Messias, Gottes. Hier begegnet wiederum, was der Greise Simeon über das Kind Jesus gewusst hatte, das ihm als der Gesalbte Christus des Herrn angekündigt worden war. Lukas 2,26 Als Gegenbild verspotten unter dem Kreuz die führenden Männer des Volkes Jesus, in dem sie sagen, Anderen hat er geholfen. Nun soll er sich selbst helfen, wenn er der Christus Gottes, der Erwählte ist. Lukas 23,35 So spannt sich der Bogen von der Kindheit Jesu über das Bekenntnis von Caesarea Philippi bis zum Kreuz. Die drei Texte zeigen zusammen die einzigartige Zugehörigkeit des Gesalbten zu Gott. Aus dem Lukas-Evangelium ist aber auch eine andere Begebenheit zu erwähnen, die für den Jesusglauben der Jünger wichtig ist. Die Geschichte vom reichen Fischfang, die mit der Berufung des Simon Petrus und seiner Gefährten in die Jüngerschaft endet. Die erfahrenen Fischer haben eine ganze Nacht hindurch nichts gefangen, und nun erhalten sie von Jesus die Weisung, noch einmal am helllichten Tag auszufahren und die Netze auszuwerfen. Das scheint von der praktischen Erkenntnis dieser Männer her wenig sinnvoll, aber Simon antwortet doch, »Meister, auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen.« Lukas 5,5 Dann kommt der überreiche Fang, der Petrus zutiefst erschrecken lässt. Er fällt in der Haltung der Anbetung Jesus zu Füßen und sagt, »Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch.« Lukas 5,8 In dem Geschehenen hat er die Macht Gottes selbst erkannt, die durch das Wort Jesu wirkt. Und diese direkte Begegnung mit dem lebendigen Gott in Jesus erschüttert ihn zutiefst. Im Licht und unter der Macht dieser Gegenwart erkennt der Mensch seine Erbärmlichkeit. Das Tremendum Gottes kann er nicht ertragen, es ist zu gewaltig für ihn. Dies ist auch religionsgeschichtlich gesehen einer der eindrücklichsten Texte dafür, was geschieht, wenn der Mensch sich plötzlich und unmittelbar der Nähe Gottes ausgesetzt findet. Da kann er nur über sich selbst erschrecken, bitten, von der Gewalt dieser Gegenwart befreit zu werden. Dieses unmittelbar hereinbrechende Innewerden von Gottes eigener Nähe in Jesus drückt sich in dem Titel aus, den Petrus nun für Jesus gebraucht, Kyrios, Herr. Es ist die alttestamentliche Gottesbezeichnung, mit der man den unaussprechbaren Gottesnamen vom brennenden Dornbusch ersetzte. War Jesus vorbeginn der Ausfahrt für Petrus Epistata gewesen, was Meister, Lehrer, Rabbi bedeutet, so erkennt er in ihm nun den Kyrios. Einer ähnlichen Situation begegnen wir in der Erzählung, wie Jesus über dem sturmgepeitschten See auf das Boot der Jünger zugeht. Petrus bittet nun darum, gleichfalls sich auf dem Wasser bewegen zu dürfen, Jesus entgegen. Wie er zu versinken droht, rettet ihm die ausgestreckte Hand Jesu, der nun mit ins Boot steigt. In diesem Augenblick aber legte sich der Wind. Jetzt geschieht dasselbe, was wir bei der Geschichte vom reichen Fischfang gesehen hatten. Die Jünger im Boot fallen vor Jesus nieder, dies ist Erschrecken und Anbetung zugleich. Und sie bekennen, du bist Gottes Sohn. Matthäus 14, 22-33 In solchen und ähnlichen Erfahrungen, die sich durch die Evangelien hindurchziehen, findet das Petrus Bekenntnis von Matthäus 16, 16 seine klare Grundlage. In Jesus war in verschiedenen Weisen den Jüngern immer wieder die Gegenwart des lebendigen Gottes selbst spürbar geworden. Bevor wir versuchen, aus all diesen Mosaiksteinchen ein Bild zusammenzusetzen, müssen wir doch kurz noch auf das Petrus Bekenntnis bei Johannes hinblicken. Die eucharistische Rede Jesu, die dort auf die Brotvermehrung folgt, nimmt sozusagen öffentlich das Nein Jesu zum Versucher auf, der ihn eingeladen hatte, Steine in Brot zu verwandeln, das heißt, seine Sendung im Herstellen materiellen Wohlstands zu sehen. Stattdessen verweist Jesus auf die Beziehung zum lebendigen Gott und auf die von ihm kommende Liebe, die die wahrhaft schöpferische, sinnstiftende und dann auch brotschenkende Macht ist. So deutet er sein eigenes Geheimnis, sich selbst durch seine Hingabe als das lebendige Brot. Das gefällt den Menschen nicht. Viele entfernen sich. Jesus fragt nun die Zwölf, Wollt auch ihr mich verlassen? Petrus antwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, Du bist der heilige Gottes. Johannes 6, 68 folgende. Wir werden diese Fassung des Petrusbekenntnisses im Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl näher bedenken müssen. In ihr scheint das priesterliche Geheimnis Jesu auf. Aaron wird im Psalm 106, 16 der heilige Gottes genannt. Der Titel ist rückbezogen auf die eucharistische Rede und mit ihr vorausbezogen auf das Kreuzesgeheimnis Jesu. Er ist so im Pescha-Mysterium, in der Mitte von Jesu-Sendung, verankert und deutet auf das ganz andere seiner Gestalt gegenüber den gängigen Formen messianischer Hoffnung hin. Der heilige Gottes, das erinnert uns aber auch an den Zusammenbruch des Petrus angesichts der Nähe des Heiligen beim reichen Fischfang, der ihnen die Armseligkeit seines Sünderseins dramatisch erfahren ließ. Insofern stehen wir doch mitten im Zusammenhang der Jesus-Erfahrung der Jünger, den wir von einigen herausragenden Augenblicken ihres Weges in der Gemeinschaft mit Jesus her wahrzunehmen versucht haben. Was können wir nun als Ergebnis festhalten? Zunächst einmal ist zu sagen, dass der Versuch, die Urworte des Petrus historisch zu rekonstruieren und alles weitere dann späteren Entwicklungen, womöglich dem nachösterlichen Glauben zu überlassen, auf Holzwege führt. Wo sollte eigentlich der nachösterliche Glaube hergekommen sein, wenn der Jesus vor Ostern keine Grundlage dazu bot? Mit solchen Rekonstruktionen übernimmt sich die Wissenschaft. Gerade der Prozess Jesu vor dem Synedrium zeigt, was der eigentliche Anstoß an ihm war. Nicht eine politische Messianität. Die gab es bei Barabbas und später wieder bei Bar Kochba. Beide fanden ihr Gefolge und beide Bewegungen wurden von den Römern unterdrückt. Was an Jesus' Anstoß erregte, war gerade das, was wir schon im Gespräch von Rabbi Neussner mit dem Jesus der Bergpredigt gesehen haben, dass er sich mit dem lebendigen Gott selbst auf eine Stufe zu stellen schien. Das war es, was der streng monotheistische Glaube der Juden nicht anzunehmen vermochte. Das war es, worauf auch Jesus selbst nur langsam und allmählich hinführen konnte. Das war es auch, was bei aller ungebrochenen Einheit mit dem Glauben an die Einzigkeit Gottes seine ganze Botschaft durchdringt und ihr Neues, Besonderes, Einzigartiges ausmacht. Dass man dann den Prozess den Römern gegenüber in einen Prozess gegen eine politische Messianität umwandelte, entsprach der Pragmatik der Sadduzea. Aber auch Pilatus selber spürte, dass es in Wirklichkeit um ganz anderes ging, dass man einen wirklich politisch verheißungsvollen König nicht ihm zur Verurteilung ausgeliefert hätte. Aber damit haben wir vorgegriffen. Kehren wir zu den Jüngerbekenntnissen zurück. Was sehen wir da, wenn wir das ganze Mosaik der Texte zusammenhalten? Nun, die Jünger haben erkannt, dass Jesus in keine der geläufigen Kategorien passte, dass er mehr und anderes war als einer der Propheten. Von der Bergpredigt an, wie im Angesicht seiner Machttaten, seiner Vollmacht, Sünden zu vergeben. Von der Souveränität seiner Verkündigung, wie seinem Umgang mit den Traditionen des Gesetzes, von alledem aus erkannten sie, dass er mehr war als einer der Propheten. Er war jener Prophet, der, wie Mose, mit Gott als Freund, von Angesicht zu Angesicht redete. Er war der Messias und war es doch anders, als im Sinn eines bloßen Beauftragten Gottes. In ihm waren die großen messianischen Worte auf eine bestürzende und unerwartete Weise wahr. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2, 7 In großen Augenblicken spürten die Jünger erschüttert, das ist Gott selbst. All das konnten sie nicht zu einer fertigen Antwort zusammensetzen. Sie gebrauchten zu Recht die Verheißungsworte des alten Mundes, Christus, der Gesalbte, Sohn Gottes, Herr. Es sind die Kernworte, in denen sich ihr Bekenntnis konzentrierte, das doch immer noch tastend unterwegs blieb. Seine volle Gestalt konnte es erst finden in dem Augenblick, in dem Thomas, die Wundmale des Auferstandenen berührend, ergriffen ausrief, Mein Herr und mein Gott, Johannes 20, 28. Aber im Letzten bleiben wir immer unterwegs mit diesem Wort. Es ist so groß, dass wir es nie fertig erfasst haben und es bleibt uns immer voraus. Ihre ganze Geschichte hindurch pilgert die Kirche immer neu in dieses Wort hinein, das uns nur in der Berührung mit den Wunden Jesu und in der Begegnung mit seiner Auferstehung fassbar werden kann und uns dann zur Sendung wird. 2. Die Verklärung Das Petrusbekenntnis und der Bericht von der Verklärung Jesu sind bei allen drei Synoptikern durch eine Zeitangabe miteinander verbunden. Matthäus und Markus sagen, sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite. Matthäus 17, 1, Markus 9, 2. Lukas schreibt, etwa acht Tage nach diesen Reden, Lukas 9, 28. Das besagt zunächst, dass beide Ereignisse, in denen auch immer Petrus eine herausragende Rolle spielt, miteinander zu tun haben. In einem ersten Anlauf könnten wir sagen, beide Male geht es zum einen um die Göttlichkeit Jesu des Sohnes, aber beide Male ist auch das Erscheinen seiner Herrlichkeit mit dem Thema der Passion verknüpft. Die Göttlichkeit Jesu gehört mit dem Kreuz zusammen. Nur in dieser Verbindung erkennen wir Jesus Recht. Johannes hat diese innere Verwobenheit von Kreuz und Herrlichkeit ins Wort gefasst, indem er sagt, dass das Kreuz die Erhöhung Jesu sei und dass seine Erhöhung sich nicht anders als im Kreuz vollziehe. Aber nun müssen wir doch dieser merkwürdigen Datierung etwas näher auf den Grund gehen. Es gibt zwei unterschiedliche Deutungen, die sich freilich nicht ausschließen müssen. Besonders Jean-Marie van Kang und Michel van Esbroek haben den Zusammenhang mit dem jüdischen Festkalender herausgearbeitet. Sie machen darauf aufmerksam, dass nur fünf Tage zwei große jüdische Feste im Herbst voneinander trennen. Da ist zuerst der Yom Ha-Kippurim, das große Versöhnungsfest. Sechs Tage danach wird dann das eine Woche lang dauernde Laubhüttenfest Sokot begangen. Das würde bedeuten, dass das Petrusbekenntnis auf den großen Versöhnungstag fiel und theologisch auch auf dem Hintergrund dieses Festes zu deuten wäre, an dem das einzige Mal im Jahr der hohe Priester feierlich den J.H.W.H. geschriebenen Gottesnamen im Allerheiligsten des Tempels ausspricht. Das Petrusbekenntnis zu Jesus als dem Sohn des lebendigen Gottes würde in diesem Zusammenhang noch eine weitere Tiefendimension erfahren. Jean-Danielou bezieht hingegen die Datumsangabe der Evangelisten ausschließlich auf das Laubhüttenfest, das, wie schon gesagt, eine ganze Woche lang dauerte. So würden letztlich die Zeitangaben von Matthäus, Markus und Lukas übereinkommen. Die sechs beziehungsweise ungefähr acht Tage würden dann die Festwoche des Laubhüttenfestes bezeichnen. Die Verklärung Jesu hätte demgemäß am letzten Tag dieses Festes stattgefunden, der zugleich dessen Höhepunkt und innere Zusammenfassung war. Beiden Deutungen ist gemeinsam, dass die Verklärung Jesu mit dem Laubhüttenfest zu tun hat. Wir werden sehen, dass in der Tat der Zusammenhang damit im Text selbst aufscheint, und uns ein tieferes Verständnis des ganzen Geschehens ermöglicht. Über das Besondere dieser Berichte hinaus zeigt sich damit ein Grundzug des Lebens Jesu, den besonders Johannes herausgearbeitet hat, wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben. Die großen Ereignisse des Lebens Jesu stehen in innerem Zusammenhang mit dem jüdischen Festkalender. Es sind sozusagen liturgische Ereignisse, in denen Liturgie mit ihrem Gedenken und Erwarten Wirklichkeit leben wird, das wieder zur Liturgie führt und von hierher wieder Leben werden möchte. Gerade bei der Analyse der Zusammenhänge zwischen der Verklärungsgeschichte und dem Laubhüttenfest wird uns noch einmal deutlich aufgehen, dass alle jüdischen Feste drei Dimensionen in sich tragen. Sie kommen aus Begehungen der Naturreligion, sprechen also von Schöpfer und Schöpfung. Sie werden dann zu Erinnerungen an geschichtliches Handeln Gottes und schließlich von da zu Festen der Hoffnung, die dem kommenden Herrn entgegen gehen, indem sich das geschichtliche Heilshandeln Gottes vollendet und zugleich zur Versöhnung der ganzen Schöpfung wird. Wir werden sehen, wie diese drei Dimensionen der Feste durch ihre Realisierung im Leben und Leiden Jesu weiter vertieft und neu geprägt werden. Dieser liturgischen Interpretation des Datums steht eine andere, besonders von Hartmut Gese eindringlich vertretene Deutung gegenüber, die die Anspielung auf das Laubhüttenfest nicht für genügend begründet ansieht und stattdessen den ganzen Text auf dem Hintergrund von Exodus 24 dem Aufstieg des Mose auf den Berg Sinai liest. Tatsächlich ist dieses Kapitel, in dem der Bundesschluss Gottes mit Israel dargestellt wird, ein wesentlicher Deutungsschlüssel für die Verklärungsgeschichte. Dort heißt es, die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab und die Wolke bedeckte den Berg sechs Tage lang. Am siebten Tag rief der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei. Exodus 24, 16 Das hier anders als in den Evangelien vom siebten Tag die Rede ist, muss nicht gegen einen Zusammenhang zwischen Exodus 24 und der Verklärungsgeschichte sprechen. Überzeugender scheint mir allerdings die Datierung vom jüdischen Festkalender her. Im Übrigen ist es allerdings auch nichts Ungewöhnliches, dass in Ereignissen des Weges Jesu unterschiedliche typologische Zusammenhänge zusammenfließen und so sichtbar wird, dass Mose und die Propheten insgesamt von Jesus reden. Kommen wir nun zum Text der Verklärungsgeschichte selbst. Da heißt es, dass Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite nahm und sie auf einen hohen Berg führte. Nur sie allein, Markus 9, 2. Wir werden den Dreien wieder begegnen auf dem Ölberg, Markus 14, 33, in der letzten Angst Jesu als dem Gegenbild zur Verklärung, beides doch untrennbar zueinander gehörend. Hier ist der Bezug auf Exodus 24 nicht zu übersehen, wo Mose in seinem Aufstieg Aaron, Nadab und Abihu freilich auch 70 von den ältesten Israels mitnimmt. Wieder begegnen wir, wie schon bei der Bergpredigt und den Gebetsnächten Jesu, dem Berg als dem Ort der besonderen Gottesnähe. Wieder müssen wir die verschiedenen Berge des Lebens Jesu zusammendenken. Den Berg der Versuchung, den Berg seiner großen Verkündigung, den Berg des Gebetes, den Berg der Verklärung, den Berg der Angst, den Berg des Kreuzes und schließlich den Berg des Auferstandenen, auf dem der Herr, im Gegensatz zum Angebot der Weltherrschaft durch die Macht des Teufels erklärt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, Matthäus 28, 18. Dahinter erscheint aber auch der Sinai, der Horeb, der Moria, die Offenbarungsberge des Alten Testaments, die alle zugleich Passionsberge und Offenbarungsberge in einem sind und ihrerseits auch auf den Tempelberg verweisen, auf dem Offenbarung zu Liturgie wird. Wenn wir nach einer Deutung fragen, so steht zweifellos zunächst die allgemeine Symbolik des Berges im Hintergrund. Berg als Ort des Aufstiegs, nicht nur des Äußeren, sondern des Inneren Aufsteigens, Berg als Freiwerden von der Last des Alltags, als Atmen in der reinen Luft der Schöpfung, Berg, der den Ausblick auf die Weite der Schöpfung und ihre Schönheit gewährt, Berg, der mir innere Höhe gibt und mich den Schöpfer ahnen lässt. Von der Geschichte her kommt zu alledem die Erfahrung des Redenden Gottes und die Erfahrung der Passion mit ihrem Höhepunkt im Opfer Isaaks, im Opfer des Lammes, das auf das endgültige, auf dem Berg Kalvaria geopferte Lamm vorverweist. Mose und Elia hatten auf dem Berg Gottes Offenbarung empfangen dürfen, sie stehen nun im Gespräch mit dem, der die Offenbarung Gottes in Person ist. Und er wurde vor ihnen verklärt, sagt Markus dann ganz einfach und fügt ein wenig unbeholfen vor dem Geheimnis fast stammend hinzu, seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. 9,3 Matthäus stehen da schon größere Worte zu Gebote. Sein Antlitz strahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 17,2 Lukas hatte als einziger vorher schon als Ziel des Aufstiegs angegeben, er stieg auf, um zu beten, und erklärt nun von da aus das Ereignis dessen Zeugen die drei Jünger werden. Während er betete, verwandelte sich das Aussehen seines Gesichts und sein Gewand blitzte weiß auf. 9,29 Die Verklärung ist ein Gebetsereignis. Es wird sichtbar, was im Reden Jesu mit dem Vater geschieht, die innerste Durchdringung seines Seins mit Gott, die reines Licht wird. In seinem Einssein mit dem Vater ist Jesus selbst Licht vom Licht. Was er zu innerst ist und was Petrus in seinem Bekenntnis zu sagen versucht hatte, das wird in diesem Augenblick auch sinnlich wahrnehmbar. Jesu sein im Licht Gottes, sein eigenes Licht sein als Sohn. Hier werden Bezug und Unterschied zur Gestalt des Mose sichtbar. Während Mose vom Berg herab stieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichts Licht ausstrahlte, weil er mit dem Herrn geredet hatte. Exodus 34, 29 bis 35 Durch das Reden mit Gott strahlt Gottes Licht auf ihn und macht ihn selber strahlend. Aber es ist sozusagen ein von außen auf ihn zukommender Strahl, der ihn nun selber leuchten lässt. Jesus aber strahlt von innen her. Er empfängt nicht nur Licht, er ist selbst Licht vom Licht. Das weiße Lichtgewand Jesu bei der Verklärung redet jedoch auch von unserer Zukunft. In der Apokalyptik sind die weißen Gewänder Ausdruck des himmlischen Wesens, die Gewänder der Engel und der Auserwählten. So spricht die Apokalypse des Johannes von den weißen Gewändern, die die Geretteten tragen werden, vergleiche besonders 7, 9 und 13 sowie 19, 14. Aber sie lässt uns etwas Neues wissen. Die Gewänder der Erwählten sind weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben, Offenbarung 7, 14. Das heißt, weil sie durch die Taufe mit der Passion Jesu verbunden wurden und seine Passion die Reinigung ist, die uns das ursprüngliche Gewand zurückgibt, das wir in der Sünde verloren haben, vergleiche Lukas 15, 22. Durch die Taufe sind wir mit Jesus in Licht gekleidet und selber Licht geworden. Nun erscheinen Mose und Elia und sprechen mit Jesus. Was der Auferstandene den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erklären wird, ist hier sichtbare Erscheinung. Gesetz und Propheten sprechen mit Jesus, sprechen von Jesus. Einzig Lukas erzählt uns, wenigstens in einer kurzen Andeutung, wovon die beiden großen Gottes Zeugen mit Jesus redeten. Sie erschienen in Herrlichkeit und redeten über seinen Exodus, seinen Ausgang, der sich in Jerusalem erfüllen sollte, 9, 31. Ihr Gesprächsthema ist das Kreuz, aber doch umfassend verstanden, als der Exodus Jesu, dessen Ort Jerusalem sein musste. Das Kreuz Jesu ist Exodus, Heraustreten aus diesem Leben. hindurchgehen durch das Rote Meer der Passion und hinübergehen in die Herrlichkeit, in die freilich immer die Wundmale eingezeichnet bleiben. Damit wird klargestellt, dass das Grundthema von Gesetz und Propheten die Hoffnung Israels ist, der definitiv befreiende Exodus. Das Inhalt dieser Hoffnung der leidende Menschensohn und Gottesknecht ist, der leidend die Tür ins Freie und Neue öffnet. Mose und Elia sind selbst Passionsfiguren und Passionszeugen. Mit dem Verklärten sprechen sie über das, was sie auf Erden gesagt haben, über die Passion Jesu. Aber indem sie mit dem Verklärten darüber sprechen, wird sichtbar, dass diese Passion Rettung bringt, dass sie von der Herrlichkeit Gottes durchdrungen ist, dass die Passion verwandelt wird in Licht, in Freiheit und Freude. An dieser Stelle müssen wir vorausgreifen auf das Gespräch, das die drei Jünger mit Jesus beim Abstieg vom Hohen Berg führten. Jesus spricht mit ihnen von seiner künftigen Auferstehung von den Toten, die ja das Vorausgehen des Kreuzes einschließt. Die Jünger hingegen Fragen nach der von den Schrift gelehrten angekündigten Wiederkunft des Elia. Jesus sagt ihnen dazu, ja, Elia kommt zuerst und stellt alles wieder her, aber warum heißt es dann vom Menschensohn in der Schrift, er werde viel leiden und verachtet werden? Ich sage euch, Elia ist schon gekommen, doch sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht. Markus 9, 9-13 Jesus bestätigt damit einerseits die Erwartung der Wiederkunft des Elia, ergänzt und korrigiert aber zugleich das Bild, dass man sich davon macht. Er identifiziert im Stillen den wiederkommenden Elia mit Johannes dem Täufer. Im Wirken des Täufers ist Wiederkehr des Elia erfolgt. Johannes war gekommen, um Israel neu zu sammeln, um es für die Ankunft des Messias zu bereiten. Aber wenn der Messias selbst der leidende Menschensohn ist und allein so den Weg ins Heil öffnet, dann muss auch das vorbereitende Wirken des Elia irgendwie im Zeichen der Passion stehen. Und in der Tat, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht. Markus 9, 13 Jesus erinnert hier einerseits an das tatsächliche Geschick des Täufers. Er spielt aber mit dem Hinweis auf die Schrift wohl auch auf bestehende Traditionen an, die ein Martyrium des Elia voraussahen. Elia galt als der einzige, der in der Verfolgung dem Martyrium entgangen ist. Bei seiner Wiederkunft muss auch er den Tod erleiden. Vergleiche Rudolf Pesch das Markus Evangelium. Heilserwartung und Passion werden so durchgängig miteinander verknüpft und damit ein Bild der Erlösung entwickelt, das im Tiefsten schriftgemäß ist, aber doch den bestehenden Erwartungen gegenüber umstürzend neu war. Die Schrift musste mit dem leidenden Christus neu gelesen werden und muss es immer wieder. Immer wieder müssen wir uns vom Herrn in sein Gespräch mit Mose und Elia hineinführen lassen, immer wieder von ihm, dem Auferstandenen Heer neu die Schrift verstehen lernen. Kehren wir zurück zur Verklärungsgeschichte selbst. Die drei Jünger sind von der Größe der Erscheinung erschüttert. Der Gottesschrecken ergreift sie, wie wir es in anderen Augenblicken gesehen haben, in denen sie die Nähe Gottes in Jesus erfahren, ihre eigene Erbärmlichkeit empfinden und von Furcht geradezu gelähmt werden. Sie waren vor Furcht ganz benommen, sagt uns Markus 9,6. Und doch redet Petrus, auch wenn er in seiner Benommenheit nicht wusste, was er sagen sollte, 9,6, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia, 9,5. Um diese sozusagen ekstatisch inmitten der Furcht und doch in der Freude der Gottesnähe gesprochenen Worte ist viel diskutiert worden. Haben sie mit dem Laubhüttenfest zu tun, an dessen Endtag die Erscheinung stattfand? Hartmut Gese bestreitet das und meint, der wirklich alttestamentliche Bezugspunkt sei Exodus 33,7 und folgende, wo die Ritualisierung des Sinai-Geschehens beschrieben wird. Mose baute nach diesem Text außerhalb des Lagers das Offenbarungszelt, auf das sich dann die Wolkensäule herniederließ. Dort redeten der Herr und Mose miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. 33,11. So wolle Petrus hier dem Offenbarungsvorgang Beständigkeit geben und Offenbarungszelte errichten. Der Bericht von der Wolke, die nun die Jünger überschattete, könnte das bestätigen. Ein Anklang an diesen Schrifttext könnte durchaus vorhanden sein. Die jüdische wie die frühchristliche Exegese kennt ein Ineinander, in dem unterschiedliche Offenbarungsbezüge zusammenfließen und einander ergänzen. Aber dass drei Offenbarungszelte gebaut werden sollen, steht doch einem solchen Bezug entgegen oder lässt ihn wenigstens als sekundär erscheinen. Der Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest wird überzeugend, wenn man die messianische Sinngebung dieses Festes im Judentum zur Zeit Jesu bedenkt. Danielu hat diesen Aspekt überzeugend herausgearbeitet und ihn mit dem Zeugnis der Väter verbunden, bei denen die jüdischen Überlieferungen durchaus noch bekannt und im christlichen Kontext neu gesehen waren. Das Laubhüttenfest weist die gleiche Dreidimensionalität auf, die, wie wir bereits sehen konnten, für die großen jüdischen Feste überhaupt kennzeichnet ist. Ein ursprünglich der Naturreligion entnommenes Fest wird zugleich ein Fest geschichtlicher Erinnerungen an Gottes Heilstaten und die Erinnerung wird zu Hoffnung auf die endgültige Rettung. Schöpfung, Geschichte, Hoffnung verbinden sich miteinander. Hatte man beim Laubhüttenfest mit seinem Wasseropfer den nötigen Regen in einem dürrenden Land erfleht, so wird das Fest alsbald zur Erinnerung an die Wüstenwanderung Israels, wo die Juden in Zelten, in Hütten, Sukkot, wohnten. Danielu zitiert zunächst Harald Riesenfeld. Die Hütten galten nicht nur als Erinnerung an den göttlichen Schutz in der Wüste, sondern auch, was wichtig ist, als Vorausdarstellung der göttlichen Sukkot, in denen die Gerechten der kommenden Weltzeit wohnen würden. So wurde also mit dem charakteristischen spätjüdischen Ritus des Laubhüttenfestes eine ganz bestimmte endzeitliche Bedeutung verbunden. Im Neuen Testament finden wir bei Lukas die Rede von den ewigen Gezelten der Gerechten im künftigen Leben, 16,9. Im verklärten Herrn, so Danielu, erkennt Petrus, dass die messianische Zeit angebrochen ist und das Wohnen der Gerechten in jenen Zelten, die das Laubhüttenfest vorbildete, gehörte zu den Wesensmerkmalen der messianischen Zeit. Das Erlebnis der Verklärung während des Laubhüttenfestes ließ den Petrus in seiner Ekstase erkennen, dass die in den Festrieten vorgebildeten Wirklichkeiten nun erfüllt waren. Die Verklärungsszene bekundet den Anbruch der messianischen Zeit. Erst beim Abstieg vom Berg wird Petrus noch einmal neu begreifen lernen müssen, dass die messianische Zeit zuallererst Zeit des Kreuzes ist und dass die Verklärung, das Licht werden vom Herrn her und mit ihm unser Umgebrannt werden durch das Licht der Passion einschließt. Von diesen Zusammenhängen her gewinnt auch das Grundwort des Johannesprologs neue Bedeutung, in dem der Evangelist das Geheimnis Jesu zusammenfasst. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Johannes 1,14 Ja, der Herr hat das Zelt seines Leibes unter uns aufgeschlagen und so die messianische Zeit eingeleitet. Auf dieser Spur hat Gregor von Nüsser den Zusammenhang von Laubhütten, Fest und Menschwerdung in einem großartigen Text bedacht. Er sagt, dass das Laubhüttenfest zwar immer begangen wurde, aber dennoch nicht erfüllt war. Denn das wahre Hüttenfest war noch nicht gekommen. Nach dem prophetischen Wort, Anspielung auf Psalm 118, 27, aber hat Gott, der Herr aller Dinge, sich uns geoffenbart, um den Hüttenbau unserer zerstörten Behausung, der menschlichen Natur, zu vollbringen. Gregor von Nüsser Dianima Vergleiche bei Danielu Liturgie und Bibel Kommen wir von diesen Ausblicken her wieder zur Verklärungsgeschichte zurück. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, Markus 9, 7. Die heilige Wolke, die Schechina, ist das Zeichen der Gegenwart Gottes selbst. Die Wolke über dem Offenbarungszelt zeigte Gottes Gegenwart an. Jesus ist das heilige Zelt, über dem die Wolke der Gegenwart Gottes steht und von dem aus sie nun auch die anderen überschattet. Die Szene der Taufe Jesu wiederholt sich, in der der Vater selbst Jesus aus der Wolke heraus als Sohn proklamiert hatte, Du bist mein Sohn, der Geliebte, an dir habe ich wohlgefallen. Markus 1, 11. Zu dieser feierlichen Proklamation der Sohnschaft tritt nun aber der Imperativ hinzu, auf ihn sollt ihr hören. Hier wird der Zusammenhang mit dem Aufstieg des Mose auf den Sinai wieder sichtbar, den wir als Hintergrund der Verklärungsgeschichte am Beginn gesehen hatten. Mose hatte auf dem Berg die Tora, Gottes weisendes Wort empfangen. Nun wird uns über Jesus gesagt, auf ihn sollt ihr hören. Hartmut Gesa hat diese Szene treffend so kommentiert. Jesus ist zum göttlichen Offenbarungswort selbst geworden. Deutlicher, gewaltiger können es die Evangelien nicht darstellen. Jesus ist die Tora selbst. Die Erscheinung ist damit beendet. ihr tiefster Sinn zusammengefasst in diesem einen Wort. Die Jünger müssen mit Jesus wieder absteigen und immer neu lernen. Auf ihn sollt ihr hören. Wenn wir so den Inhalt der Verklärungsgeschichte verstehen lernen, Einbruch und Anbruch der messianischen Zeit, dann können wir auch das dunkle Wort fassen, das bei Markus zwischen Petrus Bekenntnis und Jünger Belehrung einerseits und der Verklärungserzählung andererseits eingeschaltet ist. Und er sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Toten nicht kosten, bis sie die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes sehen, gekommen mit Macht. 9,1 Was heißt das? Sagt Jesus voraus, dass einige der Umstehenden bei seiner Parousie beim endgültigen Einbruch des Gottesreiches noch am Leben sein werden? Oder was sonst? Rudolf Pesch hat überzeugend dargestellt, dass die Stellung dieses Wortes unmittelbar vor der Verklärung ganz klar den Bezug auf dieses Ereignis bedeutet. Vergleiche Rudolf Pesch das Markus Evangelium. Einigen es sind dann die drei Begleiter Jesu bei seinem Aufstieg auf den Berg wird zugesagt, dass sie das Kommen des Reiches Gottes in Macht erleben werden. Auf dem Berg sehen die drei die Herrlichkeit von Gottes Reich in Jesus aufscheinen. Auf dem Berg überschattet sie die heilige Wolke Gottes. Auf dem Berg im Gespräch des verklierten Jesus mit Gesetz und Propheten erkennen sie, dass das wahre Laubhütten festgekommen ist. Auf dem Berg erfahren sie, dass Jesus selbst die lebendige Thora das ganze Wort Gottes ist. Auf dem Berg sehen sie die Macht Dynamis des in Christus kommenden Reiches. Aber ebenfalls in der furchterregenden Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes in Jesus müssen sie erlernen, was Paulus den Jüngern aller Zeiten im ersten Korinther Brief sagt. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Gottes Kraft, Dynamis und Gottes Weisheit. 1,23 folgende Diese Macht, Dynamis, des kommenden Reiches erscheint ihnen im verkehrten Jesus, der mit den Zeugen des alten Bundes von dem Muss seines Leidens als Weg zur Herrlichkeit spricht. Vergleiche Lukas 24,26 folgende So erleben sie die antizipierte Parosie, so werden sie langsam in die ganze Tiefe des Geheimnisses Jesu eingeführt. 1 der Menschensohn 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 Siehe siehe ich sehe den Himmel geöffnet und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen Apostel Geschichte 7,56 Stephanus sieht im Augenblick seines Sterbens, was Jesus beim Prozess vor dem Hohen Rat angekündigt hatte, ihr werdet den Menschensohn zur rechten der Macht sitzen und ihn kommen sehen auf den Wolken des Himmels Markus 14,62 Insofern zitiert Stephanus ein Wort Jesu, dessen Wirklichkeit er gerade im Augenblick des Martyriums schauen durfte. Dieser Befund ist wichtig. Die Christologie der neutestamentlichen Schriftsteller, auch der Evangelisten selbst, baut nicht auf dem Titel Menschensohn auf, sondern auf den schon im Leben Jesu anfanghaft gebräuchlichen Titeln Messias, Christus, Kyrios, Herr, Sohn Gottes. Die Menschensohn Prädikation ist das typische für Jesu eigene Worte. Ihr Inhalt wird in der Apostolischen Verkündigung auf die anderen Titel übertragen, der Titel selbst nicht übernommen. Dies ist eigentlich ein klarer Befund, aber um ihn hat sich in der modernen Exegese eine ungeheure Debatte entwickelt. Wer in sie einzudringen versucht, findet sich auf einem Friedhof voneinander widersprechenden Hypothesen. Sie zu diskutieren gehört nicht zu den Absichten dieses Buches. Aber ihre Hauptlinien müssen wir doch ins Auge fassen. Man unterscheidet gemeinhin drei Gruppen von Menschensohn-Worten. Die erste Gruppe bestehe aus Worten über den kommenden Menschensohn, in denen Jesus aber sich nicht selbst als diesen Menschensohn bezeichne, sondern diesen kommenden von sich selber unterscheide. Die zweite Gruppe werde von Worten über das irdische Wirken des Menschensohns gebildet. Die dritte spreche von seinem Leiden und Auferstehen. Der überwiegende Trend der Ausleger geht dahin, wenn überhaupt nur die erste Gruppe als echte Jesus-Worte anzusehen. Das entspricht der gängigen na-asiatologischen Auslegung der Verkündigung Jesu. Die zweite Gruppe zu der Worte von der Vollmacht des Menschensohnes zur Sündenvergebung über seine Herrschaft über den Sabbat über seine Besitz und Heimatlosigkeit gehören, sei so eine Hauptlinie der Theorien in der palästinensischen Tradition gebildet worden und insoweit recht frühen Ursprungs, aber nicht auf Jesus selbst zurückzuführen. Am jüngsten seien schließlich die Aussagen über Leiden und Auferstehen des Menschensohnes, die im Markus-Evangelium geradezu die Wegstrecke von Jesu Aufstieg nach Jerusalem skandieren und natürlich erst nach diesen Ereignissen vielleicht gar vom Evangelisten Markus selbst geschaffen sein Diese Zerschneidung der Menschensohn Worte entspringt einer Logik, die fein säuberlich die verschiedenen Aspekte eines Prädikats verteilt und dem strengen Modell professoralen Denkens entspricht, aber nicht der Vielfalt des Lebendigen, in dem sich eine vielschichtige Ganzheit zu Wort meldet. Der grundlegende Maßstab für diesen Auslegungstypus beruht aber auf der Frage, was man eigentlich Jesus in seine Lebensumständen und in seiner Bildungswelt zutrauen könne? Offenbar sehr wenig. Wirkliche Hoheitsaussagen und Passionsaussagen passen für ihn nicht. Eine Art gemilderter apokalyptischer Erwartung, wie sie damals umging, kann man ihm zutrauen, mehr anscheinend nicht. Aber so wird man der Gewalt des Jesusereignisses nicht gerecht. Schon beim Bedenken von Adolf Jülichers Gleichnis Auslegung mussten wir sagen, dass wegen so braver Moralismen niemand zum Kreuz verurteilt worden wäre. Damit es zu diesem radikalen Zusammenstoß kam, das zu diesem Äußersten der Auslieferung an die Römer gegriffen wurde, musste dramatisches geschehen sein, gesagt worden sein. Das Erregende und Große steht gerade am Anfang. Die werdende Kirche musste es erst langsam in seiner ganzen Größe erkennen, im erinnernden Mitdenken und Nachdenken allmählich erfassen. Der anonymen Gemeinde wird eine erstaunliche theologische Genialität zugetraut. Wer waren eigentlich die großen Gestalten, die solches erfanden? Nein, das Große, das Neue und Erregende kommt gerade von Jesus. Im Glauben und Leben der Gemeinde wird es entfaltet, aber nicht geschaffen. Ja, die Gemeinde hätte sich gar nicht erst gebildet und überlebt, wenn ihr nicht eine außerordentliche Wirklichkeit vorausgegangen wäre. Das Wort Menschen, Sohn, mit dem Jesus sein Geheimnis verbarg und zugleich langsam zugänglich machte, war neu und überraschend. Es war kein gängiger Titel messianischer Hoffnung. Es fügt sich genau der Verkündigungsweise Jesu ein, der in Rätselworten und Gleichnissen spricht und so allmählich an das Verborgene heranzuführen versucht, das sich erst in der Nachfolge wirklich erschließen kann. Das Wort Menschen, Sohn bedeutet im hebräischen wie im aramäischen Sprachgebrauch zunächst einfach so viel wie Mensch. Das ineinander übergehen zwischen dem bloßen Wort Mensch und der geheimnisvollen Andeutung eines neuen Sendungsbewusstseins im Wort Menschen, Sohn, wird sichtbar in einem Sabbat-Wort, das wir bei den Synoptikern vorfinden. Bei Markus lautet das Wort so, Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. 2,27 folgende Bei Matthäus und Lukas fehlt der erste Satz. Bei ihnen sagt Jesus nur einfach, Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Matthäus 12,8 Lukas 6,5 Man kann dazu vielleicht sagen, dass Matthäus und Lukas den ersten Satz weglassen, weil sie dessen Missbrauch fürchten. Wie dem auch sei, es ist klar, dass bei Markus die beiden Sätze zusammengehören und sich gegenseitig interpretieren. Dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat, ist nicht einfach Ausdruck einer modernen liberalen Position, wie wir sie spontan aus dem Wort herauslesen. Dass so Jesu Lehre gerade nicht zu verstehen ist, haben wir beim Bedenken der Bergpredigt gesehen. Im Menschensohn wird der Mensch offenbar, wie er eigentlich sein sollte. Vom Menschensohn, vom Maßstab Jesu her, ist der Mensch frei und weist den Sabbat recht als Tag der Freiheit von Gott her und für Gott zu gebrauchen. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Die ganze Höhe von Jesu Anspruch, der das Gesetz vollmächtig auslegt, weil er selbst das Urwort Gottes ist, diese Höhe wird hier sichtbar. Und es wird sichtbar, welche Art von neuer Freiheit dem Menschen überhaupt damit zukommt, eine Arbeit zu tun hat. Wichtig an dem Sabbatspruch ist das Ineinandergreifen von Mensch und Menschensohn. Wir sehen, wie das an sich allgemeine Wort nun doch Ausdruck der besonderen Würde Jesu wird. Den Titel Menschensohn gab es als Titel zurzeit Jesu nicht. Wohl aber gab es einen ersten Ansatz dafür in der weltgeschichtlichen Vision des Daniel-Buches mit vier Tieren und dem Menschensohn. Der Visionär sieht die Abfolge der herrschenden Weltmächte im Bild von vier großen Tieren, die aus dem Meer aufsteigen. Von unten kommen, also Macht darstellen, die vor allem auf Gewalt beruht, die tierisch ist. Er entwirft so ein dunkles, tief beunruhigendes Bild der Weltgeschichte. Freilich bleibt die Vision nicht ganz im Negativen. Dem ersten Tier, einem Löwen mit Adlerflügeln, werden die Flügel ausgerissen. Es wurde vom Boden empor gehoben und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. 7,4 Die Vermenschlichung der Macht ist möglich, auch in dieser Weltzeit. Die Macht kann ein menschliches Antlitz bekommen, aber dieses Heil ist doch relativ, die Geschichte geht im Übrigen weiter und wird im Weitergehen noch dunkler. Dann aber, nach der äußersten Aufgipfelung der Macht des Bösen, geschieht ganz anderes. Der Seher schaut wie von Ferne den eigentlichen Herrn der Welt im Bild eines Hochbetagten, der dem Spuk ein Ende macht. Und nun kommt auf den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige. Sein Reich geht niemals unter. 7,13 folgende. Den Tieren aus der Tiefe steht der Mensch von oben gegenüber. Wie die Tiere aus der Tiefe die bisherigen Weltreiche verkörpern, so kündigt das Bild des Menschensohnes, der auf den Wolken des Himmels kommt, ein ganz neues Reich, ein Reich der Menschlichkeit an, der wirklichen Macht, die von Gott selbst herkommt. Mit diesem Reich erscheint die wahre Universalität, die endgültige und im Stillen immer schon ersehnte positive Gestalt der Geschichte. Der Menschensohn, der von oben kommt, ist so das Gegenüber zu den Tieren aus der Tiefe des Meeres. Als solcher bedeutet er nicht eine individuelle Gestalt, sondern die Darstellung des Reiches, in dem die Welt an ihr Ziel gelangt. In der Exegese ist die Vermutung verbreitet, dass hinter diesem Text eine Redaktion stehen könne, in der der Menschensohn doch auch eine individuelle Gestalt war, aber diese Redaktion kennen wir jedenfalls nicht, sie bleibt Vermutung. Die viel zitierten Texte aus 4 Esra 13 und dem äthiopischen Henoch, in denen dann der Menschensohn als individuelle Gestalt dargestellt wird, sind jünger als das Neue Testament und können daher nicht als Quelle dafür angesehen werden. Natürlich lag es nahe, die Vision des Menschensohnes mit der messianischen Hoffnung und mit der Gestalt des Messias selbst zu verbinden, aber wir besitzen für diesen Vorgang keine Texte, die dem Wirken Jesu vorausgehen. So bleibt, dass hier mit dem Bild des Menschensohnes das künftige Reich des Heiles dargestellt wird. Eine Vision, an die Jesus anknüpfen konnte, der er aber doch eine neue Gestalt gegeben hat, indem er diese Erwartung mit sich selbst und seinem Wirken in Verbindung brachte. Wenden wir uns nun den Worten Jesu zu. Wir hatten gesehen, dass eine erste Gruppe von Worten über den Menschensohn sich auf dessen künftiges Kommen bezieht. Der größte Teil dieser Worte findet sich in der Rede Jesu über das Ende der Welt, Markus 13, 24-27, und im Prozess Jesu vor dem Hohen Rat, Markus 14, 62. Sie werden daher im zweiten Band dieses Buches zu behandeln sein. Nur auf einen wichtigen Punkt möchte ich hier hinweisen. Dies sind Worte über die künftige Herrlichkeit Jesu, sein Kommen zum Gericht und zur Sammlung der Gerichten, der Erwählten. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass sie von dem gesprochen werden, der als Angeklagter und Verspotteter vor seinen Richtern steht, und dass so Herrlichkeit und Passion sich gerade in diesen Worten unlöslich durchdringen. Von der Passion ist zwar nicht die Rede, aber sie ist die Wirklichkeit, in der Jesus steht und spricht. Eine ganz eigene Verdichtung dieses Zusammenhangs begegnet uns in dem bei Matthäus überlieferten Gleichnis vom Weltgericht, 25, 31-46, in dem der richtende Menschensohn sich mit den Hungernden und Dürstenden, den Fremdlingen, den Nackten, den Kranken, den Eingekerkerten, mit allen Leidenden dieser Welt identifiziert, das Verhalten ihnen gegenüber als Verhalten ihm selbst gegenüber kennzeichnet. Dies ist nicht eine nachträgliche Fiktion des Weltenrichters, er hat diese Identifikation in seinem Menschwerden bis in die letzte Konkretheit hinein vollzogen. Er ist der Besitz und Heimatlose, der keinen Ort hat, wohin er sein Haupt legen kann, Matthäus 8, 19, Lukas 9, 58. Er ist der Gefangene, der Angeklagte, und er stirbt nackt am Kreuz. Die Identifizierung des die Welt richtenden Menschensohnes mit den Leidenden aller Art setzt die Identität des Richters mit dem irdischen Jesus voraus und zeigt die innere Einheit von Kreuz und Herrlichkeit. Von irdischem Dasein in Niedrigkeit und künftiger Vollmacht die Welt zu richten. Der Menschensohn ist nur ein einziger Jesus. Diese Identität zeigt uns den Weg, zeigt uns den Maßstab, nachdem einmal unser Leben beurteilt wird. Selbstverständlich werden von der Kritik all diese Worte über den künftigen Menschensohn nicht als authentisch jesuanisch angesehen. Lediglich zwei Texte dieser Gruppe werden in ihrer lukanischen Fassung, jedenfalls von Teilen der kritischen Exegese, als echte Jesusworte eingestuft, die man ihm zutrauen darf. Da ist zunächst Lukas 12,8 folgende. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Der zweite Text ist Lukas 17,24 und folgende, wie der Blitz vom einen Ende des Himmels zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden. Der Grund, warum diese Texte Gnade finden, liegt darin, dass in ihnen der Menschensohn und Jesus scheinbar unterschieden werden. Besonders im ersten Spruch sei der Menschensohn offensichtlich nicht identisch mit dem sprechenden Jesus. Nun, dazu muss man zunächst sagen, dass jedenfalls die älteste Überlieferung es nicht so verstanden hat. Im Paralleltext, Markus 8,38, Wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt, ist die Identifizierung nicht deutlich ausgesprochen, aber vom Satzgefüge her doch unabweisbar. In der Matthäus-Version desselben Textes fehlt das Wort Menschensohn. Umso klarer ist die Identität des irdischen Jesus mit dem kommenden Richter. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Matthäus 10,32 folgende. Aber auch im Lukas-Text ist von der inhaltlichen Richtung des Ganzen her die Identität vollkommen klar. Gewiss, Jesus spricht in der Rätselform, die ihm eignet und die dem Hörer den letzten Schritt des Verstehens überlässt, aber die funktionelle Identifizierung in der Parallelität des Bekennens und Verleugnens, jetzt und im Gericht, vor Jesus und dem Menschensohn, ergibt nur Sinn auf der Basis der seinsmäßigen Identität. Die Richter des Synetriums haben Jesus durchaus richtig verstanden. Und Jesus hat sie auch nicht korrigiert, indem er etwa gesagt hätte, aber ihr versteht mich falsch, der kommende Menschensohn ist ein anderer. Die innere Einheit zwischen der gelebten Kenose Jesu, Brief an die Philippa 2,5-11 und seinem Kommen in Herrlichkeit ist das durchgehende Motiv des Handelns und des Redens Jesu, gerade das neue, authentisch-jesuanische, das nicht erfunden wurde, sondern das Eigentliche seiner Gestalt wie seiner Worte ist. Die einzelnen Texte gehören in ihren Zusammenhang und werden nicht besser verstanden, wenn man sie daraus heraus operiert. Noch deutlicher als bei Lukas 12,8 folgende, wo eine solche Operation noch am ehesten einen Anhalt finden kann, ist dies bei dem zweiten Text, Lukas 17,24 und folgende. Denn da wird die Verknüpfung klar vollzogen. Der Menschensohn wird nicht da oder dort kommen, sondern wie ein Blitz von einem Ende des Himmels zum anderen für alle aufleuchten, sodass alle auf ihn, den durchbohrten, schauen werden, vergleiche Offenbarung 1,7. Aber vorher muss er, eben dieser Menschensohn, viel erleiden und verworfen werden. Passionsprophetie und Herrlichkeitsankündigung sind untrennbar ineinander verwoben. Es ist klar, ein und derselbe, von dem beides gilt, eben der, der sich bei diesen Worten schon auf dem Weg zum Leiden befindet. Auch in den Worten, in denen Jesus über sein gegenwärtiges Wirken spricht, begegnen wir den beiden Aspekten. Wir hatten schon kurz seinen Ausspruch bedacht, als Menschensohn Herr über den Sabbat zu sein, Markus 2,28. An dieser Stelle zeigt sich genau das, was Markus an anderer Stelle so beschreibt. Sie erschraken über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Markus 1,22. Er stellt sich selbst auf die Seite des Gesetzgebers, Gottes. Er ist nicht Ausleger, sondern Herr. Das wird noch deutlicher in der Erzählung von dem Gelähmten, den seine Freunde auf einer Trage vom Dach her dem Herrn zu Füßen gelegt hatten. Statt ein Wort der Heilung zu sprechen, wie es der Gelähmte und seine Freunde erwarteten, sagt Jesus als erstes zu dem Leidenden, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Markus 2,5. Sünden zu vergeben ist einzig Gottessache, halten die Schriftgelehrten diesem Wort zu Recht entgegen. Wenn Jesus dem Menschensohn diese Vollmacht zuschreibt, so beansprucht er, in Gottes eigener Würde zu stehen und aus ihr heraus zu handeln. Erst nach dem Zuspruch der Vergebung kommt das erhoffte Wort, damit ihr seht, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Markus 2,10 folgende. Es ist eben dieser göttliche Anspruch, der zur Passion führt. Insofern sind die Vollmachtsworte Jesu auf sein Leiden hingeordnet. Kommen wir zur dritten Gruppe der Menschensohnworte Jesu, zu den Leidensvorhersagen. Wir hatten schon gesehen, dass die drei Passionsweissagungen des Markus-Evangeliums, die den Text wie den Weg Jesu selbst gliedern, mit wachsender Deutlichkeit sein kommendes Schicksal und dessen innere Notwendigkeit ankündigen. Sie finden ihre Mitte und ihren Höhepunkt in dem Satz, der auf die dritte Passionsankündigung und die ihr eng zugehörige Rede über das Herrschen und Dienen folgt. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Markus 10, 45 Mit der Aufnahme eines Wortes aus den Liedern vom leidenden Gottesknecht, Jesaja 53, tritt hier ein anderer Strang alttestamentlicher Überlieferung in das Bild des Menschensohnes ein. Jesus, der sich einerseits mit dem kommenden Weltenrichter identifiziert, identifiziert sich hier mit dem leidenden und sterbenden Gottesknecht, den der Prophet in seinen Liedern vorhersieht. So wird die Einheit von Leiden und Erhöhung, von Niedrigkeit und Hoheit sichtbar. Das Dienen ist die wahre Weise des Herrschens und lässt uns etwas von Gottesweise des Herrseins, von der Herrschaft Gottes ahnen. Im Leiden und im Tod wird das Leben des Menschensohnes ganz pro Existenz. Jesus wird er zum Retter und Heilbringer für die vielen, nicht nur für die verstreuten Kinder Israels, sondern für die zerstreuten Kinder Gottes überhaupt. Vergleiche Johannes 11, 52 Für die Menschheit In seinem Tod für viele überschreitet er die Grenzen von Ort und Zeit, erfüllt sich die Universalität seiner Sendung. Die Verschmelzung der danielischen Vision vom kommenden Menschensohn und der von Jesaja überlieferten Bilder vom leidenden Gottesknecht hat die ältere Exegese als das eigentlich Neue und Besondere von Jesu Idee des Menschensohnes, ja die Mitte seines Selbstbewusstseins überhaupt angesehen und dies ganz zu Recht. Wir müssen freilich hinzufügen, dass die Synthese alttestamentlicher Überlieferungen, die Jesus im Bild des Menschensohnes vollzogen hat, noch weiter gespannt ist, noch weitere Strenge und Rinnsale alttestamentlicher Überlieferungen zusammenführt. Da ist zunächst in der Antwort Jesu auf die Frage, ob er der Messias sei, der Sohn des Hochgelobten, Daniel 7 mit Psalm 110 verschmolzen. Jesus sieht sich als den, der zur Rechten der Macht sitzt, wie es der Psalm vom künftigen Priesterkönig ansagt. Da ist es weiteren in die dritte Leidensweissagung mit dem Wort von der Verwerfung des Menschensohnes durch die Ältesten, Hohenpriester und Schriftgelehrten, Markus 8, 31, der Psalm 118 eingeschmolzen. Das Wort von dem durch die Bauleute verworfenen Stein, der zum Eckstein geworden ist. Vers 22 So ergibt sich auch eine Beziehung zum Gleichnis von den ungetreuen Winzern, in dem der Herr dieses Wort gebraucht, um seine Verwerfung und seine Auferstehung wie die künftige neue Gemeinschaft vorherzusagen. Durch die Verbindung mit dem Gleichnis erscheint auch die Identität zwischen dem Menschensohn und dem geliebten Sohn, Markus 12, 1-12. Da ist schließlich der Strom der Weisheitsliteratur gegenwärtig. Buch der Weisheit 2 schildert die Gegnerschaft der Frevler gegenüber dem Gerechten. Er prallt, Gott sei sein Vater. Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, dann nimmt Gott sich seiner an. Zu einem elenden Tod wollen wir ihn verurteilen. Buch der Weisheit 2, 16-20. Volker Hampel meint, dass Jesu Lösegeldwort nicht von Jesaja 53, 10-12, sondern von dem Buch der Sprichwörter 21, 18 und Jesaja 43, 3 herzuleiten sei, was mir sehr unwahrscheinlich vorkommt. Vergleiche Rudolf Schnackenburg, die Person Jesu Christi. Der eigentliche Bezugspunkt ist und bleibt Jesaja 53. Andere Texte zeigen nur, dass es ein breites Bezugsfeld für diese grundlegende Vision gibt. Jesus hat aus dem Ganzen von Gesetz und Propheten gelebt, wie er seinen Jüngern immer wieder sagte. Er hat sein eigenes Wesen und Wirken als die Vereinigung und Deutung dieses Ganzen angesehen. Johannes wird das in seinem Prolog so ausdrücken, dass er schreibt, Jesus selbst ist das Wort. Jesus Christus ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat, schreibt Paulus dazu im zweiten Brief an die Korinther 1, 20. Im Rätselwort vom Menschensohn begegnet uns ganz dicht das Ureigene der Gestalt Jesu, seiner Sendung und seines Seins. Er kommt von Gott her. Er ist Gott. Aber gerade so bringt er im Annehmen des Menschseins die wahre Menschlichkeit. Einen Leib hast du mir bereitet, sagt er nach dem Hebräerbrief 10, 5 zu seinem Vater und wandelt dabei ein Psalmwort ab, in dem es hieß, das Gehör hast du mir eingesetzt. Psalm 40, 7. Dort bedeutet es, dass der Gehorsam das Ja zu Gottes Wort Leben stiftet, nicht die Brand- und sind Opfer. Nun nimmt der, der das Wort ist, selbst einen Leib an, kommt als Mensch von Gott her und zieht das ganze Menschsein an sich, trägt es in das Wort Gottes hinein, macht es zu Gehör für Gott und so zu Gehorsam, zur Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Zweiter Brief an die Korinther, 5, 20. Er selbst wird das wahre Opfer als ganz in den Gehorsam und die Liebe hineingegebener, liebend bis ans Ende, Johannes 13, 1. Er kommt von Gott und stiftet so das wahre Menschsein. Er ist so, wie Paulus sagt, gegenüber dem ersten Menschen, der Erde war und ist, der zweite, der endgültige letzte Mensch, der himmlisch ist, lebensspendender Geist. Erster Brief an die Korinther, 15, 45-49. Er kommt und er ist zugleich das neue Reich. Er ist nicht nur einer, sondern er macht uns alle mit sich selber zu einem einzigen. Brief an die Galater, 3, 28, zu einer neuen Menschheit. Aus dem von Daniel von Ferne geschauten Kollektiv Wie ein Menschensohn wird Person, aber die Person überschreitet in ihrem für viele die Grenzen des Individuums und umfasst viele, wird mit vielen ein Leib und ein Geist. Vergleiche erster Brief an die Korinther, 6, 17. Das ist die Nachfolge, zu der er uns ruft, sich in seine neue Menschlichkeit und damit in die Gottesgemeinschaft hineinziehen zu lassen. Noch einmal Paulus dazu Wie der erste Mensch, Adam, von der Erde irdisch war, so sind es auch seine Nachfahren. Und wie der, der vom Himmel kommt, himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. Erster Brief an die Korinther, 15, 48. Das Wort Menschensohn ist Jesus selbst reserviert geblieben. Aber die neue Vision des Einsseins von Gott und Mensch, die sich darin ausdrückt, durchzieht das ganze Neue Testament und prägt es. Um diese neue, von Gott kommende Menschlichkeit geht es in der Nachfolge Jesu Christi. 2. Der Sohn Zu Beginn dieses Kapitels hatten wir schon kurz gesehen, dass die beiden Titel, der Sohn Gottes und Sohn ohne Zusatz, voneinander zu unterscheiden sind. Sie sind ganz unterschiedlicher Herkunft und Bedeutung, auch wenn dann in der Gestaltwerdung des christlichen Glaubens die beiden Bedeutungen ineinander rücken und verschmelzen. Da ich die ganze Frage schon in meiner Einführung in das Christentum ziemlich ausführlich dargestellt habe, darf ich mich hier bei der Analyse des Wortes Sohn Gottes kurzfassen. Das Wort Sohn Gottes stammt aus der politischen Theologie des Alten Orients. In Ägypten, wie in Babylon, wurde der König als Sohn Gottes tituliert. Das Ritual der Thronbesteigung gilt als seine Zeugung zum Sohn Gottes, die man in Ägypten wohl wirklich im Sinn einer geheimnisvollen göttlichen Herkunft in Babylon anscheinend schon nüchterner als einen Rechtsakt, eine göttliche Adoption verstand. Diese Vorstellungen sind in Israel in doppelter Weise übernommen und zugleich vom Glauben Israels umgeschmolzen worden. Die Mose wird von Gott selber aufgetragen, zum Pharao zu sagen, Die Völker sind die große Familie Gottes, Israel der erstgeborene Sohn, als solcher in besonderer Weise Gott zugehörig mit alledem, was Erstgeburt im Alten Orient bedeutet. Beim Erstarken des davidischen Königtums wird nun die altorientalische Königsideologie auf den König auf dem Zionsberg übertragen. In der Gottesrede, in der Nathan dem David die Verheißung des ewigen Bestandes seines Hauses vorhersagt, steht das Wort, Ich werde deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein. Und er wird für mich Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn züchtigen. Meine Huld aber soll nicht von ihm weichen. Zweites Buch Samuel 7, 12 folgende. Vergleiche Psalm 89, 27 folgende und 37 folgende. Darauf baut dann das Ritual der Entronisierung der Könige von Israel auf, dem wir im Psalm 2, 7 folgende begegnen. Den Beschluss des Herrn will ich kundgeben. Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enten der Erde zum Eigentum. Dreierlei ist hier deutlich. Das Privileg Israels, Gottes Erstgeborener zu sein, wird im König konkretisiert. Er verkörpert in Person die Würde Israels. Das bedeutet zweitens, dass die alte Königsideologie, die mythische Zeugung von Gott her, beiseite geschoben und durch die Theologie der Erwählung ersetzt wird. Die Zeugung besteht in der Erwählung. Im Heute des Intronisierungsaktes verdichtet sich das Erwählende Handeln Gottes, indem er Israel und den es verkörpernden König zu seinem Sohn macht. Drittens aber wird sichtbar, dass die Zusage der Herrschaft über die Völker, von den Großkönigen des Oriens übernommen, vollkommen unproportioniert ist gegenüber der tatsächlichen Wirklichkeit des Königs auf dem Zionsberg. Er ist nur ein ganz kleiner Herrscher mit einer labilen Macht, die schließlich im Exil endet und danach nur für kurze Zeit und in Abhängigkeit von den Großmächten wiederhergestellt werden kann. So mußte das Königsorakel vom Zion eigentlich von Anfang an zu einem Wort der Hoffnung auf den kommenden König werden, das weit über den Augenblick und über das Heute, das Jetzt des Intronisierten hinauswies. Die frühe Christenheit hat schon sehr bald dieses Wort aufgenommen und es in der Auferstehung Jesu verwirklicht gesehen. Nach Apostelgeschichte 13, 32 folgende sagt Paulus in seiner großangelegten Darstellung der Heilsgeschichte, die in Christus mündet, zu den in der Synagoge von Antiochien in Pisidien versammelten Juden, Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, an uns, ihren Kindern erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat, Wir werden die Rede, die uns die Apostelgeschichte hier überliefert, sicher als ein Muster der frühen Missionspredigt an die Juden ansehen dürfen, in der uns die christologische Lektüre des Alten Testaments durch die werdende Kirche begegnet. So finden wir hier eine dritte Stufe der Umgestaltung der politischen Theologie des Alten Orients. War sie in Israel und beim Davidischen Königtum mit der Erwählungstheologie des Alten Bundes verschmolzen worden und im Gang der Entwicklung des Davidischen Königtums immer mehr zum Ausdruck der Hoffnung auf den künftigen König geworden, so wird nun die Auferstehung Jesu als das erwartete Heute des Psalms geglaubt. Jetzt hat Gott seinen König bestellt, dem er in der Tat die Völker als Erbe übereignet. Aber diese Herrschaft über die Völker der Erde hat keinen politischen Charakter mehr. Dieser König zerschlägt die Völker nicht mit eiserner Keule. Psalm 2,9 Er herrscht vom Kreuz her, in ganz neuer Weise. Die Universalität vollzieht sich in der demütigen Weise der Gemeinschaft im Glauben. Dieser König herrscht durch den Glauben und die Liebe, nicht anders. So kann nun auf ganz neue und endgültige Weise das Gotteswort verstanden werden »Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt«. Das Wort »Sohn Gottes« löst sich aus der Sphäre politischer Macht und wird Ausdruck eines besonderen Einsseins mit Gott, das sich in Kreuz und Auferstehung zeigt. Wie tief dieses Einssein, dieses »Sohn Gottes« sein reicht, kann allerdings von diesem alttestamentlichen Zusammenhang her nicht geklärt werden. Andere Ströme des biblischen Glaubens und des eigenen Zeugnisses Jesu müssen zusammenfließen, um dem Wort seine ganze Bedeutung zu geben. Bevor wir zu der einfachen Selbstbezeichnung Jesu als »der Sohn« übergehen, die dem ursprünglich aus der politischen Sphäre stammenden Titel »Sohn Gottes« erst seine endgültige christliche Bedeutung gibt, müssen wir aber die Wortgeschichte selber noch zu Ende führen. Denn zu ihr gehört es, dass der Kaiser Augustus, unter dessen Herrschaft Jesus geboren wurde, die altorientalische Königstheologie auf Rom übertrug und sich selbst als »Sohn des Göttlichen«, »Cäsar«, als »Sohn Gottes« proklamierte. Vergleiche Peter Wölfing von Martitz »Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament«. Wenn dies bei Augustus noch mit großer Vorsicht geschieht, so bedeutet der bald darauf einsetzende römische Kaiserkult, das nun der volle Anspruch der Gottessohnschaft und damit der göttlichen Verehrung des Kaisers in Rom aufgenommen und für das ganze Imperium verbindlich wird. So begegnen einander in dieser Stunde der Geschichte der Anspruch des Gottkönigtums des römischen Kaisers und der christliche Glaube daran, dass der auferstandene Christus der wirkliche Sohn Gottes ist, dem die Völker der Erde gehören und dem allein in der Einheit von Vater, Sohn und Geist göttliche Verehrung gebührt. Der an sich unpolitische Glaube der Christen, der nicht »politische Macht« fordert, sondern die rechtmäßige Obrigkeit anerkennt. Brief an die Römer 13, 1-7 stößt dadurch unvermeidlich im Titel »Sohn Gottes« mit dem Totalitätsanspruch der politischen Macht des Kaisers zusammen und wird alle Zeit mit totalitären politischen Mächten zusammenstoßen, in die Situation des Martyriums gedrängt, in die Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten, der nur vom Holz her herrscht. Vom Wort »Sohn Gottes« und von seiner komplexen Vorgeschichte streng zu unterscheiden, ist das bloße Wort »der Sohn«, das uns im Wesentlichen nur im Mund Jesu begegnet. Außerhalb der Evangelien erscheint es fünfmal im dem Johannes-Evangelium verwandten Hebräerbrief 1, 2 und 8, 3, 6, 5, 8 und 7, 28 und einmal bei Paulus im ersten Brief an die Korinther 15, 28. Zurückgebunden an das johannäische Selbstzeugnis Jesu begegnet es fünfmal im ersten Johannesbrief und einmal im zweiten Johannesbrief. Entscheidend ist das Zeugnis des Johannes-Evangeliums. Dort finden wir das Wort 18 Mal und der von Matthäus 11, 25 und folgende und Lukas 10, 21 folgende überlieferte messianische Jubelruf, den man gern und mit Recht als johannäischen Text im Rahmen der synoptischen Überlieferung bezeichnet. Betrachten wir zunächst diesen messianischen Jubelruf. In jener Zeit sprach Jesus, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all dies den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen, Kleinen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will. Matthäus 11, 25 und folgende, Lukas 10, 21 folgende. Fangen wir mit diesem letzten Satz an, von dem her sich das Ganze aufschließt. Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken, hat Goethe im Anschluss an ein Wort von Plotin formuliert. Jeder Prozess des Erkennens schließt immer in irgendeiner Form einen Prozess der Gleichwerdung ein, eine Art von innerem Einswerden des Erkennenden mit dem Erkannten, der je nach der Seinstufe des Erkennenden Subjekts und des Erkannten Objekts unterschiedlich ist. Gott wirklich zu kennen, setzt Gottes Gemeinschaft voraus, ja, Seinseinheit mit Gott. So wird hier vom Herrn selbst in einem Gebetsruf das Gleiche gesagt, was wir in dem nun schon oft bedachten Schlusswort des Johannesprologs hören. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. 1,18 Dieses grundlegende Wort ist, das zeigt sich nun, Auslegung dessen, was im Beten Jesu in seinem Sohnesdialog erscheint. Dabei wird nun zugleich deutlich, was das ist, der Sohn, was damit bedeutet wird. Vollendete Erkenntnisgemeinschaft, die zugleich Seinsgemeinschaft ist. Die Einheit des Erkennens ist nur möglich, weil sie Einheit des Seins ist. Allein der Sohn kennt den Vater und alles wirkliche Erkennen des Vaters ist Beteiligung an der Sohneserkenntnis, Offenbarung, die er schenkt. Er hat Kunde gebracht, sagt Johannes. Nur der erkennt den Vater, dem der Sohn es offenbaren will. Aber wem will der Sohn es offenbaren? Der Wille des Sohnes ist kein Willkürwille. Das Wort vom Offenbarungswillen des Sohnes in Matthäus 11, 27 führt auf den Anfangsvers 25 zurück, wo der Herr zum Vater sagt, Du hast es den Einfachen offenbart. Wenn uns zuerst die Erkennenseinheit zwischen Vater und Sohn begegnet ist, so wird im Zusammenhang der Verse 25 und 27 beider Willenseinheit sichtbar. Der Wille des Sohnes ist eins mit dem Wollen des Vaters. Das ist ja ein durchgehendes Motiv der Evangelien überhaupt. Im Johannesevangelium wird mit besonderem Nachdruck herausgestellt, dass Jesus ganz einwilligt in den Willen des Vaters. Dramatisch wird der Akt der Einwilligung und Verschmelzung von beider Willen in der Ölbergsstunde dargestellt, in der Jesus den menschlichen Willen hinaufzieht und hineinzieht in seinen eigenen Sohnes Willen und so in die Einheit des Willens mit dem Vater. Die zweite Vaterunserbitte hat hier ihren Ort. In ihr bitten wir darum, dass das Drama des Ölbergs, des Ringens von Jesu ganzem Leben und Wirken sich an uns vollendet, dass wir mit ihm, dem Sohn, einwilligen in den Willen des Vaters und so selbst Söhne werden. In der Willenseinheit die Erkenntnis Einheit wird. Damit wird nun der Anfang des Jubelrufs verständlich, der zunächst befremdlich erscheinen mag. Der Sohn will in seine Sohneserkenntnis alle hineinziehen, die der Vater dort will. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater es will, der mich gesandt hat, sagt Jesus in diesem Sinn in der Brotrede zu Kafarnaum, Johannes 6, 44. Wen aber will der Vater? Nicht die Weisen und Verständigen, sagt uns der Herr, sondern die Einfachen. Dies ist zunächst schlicht Ausdruck der konkreten Erfahrung Jesu. Nicht die Schriftkundigen, die beruflich mit Gott Beschäftigten, erkennen ihn. Sie bleiben im Dickicht ihrer Detailerkenntnisse stecken. Der einfache Blick auf das Ganze, auf die sich offenbarende Wirklichkeit Gottes selbst, ist ihnen durch all ihr Wissen verstellt. So einfach kann es eben nicht sein für den, der so viel von der Komplexität der Probleme weiß. Paulus hat dieselbe Erfahrung ausgedrückt und dann weiter reflektiert. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift, Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Jesaja 29,14 Seht doch auf eure Berufung, Brüder. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige und nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Erster Brief an die Korinther, 1,18 folgende und 26-29 Keiner täusche sich selbst. Wenn einer meint, weise zu sein in dieser Welt, dann werde er töricht, damit er weise werde. Erster Brief an die Korinther, 3,18 Was aber ist mit diesem Törichtwerden, mit diesem Unmündigsein gemeint, das den Menschen für den Willen und so für die Erkenntnis Gottes öffnet? Die Bergpredigt gibt uns den Schlüssel, durch den der innere Grund für diese merkwürdige Erfahrung sichtbar wird und damit zugleich der Weg der Bekehrung, des Offenwerdens für die Einbeziehung in die Sohneserkenntnis. Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen, heißt es da. Matthäus 5,8 Es ist die Reinheit des Herzens, die sehend macht. Darin besteht jene letzte Einfachheit, die unser Leben auftut für den Offenbarungswillen Jesu. Man könnte auch sagen, unser Wille muss Sohneswille werden. Dann können wir sehen. Sohn sein aber heißt Bezogen sein. Es ist ein Relationsbegriff. Es bedeutet das Ablassen von der Autonomie, die sich in sich selbst verschließt. Es schließt das ein, was Jesus mit dem Wort vom Kind werden sagt. So verstehen wir auch das Paradox, das im Johannes-Evangelium weiter ausgeweitet ist, dass Jesus einerseits sich ganz dem Vater als Sohn unterordnet und dass er gerade so ganz in der Gleichheit mit dem Vater steht, ihm wirklich gleich, eins mit ihm ist. Kehren wir zum Jubelruf zurück. Dieses Gleichsein, das wir in Matthäus 11 in den Versen 25 und 27 als Einssein im Willen und im Erkennen ausgesprochen fanden, wird in der ersten Hälfte des Verses 27 mit der universalen Sendung Jesu verknüpft und so auf die Weltgeschichte bezogen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben. Wenn wir den synoptischen Jubelruf in seinem ganzen Tiefgang betrachten, zeigt sich, dass darin in der Tat schon die ganze johannäische Sohnestheologie enthalten ist. Auch dort ist Sohn sein gegenseitiges sich Erkennen und Einssein im Wollen. Auch dort ist der Vater der Gebende, der aber dem Sohn alles übergeben und ihn soeben zum Sohn gleich mit sich selber gemacht hat. All das meinige ist dein und all das deinige ist mein. Johannes 17, 10 Und auch dort reicht dann dieses Geben des Vaters in seine Schöpfung in die Welt hinein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Johannes 3, 16 Das Wort vom Einzigen verweist einerseits zurück auf den Prolog, wo der Logos als der Einzige, der Gott ist, bezeichnet wird. 1, 18 Es erinnert aber andererseits auch an Abraham, der seinen Sohn, den Einzigen Gott nicht vorenthielt. Genesis 22, 2 und 12 Das Geben des Vaters vollendet sich in der Liebe des Sohnes bis ans Ende. Johannes 13, 1 Das heißt bis zum Kreuz. Das trinitarische Liebesgeheimnis, das im Wort der Sohn erscheint, ist ganz eins mit dem geschichtlichen Liebesgeheimnis, das sich im Pescha Jesu vollzieht. Endlich hat auch bei Johannes das Wort der Sohn seinen inneren Ort im Beten Jesu, das freilich anders ist als das Beten der Kreatur. Es ist der Dialog der Liebe in Gott selbst, der Dialog, der Gott ist. So entspricht dem Wort der Sohn die einfache Anrede Vater, die uns der Evangelist Markus in der Ölbergsszene in ihrer aramäischen Urform Abba aufbewahrt hat. Joachim Jeremias hat in eingehenden Studien die Einzigartigkeit dieser Gottesanrede Jesu gezeigt, die in ihrer Intimität in der Welt Jesu unmöglich war. In ihr drückt sich die Einzigkeit des Sohnes aus. Paulus lässt uns wissen, dass die Christen aufgrund der ihnen von Jesus geschenkten Beteiligung an seinem Sohnesgeist ermächtigt sind zu sagen Abba, Vater. Brief an die Römer 8,15 und Brief an die Galater 4,6. Dabei ist klar, dass dieses neue Beten der Christen eben nur von Jesus her möglich ist, von ihm her, dem Einzigen. Das Wort Sohn mit seiner Entsprechung Vater, Abba lässt uns wirklich in das innere Jesu, ja in das innere Gottes selbst hineinblicken. Das Beten Jesu ist der wahre Ursprung dieses Wortes, der Sohn. Es ist ohne Vorgeschichte, wie der Sohn selbst neu ist und doch Mose und die Propheten in ihm zusammenfließen. Der Versuch aus nachbiblischer Literatur, zum Beispiel den Oden Salomons 2. Jahrhundert nach Christus, eine vorchristliche, gnostische Vorgeschichte des Wortes zu konstruieren und Johannes von ihr abhängig zu machen, ist unsinnig, wenn man einigermaßen die Möglichkeiten und Grenzen historischer Methode respektiert. Es gibt die Originalität Jesu. Nur er ist der Sohn. 3. Ich bin es In den Worten Jesu, die uns von den Evangelien überliefert werden, gibt es überwiegend bei Johannes, aber, wenngleich nicht ebenso deutlich ausgeprägt und in geringerem Umfang, auch bei den Synoptikern, die Gruppe der Ich-Bin-Worte, und zwar in doppelter Form. In der einen sagt Jesus ohne weitere Zusätze einfach, ich bin es. das Ich-Es-Bin. In der zweiten Gruppe ist das Ich-Bin durch Bildworte inhaltlich näher bestimmt. Ich bin das Licht der Welt, der wahre Weinstock, der gute Hirte und so weiter. Wenn diese zweite Gruppe zunächst unmittelbar verständlich erscheint, so ist das Rätsel der ersten Gruppe umso größer. Ich möchte daraus nur drei johannäische Stellen behandeln, in denen die Formel in ihrer ganz strengen und einfachen Gestalt erscheint. Dazu ein synoptisches Wort, zu dem es eine klare Parallele bei Johannes gibt. Die wichtigsten zwei Worte dieser Art finden sich in dem Streitgespräch Jesu, das an seine auf dem Laubhütten festgesprochenen Worte anschließt, in denen er sich selbst als Quelle lebendigen Wassers vorgestellt hatte, Johannes 7,37 folgende. Dies hatte zu Spaltungen im Volk geführt. Einige fragten sich nun, ob er nicht wirklich der erwartete Prophet sei, andere verwiesen darauf, dass aus Galiläa kein Prophet komme. Johannes 7,40 und 52. Nun sagt Jesus zu ihnen, Ihr wisst gar nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. 8,14 und 19. Er verdeutlicht es noch, indem er hinzufügt, Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 8,23. Und nun kommt der entscheidende Satz, Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Johannes 8,24. Was heißt das? Wir möchten fragen, was bist du nun? Wer bist du? Und in der Tat, dies ist die Antwort der Juden. Wer bist du? Johannes 8,25. Was heißt das nun, dass ich es bin? Die Exegese hat sich begreiflicherweise auf den Weg gemacht, Herkünfte dieses Wortes zu suchen, um es verstehen zu können. Und wir müssen es auf der Suche nach Verstehen ebenfalls tun. Es wurden verschiedene Herkünfte genannt, die typischen Offenbarungsreden des Orients, so Eduard Norden, die mandäischen Schriften, so Eduard Schweitzer, die aber viel jünger sind als die Bücher des Neuen Testaments. Inzwischen hat sich weitgehend die Einsicht durchgesetzt, dass wir den geistigen Wurzelgrund dieses Wortes nicht irgendwo suchen dürfen, sondern in der Welt, in der Jesus zu Hause war, im Alten Testament und in dem Judentum, in dem Jesus lebte. Den umfänglichen Hintergrund alttestamentlicher Texte, den die Forscher inzwischen aufgezeigt haben, brauchen wir hier nicht zu bedenken. Ich möchte nur die zwei wesentlichen Texte benennen, auf die es ankommt. Da ist zunächst Exodus 3,14, die Szene mit dem brennenden Dornbusch, aus dem heraus Gott den Mose ruft, der seinerseits diesen rufenden Gott fragt, »Wie heißt du?« Ihm wird als Antwort der rätselhafte Name »geschrieben J. H. W. H.« gegeben, dessen Bedeutung der sprechende Gott selber auslegt mit dem gleichfalls rätselhaften Satz »Ich bin, der ich bin«. Die vielfältigen Interpretationen dieses Satzes brauchen uns hier nicht zu beschäftigen. Es bleibt, dass dieser Gott sich einfach als der »Ich bin« bezeichnet. Er ist schlechthin. Und das bedeutet natürlich auch, dass er immer da ist, für die Menschen gestern, heute, morgen. In dem großen Augenblick der Hoffnung eines neuen Exodus am Ende des babylonischen Exils hat Deutero Jesaja die Botschaft vom Dornbusch neu aufgegriffen und entfaltet. »Ihr seid meine Zeugen, Spruch des Herrn, und auch mein Knecht, den ich erwählte, damit ihr erkennt und mir glaubt, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott erschaffen, und auch nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr, ich, und außer mir gibt es keinen Retter. Jesaja 43, 10 folgende. Damit ihr erkennt und mir glaubt, dass ich es bin. Die alte Formel »Ani Adonai« wird nun verkürzt zu dem Wort »Ani Hu«, »Ich, er, ich bin es.« Das »Ich bin« ist nachdrücklicher geworden und, obgleich das Geheimnis bleibt, auch deutlicher. In der Zeit, in der Israel ohne Land und ohne Tempel war, war Gott nach den herkömmlichen Maßstäben ausgeschieden aus der Konkurrenz der Gottheiten. Denn ein Gott, der kein Land hatte und nicht verehrt werden konnte, war eben kein Gott. In dieser Zeit hatte Israel vollends das Andere und Neue seines Gottes zu verstehen gelernt. Dass er eben nicht einfach »Sein Gott« war, der Gott eines Volkes und eines Landes, sondern Gott schlechthin. Der Gott des Ganzen, dem alle Länder, dem Himmel und Erde gehören. Der Gott, der über alle verfügt. Der Gott, der nicht Verehrung durch das Darbringen von Böcken und Stieren braucht, sondern allein durch Recht tun wirklich verehrt wird. Noch einmal, Israel hatte erkannt, dass sein Gott schlechthin Gott war. Und so hatte das »Ich bin« des Dornbuschs neu seine Bedeutung gefunden. Dieser Gott ist einfach. Er stellt sich gerade als der, der ist in seiner Einzigkeit vor in dem Wort »Ich bin's«. Das ist gewiss zum einen Abgrenzung von den vielen Gottheiten, die es gab, aber vor allem ganz positiv, das Erscheinen seiner nicht zu beschreibenden Einzigkeit und Einzigartigkeit. Wenn Jesus sagt »Ich bin es«, dann nimmt er diese Geschichte auf und bezieht sie auf sich. Er zeigt seine Einzigkeit. In ihm ist das Geheimnis des einen Gottes persönlich anwesend. Ich und der Vater sind eins. Heinrich Zimmermann hat mit Recht betont, dass Jesus mit diesem »Ich bin« nicht neben das »Ich« des Vaters tritt, vergleiche Trierer »Theologische Zeitschrift 69«, sondern auf den Vater verweist. Aber gerade so spricht er auch von sich selbst. Es geht gerade um die Untrennbarkeit von Vater und Sohn. Weil er der Sohn ist, darf er die Selbstvorstellung des Vaters in den Mund nehmen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Johannes 14, 9. Und umgekehrt, weil dies in der Tat so ist, darf er das Offenbarungswort des Vaters als Sohn in den Mund nehmen. In dem ganzen Streitgespräch, in dem der Vers steht, geht es eben um das Einssein von Vater und Sohn. Zum rechten Verstehen müssen wir uns vor allem auch an das erinnern, was wir über das Wort »der Sohn«, sein »verankert sein« im Dialog von Vater und Sohn bedacht haben. Dort hatten wir gesehen, dass Jesus ganz relational in seinem ganzen Sein nichts als Beziehung zum Vater ist. Aus dieser »Relationalität« heraus ist der Gebrauch der Dornbusch- und Jesaja-Formel zu verstehen. Das »Ich bin« steht ganz in der Relationalität zwischen Vater und Sohn. Nach der Frage der Juden auch unserer Frage »Wer bist du?« verweist Jesus zunächst auf den, der ihn gesandt hat und von dem her er in die Welt hinein spricht. Er wiederholt noch einmal die Offenbarungsformel »das »Ich bin es«, das er aber nun in die künftige Geschichte hinein ausweitet. Wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass »Ich es bin«. Johannes 8, 28 Am Kreuz wird seine Sohnschaft sein Einzsein mit dem Vater erkennbar. Das Kreuz ist die wahre Höhe. Es ist die Höhe der Liebe bis ans Ende. Johannes 13, 1 Am Kreuz ist Jesus auf der Höhe Gottes, der die Liebe ist. Dort kann man ihn erkennen, kann erkennen, dass »Ich es bin«. Der brennende Dornbusch ist das Kreuz. Der höchste Offenbarungsanspruch, das »Ich bin es« und das Kreuz Jesu, sind untrennbar. Hier finden wir nicht metaphysische Spekulation, sondern hier zeigt sich Gottes Realität mitten in der Geschichte für uns. Dann werdet ihr erkennen, dass »Ich es bin«. Wann ist dieses »Dann« verwirklicht? Es verwirklicht sich immer wieder in der Geschichte, beginnend am Pfingsttag, an dem die Juden von der Predigt des Petrus mitten ins Herz getroffen wurden, Apostelgeschichte 2, 37, und nach dem Bericht der Apostelgeschichte dreitausend sich taufen ließen, sich der Gemeinschaft der Apostel anschlossen, 2, 41. Es verwirklicht sich vollends am Ende der Geschichte, von dem der Seher der geheimen Offenbarung sagt, »Jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben.« Offenbarung 1, 7. Am Ende der Streitgespräche des achten Kapitels erscheint noch einmal das »Ich bin Jesu« nun nach einer anderen Richtung hin ausgeweitet und gedeutet. Immer noch steht die Frage im Raum, wer bist du? Die zugleich die Frage einschließt, »Woher kommst du?« Damit kommt nun die Herkunft der Juden von Abraham zur Sprache und letztlich die Vaterschaft Gottes selbst. Abraham ist unser Vater. Wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sondern haben nur einen Vater, Gott. Johannes 8, 39 und 41. Der Rückverweis der Gesprächspartner Jesu über Abraham hinaus auf die Vaterschaft Gottes gibt dem Herrn Gelegenheit, seine eigene Herkunft noch einmal ganz deutlich zu klären, in der sich in der Tat das Geheimnis Israels ganz erfüllt, dass die Juden mit dem Überschreiten der Herkunft von Abraham her in die Herkünftigkeit von Gott selbst angedeutet hatten. Abraham, so zeigt uns Jesus, weist nicht nur über sich hinaus auf den Vatergott, er verweist vor allem voraus auf Jesus, den Sohn. Abraham, euer Vater, jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte, er sah ihn und freute sich. Johannes 8, 56. Auf die Einrede der Juden hin, dass Jesus Abraham gar nicht gesehen haben könne, erfolgt nun die Antwort, noch er Abraham wurde, bin ich. 8, 58. Ich bin. Wieder steht das einfache Ich bin, geheimnisvoll aufgerichtet da, aber nun definiert durch den Gegensatz zum Wurde Abrahams. Der Welt des Kommens und des Vergehens, der Welt des Werdens und Versinkens steht das Ich bin Jesu gegenüber. Rudolf Schnackenburg weist mit Recht darauf hin, dass es sich hier nicht nur um die Zeitkategorie handelt, sondern um einen fundamentalen Seinsunterschied. Der Anspruch Jesu auf eine ganz einmalige, menschliche Kategorien überschreitende Seinsweise ist klar formuliert. Vergleiche Rudolf Schnackenburg das Johannes-Evangelium. Kommen wir nun zu der von Markus überlieferten Geschichte über das Wandeln Jesu auf dem Wasser im Anschluss an die erste Brotvermehrung 6,45-52, zu der es eine weitgehend übereinstimmende Parallele im Johannes-Evangelium gibt 6,16-21. Heinrich Zimmermann hat den Text sorgsam analysiert. Vergleiche Trierer Theologische Zeitschrift 69. Ihm wollen wir im Wesentlichen folgen. Nach der Brotvermehrung veranlasst Jesus die Jünger, das Boot zu besteigen und nach Bethsaida zu fahren. Er selber zieht sich auf den Berg zurück, um zu beten. Die Jünger kommen mit ihrem Boot mitten auf dem See bei starkem Gegenwind nicht voran. Der betende Herr sieht sie und kommt ihnen über die Wasser entgegen. Der Schrecken der Jünger, die Jesus über die Wasser gehen sehen, ist begreiflich. Sie schreien und waren ganz durcheinander. Jesus aber spricht ihnen gütig zu »Habt Mut, ich bin's! Fürchtet euch nicht!« Markus 6,50. Auf den ersten Blick wird man dieses »Ich bin's!« als einfache Identifikationsformel fassen, mit der Jesus sich zu erkennen gibt und den Seinen damit ihre Angst nehmen will. Aber ganz geht diese Auslegung doch nicht auf. Denn nun steigt Jesus ins Boot, der Wind legt sich. Johannes fügt hinzu, dass sie nun ganz schnell ans Ufer gelangten. Das Besondere ist, dass die Jünger jetzt erst recht erschraken. Sie waren ganz und gar außer sich, drückt sich Markus drastisch aus, 6,51. Warum eigentlich? Die Furcht der Jünger ist jedenfalls mit der ersten Angst, einen Gespenst zu sehen, nicht behoben, sondern steigert sich erst vollends, im Augenblick, da Jesus das Boot besteigt und plötzlich Windstille eintritt. Es ist ganz offenkundig die typisch theophanische Furcht, die Furcht, die den Menschen überfällt, wenn er sich der Gegenwart Gottes selbst unmittelbar ausgesetzt sieht. Wir sind ihr schon begegnet am Ende des reichen Fischfangs, wo Petrus nicht etwa freudig dankt, sondern bis in den Grund der Seele erschrickt, Jesus zu Füßen fällt und sagt, Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, Lukas 5,8. Es ist der Gottesschrecken, der die Jünger überfällt. Denn gehen über die Wasser ist Gottessache. Der den Himmel ausspannt, er allein, der über den Wogen des Meeres einher wandelt, heißt es im Buch Iob über Gott, 9,8. Vergleiche Psalm 77,20 und Jesaja 43,16. Der Jesus, der über die Wasser geht, ist nicht einfach der vertraute Jesus, in ihm erkennen sie plötzlich die Gegenwart Gottes selbst. Und ebenso ist die Stillung des Sturms ein Vorgang, der über die Grenzen menschlichen Vermögens hinausgeht und auf Gottes eigene Macht verweist. So sagen denn auch in der klassischen Geschichte vom Seesturm und seiner Stillung die Jünger zueinander, Wer ist dieser, dass ihm sogar Wind und Wasser gehorchen? Markus 4,41. In diesem Zusammenhang hat auch das Ich-Bin einen anderen Klang. Es ist mehr als die Selbstidentifizierung Jesu. Das geheimnisvolle Ich-Bin-Es der johannäischen Schriften scheint doch auch hier anzuklingen. Kein Zweifel jedenfalls, dass die ganze Begebenheit als Theophanie, als Begegnung mit dem göttlichen Geheimnis Jesu dasteht, weshalb sie ganz logisch bei Matthäus mit der Anbetung Proskynesis und dem Wort der Jünger schließt, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Matthäus 14,33. Kommen wir nun zu den Worten, in denen das Ich-Bin durch ein Bildwort inhaltlich konkretisiert ist. Es gibt bei Johannes sieben solcher Bildworte. Dass es gerade sieben sind, ist kaum ein Zufall. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg und die Wahrheit und das Leben, der wahre Weinstock. Rudolf Schnackenburg macht mit Recht darauf aufmerksam, dass wir diesen großen Bildern noch dasjenige der Wasserquelle hinzufügen dürften, wofür es zwar kein eigentliches Ich-Bin-Wort gibt, aber doch Worte Jesu, in denen er sich als dieser Quell vorstellt. Johannes 4,14, 6,35 und 7,38, vergleiche auch 19,34. Einige dieser Bilder haben wir im Johannes-Kapitel bereits eingehend bedacht. So mag es genügen, hier auf die gemeinsame Bedeutung dieser johannäischen Jesus-Worte kurz zusammenfassend zu verweisen. Schnackenburg weist darauf hin, dass all diese Bildworte Variationen des einen Themas sind, das Jesus gekommen ist, damit die Menschen das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10,10 Er gibt nur die eine Gabe des Lebens und er kann sie geben, weil in ihm das Gottesleben in ursprünglicher und unerschöpflicher Fülle anwesend ist. Vergleiche Rudolf Schnackenburg, das Johannes-Evangelium. Der Mensch braucht und ersehnt letztlich nur eines, Leben, das volle Leben, das Glück. An einer Stelle nennt Jesus bei Johannes dieses eine Einfache, auf das wir warten, die vollkommene Freude. 16,24 Dies eine, um das es in den vielen Wünschen und Hoffnungen des Menschen geht, ist auch ausgedrückt in der zweiten Vaterunser-Bitte, dein Reich komme. Das Reich Gottes ist das Leben in Fülle, gerade weil es nicht nur privates Glück, individuelle Freude ist, sondern die zu ihrer rechten Gestalt gekommene Welt, die Einheit von Gott und Welt. Der Mensch braucht letztlich nur eines, in dem alles enthalten ist, aber er muss durch seine vordergründigen Wünsche und Sehnsüchte hindurch erst erkennen lernen, was er wirklich braucht und was er wirklich will. Er braucht Gott. Und so können wir nun sehen, dass hinter all den Bildreden letztlich dies steht. Jesus gibt uns das Leben, weil er uns Gott gibt. Er kann ihn geben, weil er selbst eins ist mit Gott, weil er der Sohn ist. Er selbst ist die Gabe, er ist das Leben. Eben darum ist er, seinem ganzen Wesen nach, Mitteilung, ganz pro Existenz. Gerade dies erscheint am Kreuz als seine wahre Erhöhung. Blicken wir zurück. Wir haben drei Worte gefunden, in denen Jesus das Geheimnis seiner selbst zugleich verbirgt und entbirgt. Menschensohn, Sohn, ich bin es. Alle drei Worte zeigen seine tiefe Verwurzelung in dem Wort Gottes, der Bibel Israels, dem Alten Testament auf. Aber erst in ihm erhalten all diese Worte ihren vollen Sinn. Auf ihn haben sie sozusagen gewartet. In allen drei Worten erscheint die Originalität Jesu, sein Neues, das nur ihm eigene, für das es keine weiteren Ableitungen gibt. Alle drei sind daher nur in seinem Mund möglich. Zentral das Wort Sohn, dem die Gebetsanrede Abba, Vater, korrespondiert. Keines der drei Worte konnte daher, so wie es steht, einfach ein Bekenntniswort der Gemeinde, der sich bildenden Kirche werden. Den Inhalt aller drei Worte mit dem Zentrum der Sohn hat die werdende Kirche in das Wort Sohn Gottes hineingelegt, das sie damit von seiner mythologischen und politischen Vorgeschichte definitiv löste. Auf dem Boden der Erwählungstheologie Israels erhält es nun eine ganz neue Bedeutung, die von Jesu Reden als der Sohn und als der Ich Bin vorgezeichnet ist. Diese neue Bedeutung musste in vielfältigen und schwierigen Prozessen der Unterscheidung und des Ringens vollends geklärt und gegen mythisch-politeistische wie gegen politische Deutungen gesichert werden. Dazu diente dem ersten Konzil von Nicea 325 n. Christus das Wort gleichwesentlich Homoousius. Dieses Wort hat nicht den Glauben hellenisiert, ihn nicht mit einer fremden Philosophie befrachtet, sondern gerade das unvergleichlich Neue und Andere festgehalten, das in Jesu Reden mit dem Vater erschienen war. Im Bekenntnis von Nicea sagt die Kirche immer neu mit Petrus zu Jesus Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16,16 Die Kirche von Nicea